Nö, sehe ich gar nicht ein, wie gemein ihr schon wieder seid. Vor allem die Oma. Böse. Hallo Nö, Nö, und hallo Sven. Naja, die Klappe, du alte Schachtel. Immer mich am Hetzen hier. Hallo Schmackomatz. Pyro Michael, hallo. Space Pirate, hallo. Fabian, hallo. Hiroko, hallo. Das Geilste zu gucken, Oma. Das war hart. Ihr seid hart zu mir. Hallo Too Strong Goji, hallo. Andi Schobber, hallo. Äh, Mila, hallo. Castello, hallo. So nicht. Oh doch. Jetzt herrscht hier langer Wind. Ich muss meinen Stream zurückgewinnen. Mr. Antoine, danke schön für die WeSup im 24. Zwei Jahre Support. Dankeschön. Und hallo. Und Medium Pille, danke für die WeSup im 29. Und Michael, danke für die WeSup im Dritten. Für Fortnite. Hallo Gaming Kellner. Hä, Dodo? Hätte ich unterhalten, wie das krank ist. Dann musst du einen dritten Account machen. Gott, Alter. Hallo Diak. Hallo Gaming Kellner. Big Sello, hallo. Corporal, hallo. So eine Schweinerei. Warum musst du denn schon wieder einen dritten Account machen, Junge? Passi, hallo. Achso, du bist im Krankenhaus. Why? Hallo Truks, hallo Heli. Heli Tan. Wie ist dein Befinden, der Herr? Schlafgründer muss immer noch im Arsch, ansonsten ganz okay. Obwohl ich gestern halbe Tablette genommen habe. Ja, aber hab nix gebracht. Und Asgard, hallo. Bei Dodo Supreme 990, ja. Hallo Streiter, hallo Alpino. Und in your face Ryan, hallo. The Art of War, hallo. Da kommen so die ganzen Fortnite-Süchtigen, Alter. Wann Travis Scott, man? Wann Travis Scott? Wegen meinem Knie wurde heute operiert in der Früh. Oh, gute Besserung. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Gute Genesung und so. Na, wie geht's? Gut, ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr seid gesund. Thunvieh. Thunvieh. Ah. Hallo, Os-Produkt. Nix, ober Mila ist jetzt neu im Mord. Bin traurig und meine Kürtis Kissen lasst. Nö, 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 nö. Nö, nö. Mila hat schon ganz andere Sachen mit meinem Kissen vor. Das ist besetzt, Oma. Was geht ab, Molotow? Nix, nix. Nix, öh. Die hat mir nur angedroht, mir unter das Kissen zu scheißen. Da ist doch nix, äh, wildes jetzt. Ich merke gerade, Alk ist nicht so gut, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, hallo, Consi. Guck mal den Alkohol lieber weg, Junge. Das beweist Vertrauen, stimmt, ja. Das wollte sie mir verklickern. Hallo, Bufu. Das geht aber aus der Bislay. Ich grüße zurück, Tag, Tag. Meine wunderschöne Kinder. Frauen machen das bei ihren Männern. Ach, da bin ich nicht von überzeugt. Ich sage dir ganz ehrlich. Dieser scheiß Mikrofonarm, ne? Wann in der Fortnite-App? Heute nicht. Heute gehen wir Pommes. Gestern ja auch schon wieder reingeschissen. Ich wollte ja gestern da sein für Pinsel und so. Ging einfach nicht, Alter. Absolut keine Kraft gehabt. Tut mir auch voll leid, Mann. Für alle, die gewartet haben. Hallo, Lilly. Ja, oui, oui. Audi-Fahrer, hallo. Metti, hallo. Und hallo, OnlyDNL. Hallo, Joshua. Mila Hurt. Ein Forty Night. Ja, mal gucken, was abgeht, ne? Hab vorhin schon gelesen, Sektor Discord. Da gab es irgendwie ein Klamotten-Update nochmal oder sowas. Aber das bedeutet ja nicht, dass irgendetwas abgeht. Zumindest in unserer Bubble nicht. Das Beste heute erzählt mir jeder Arzt, jeder Schwester, dass es kein Stress ist, nach der OP zu rauchen. Das Beste heute erzählt mir jeder Arzt, jeder Schwester, dass es kein Stress ist, nach der OP zu rauchen. Ja, oui. Für Deutsch gibt es ja zum Glück Fortnite. Ey, ich finde das echt gut, dass ihr euch da alle zusammengetan habt und zusammenzockt und so. Grüße, T-Nex. Das ist echt cool. Die Nachtschicht-Lampe verbietet es mir. Ja, wie? Sorry, Joshua. Bruder, du verwirrst mich, Alter. Nee, hört auf. Ja, wie? Ja, wie? Was ist denn schon wieder los mit euch? Ja, was? Ihr verwirrt mich. Dodo noch komplett auf Schmerzmittel, Alter. Benzo, hallo und Dankeschön auf dem Benzo für deinen... Forti-Nidi-Geschenke. Da ist noch ein bisschen Narkose im Blut. Kennen das? Die letzte Vollnarkose... Boah, ich finde Vollnarkose ja sowas von ekelhaft, ne? Auch darüber nachzudenken. Kusa, hallo. Die hatte ich bald nach der Mandel-OP, also vor der Mandel-OP. Und als ich hasse Narkose, Alter. Als ich wach wurde, habe ich zu der Ärztin da gesagt, ich will meine Mandeln sehen. Die, die mir rausgenommen haben. Komplett verwirrt, Alter. Vollnarkose ist so ein ekliges Gefühl, Mann. Kein Ding für den King. Nee, Narkose ist so ekelhaft. Oh Gott. Ich glaube, ich hatte zwei Stück oder... Zwei oder drei Stücke beim gesamten Leben bisher. Die waren immer super ekelhaft. Hallo, Weezy. Und was ist nun mit Placement? Was für ein Placement denn, Oma? Grand App hier, oh wow. Von welchem Placement reden wir? Anscheinend-OP war übel. Hast du Selfless White eigentlich zu Ende geschaut? Natürlich. Hallo, Skor. Hukidu. Von David, hallo. Fortnite for the night, oder PUBG? Scheiße, PUBG, Alter. Wer zockt heutzutage noch PUBG? Ich habe dir das Bild noch mal. Ach so, warte. Guck halt. Ja, ja, ja. Oh, das sind diese Trinkflaschen, ne? Was machst du da? Ein Care-Paket oder was? Gott. Hast du das mitbekommen, dass es jemanden gibt, der besser dodgen kann als du? Äh, nee, wer? Wie cool ist das, bitte? Ich kenne nur einen Streamer, weil ich es so am Rennen mal mitbekommen habe bei Twitter und so. Der auch sehr viel dodgt, weil der auch was am Kopf hat. Und da das Gigant, Alter. Thomas Gas kenne ich nicht. Ist das, soll das lustig sein? Bei so wenig, glaube ich, vorgestern oder gestern die Mode in den Fortnite geschenkt, ist das angekommen? Bist du, bist du der Gurkenjens-Cruiser? Also bist du X einfach nur? Weil dich habe ich vorgestern schon gesucht dann. Hast du gedacht, Wizzle? Das war Paket für andere morgen. Oh, verzeih mir, Oma, dass ich das sage, der wird das mega cringe, Alter. Ach, du bist da, siehste, du bist der Gurkenjens. Dankeschön. Vorgestern habe ich den Chat gefragt, ob jemand dich kennt. Weil ich dachte, du hättest doch hier im Chat Gurkenjens. Weil ich mich bedanken wollte, weil ich konnte dir nicht schreiben, weil du offline warst. Mir doch lax. Das ist mir auch lax, Oma. Bist du frech heute? Hammer. Was mit der Oma passiert? Wurde ausgetauscht. Von Alien-Zolder. Irgendwas ist passiert. Oma, voll böse, Alter. Gott, du Gott. Pax, danke für den Prime im 10. Monat. Chat, was habt ihr mit der Oma gemacht? Fortnite verändert Menschen. Der Oma hat Gehirnwäsche. Gehirnwäsche. Gehirnwäsche, Alter. Die Oma hängt einfach viel zu viel in anderen Chat-Subs. Und auf irgendwelchen komischen Discords. Voll verändert, Alter. Wollte so einen richtigen Alman-Trollen haben. Ich hab mich ja schon gewundert wegen Gurkenjens. Aber Dankeschön, wie gesagt. Vielen lieben Dank. Man hat Oma fälschlicherweise eine Kekstoße mit Keksstadt-Nähzeug gegeben. Nee. Gehirnwäsche, Alter. Macht da Dodo. Gute Besserung. Hallo, Mr. Pony. Da geht man online und freut sich so auf den Chat. Und dann kommt hier ein Gehirnwäsche. Ich bin nur auf coolen Discords und bei Pinsel. Pinsel, sein Discords ist bestimmt genauso tot wie meiner, Alter. Oder? Ich glaub, meiner ist der toteste. Hallo, Topson. Wir müssen den mal wieder beleben. Ich weiß nur nicht wie. So, ich mach doof Kerzen. Dann gehen wir direkt rein. Was für tot. Ja, mein Discord ist tot. Außer der Fortnite-Channel. Meiner ist Mostrip. Aber ich glaub, so viele Screens von Epic-Wins. Ja, das stimmt. Aber der Discord-Hype ist ja auch schon wieder fort. Das war ja damals heute ein ganz anderes. Da brauchte man noch Regelwerk für Discord. Heute ist immer nur Unicorn-Land, hat er da andere Leute disst. Hallo, Lazarus. Bin ja froh, dass Dings nicht da ist. Carol mit dem Discord. Und Rising Raptor. Guten Abend. Und Dayday. Guten Abend. Den hab ich noch nicht begrüßt. Zeigt euch. Ich weiß genau, ihr wollt das. Hallo, Trippi-Mila. Zeig deine Emotes mal im Chat. Zeig mal her. Mika. Hallo, Shorty-Killer. Auch da beim Look, der sie hast. Boah, viel Spaß, Betty Gold. Boah, die sehen cool aus, ne? Ja. Die sind echt gut gemacht, Alter. Vor allem die Geaffe mit dem Tata. Ein Geaffe. Hallo, Nicky-Nick. Ukulu-Dotsch-Fahrer-Kusch. Tut mir leid. Ich hatte gestern echt keine Kraft, Alter. Ich saß hier super angefresst wegen dem scheiß Schlafrhythmus. Ich weiß, ich bin nämlich voll auf wie ein Kind, Alter. Ich bin ein erwachsener Mann, der seinen Schlafrhythmus nicht gefixt bekommt. Aber was soll ich machen? Und ein bisserl, danke für Louisa beim 25. Monat. Hallo, Freezy. Und hallo, Tee-Frusch. Es tut mir so leid. Wir gehen jetzt auch in die Pommes. Ich mach jetzt schon einen Scheiß drauf. Mija muss kommen, als Pflegekraft. Ich bin froh, dass die mich schon versucht zu wecken. Hallo, Schaltpässe. Seid ihr verziehen, meine nicht? Der hat ja Geburtstag, der hat sich gut getroffen. Dann passt das, ja. Ist das so schwer für dich zu... Ich hab das nicht unter Kontrolle, Bruder. Ich kann nix machen. Ich hab gestern eine halbe Tablette genommen. Das hat genix gebracht, Alter. Eigentlich ist ja dieses typische Ding, du machst einen Tag komplett durch und dann gehst du abends pennen und so. Aber das bringt genix, Alter. Hallo, Unicorn Hunter. Du musst dich so nicht entschuldigen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber ich entschuldige mich trotzdem vorne. Weil ich musste... Das ist ja auch trotzdem... Aber wenn du nur RPs und blablabla, seid ihr ja trotzdem Arbeit, ne? Und viele Leute warten halt drauf. Oder freuen sich halt. Oder haben sich gefreut und dann komme ich nicht. Schon eine Enttäuschung. Ich wäre auch enttäuscht. Ich kann nicht mal durchmachen. Melatonin hilft bei mir auch nicht. Hab ich auch schon mal probiert. Hat sogar geholfen. Nur ich hab da die letzten Tage nicht gemacht. Wir sollten mal pumpen gehen. Der Herr, dann bist du schön im Arsch und penn zwei Tage. Das stimmt allerdings. Monster Ice, danke für den WeSup im siebenfünfzigsten Monat. Und Andi, danke für den WeSup im Vierunddreißigsten. Da hast du recht, Sven. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Ich krieg das schon wieder hin. Heute fühle ich mich ja auch schon wieder viel fitter. Aber dann ist es aufgrund einer anderen Tablette. dass ich mich, äh, gut fühle. Hab mir in der Apotheke Holger Knight geholt. Direkt weggepennt. Hab ich letztens auch genommen. Hat auch nicht viel gebracht. Viagra, Bruder? Warum Viagra, Alter? Das verstehe ich nicht. Jetzt, RP, Oma. Hallo, Woza. Und hallo, Blackmondu. Black Moondog. Sorry. Das muss die Blaue sein. Gib dir die Zeit, die du brauchst. Ey, ich mach das einfach. Hallo, ach ja, stimmt. Wir haben Fortnite gespielt. Bliet. Ich mach das schon. Dankeschön, Oma. Ich sollte vielleicht häufiger mal die anderen Tabletten nehmen. Da bin ich auch gut drauf. Äh. Teamspeak App. Hallo, Carlo. Was, und was ist für Fortnite? Wie meinst du das, Carlo? Hallo. Ja, für Fortnite halt. Test, test, okay. Genau, im Discord haben wir einen Fortnite-Channel. Da könnt ihr Leute finden, die zocken. Wow, Rollenspiel. Ich höre das Co-Streams, das natürlichste aller Schlafmittel ist. So eine Beleidigung in meine Fresse, Alter. So eine Beleidigung. Keine Kritik, gestern PS5 bekommen, herzlichen Glückwunsch. Auch mit 49. Ja, ich meine nur, weil im momentanen RP nur deprimiert statt Spaß macht oder nicht. Guck mal, das Ding ist. Ganz, ganz kurz. Wie lange spielen wir jetzt schon wieder? Vier Monate oder so? Man hat sich gewisse Dinge vorgenommen im RP oder wollte Dinge spielen und hat aber in eine andere Richtung erpäht. Das hat vielleicht bisher nicht so funktioniert. Und dann ist irgendwann immer mehr die Luft draus. Weißt du, was ich meine? Hallo, Loco. Und da muss man nochmal so einen Schub an Energie bekommen, um in andere Sachen zu investieren im RP. Dann macht das doch wieder Spaß. Ich habe nur Schwierigkeiten damit. Manchmal ist man einfach ausgelaugt. Ja, was geht ab? Du hast angerufen. Ja, ich wollte gucken, ob du da bist oder so. Du bist halt aufgestanden. Ich habe noch Schlaf am Sack. Ja, habe ich auch. Kenn ich, kenn ich. Bist du mit Roy unterwegs? Ja, genau. Was macht der? Oh, wir gucken gerade Autos an. Wo dann? Bei diesem neuen Laden. Warte, der ist bei... Das ist irgendwo da bei dem Pincage, ne? Bei 7021. Nehmen die den Klamottenladen. Ja, dann ich komme nachher. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ja, wie heute nur 17 Minuten Talk. Bin enttäuscht. Ich habe nicht viel zu erzählen. Und Silent Joe, danke für die Brieße am 23. Vier Monate mal ist der selber schon wieder da, ne? Oder? Das geht ab, Herr Nuri. Scheiße, Herr Nuri. Ich wollte dich nur fragen, was du für das Ding haben willst. Für das GoXLR. Ich glaube, das ist eine gute Investition, wenn ich das hätte. Aber ich kann das Display sehen. Länger schon, Unicorn. Ich weiß nicht, wie das für Leute ist, die RP nur zuschauen, Alter. Aber als Spieler merkt man das sehr, sehr krass, finde ich. Kannst du haben? Ich will keine Almosen. Ey, könntest du mir dein Auto verkaufen? Ja, wie? Wie geht es denn? Ja, das, was du gerade fährst. Warum? Du kannst eine Flüsse haben. Dann kannst du es immer fahren, wenn du willst. Weil du bist mein Bruder. Und einer von uns behandelt, keiner wie ein Hund. Okay, Mann, wir sind gleich wieder da. Ich fahre immer auf den Block. Kein. Okay, was kommt? Boah, hat der schon wieder die Kohle her, Alter? Hat der nicht vorgestern gesagt, dass der nur fucking broke ist? Nein, nach drei Monaten sind die meisten Storys durchgespielt. Ja, oder? Die haben das gar nicht stattgefunden, ne? Wie lange sind wir jetzt schon an der Story dran mit Dr. Chuck quasi, dass wir selbst als Maddox so Underground-Shit machen können, Alter? Und ich habe keine Ahnung, wen ich da anspielen soll im RP. Dass der uns aus diesem Computer rausläscht oder so. Keine Ahnung, Alter. Was ist denn cool, Mann? Oh, Ellie ist auch ein schönes Auto, ne? Aber finde ich hinten nicht so gut. Ja, Wildcats ist komplett untergegangen. Na, da könntest du Karre auf jeden Fall mehr Stil. Ach, Mann? Sparen wir ein bisschen Geld. Die Karre, die ich habe, die gibt es bei Benefraglo. Ja, was kostet die neu? 140.000. Ja, oh mein Gott. Ich habe gerade überlegt, ob wir so einen Fällen kaufen. Für 42. Kein. Warte mal, wollte Kim nicht seine Karre verkaufen? Die weißt du, oder? Ja. Kann sein. Okay, Mann, wir warten noch mit dem Fällen. Ich muss da noch was abklären. Aber wenn das alles nicht klappt, dann komme ich wieder. Ja, gern. Alles klar, Mann. Dann, äh, peace. Ja, peace. Schönen Abend noch. Bis dann. Was geht, Curtis? Nix bei euch, meiner. Gar nix. Ich warte, bis Morales da ist oder Taka. Mhm. Dann wollte ich, äh, so Reustoffleuchten, Mann. Reustoffleuchten? Ja, klar. So bunte Lichter. Kennst du die weißen Baustellenlampen? Ja, nur in bunt. Uh. Ja, Mann. Wir sind exklusiv Vertreter. Habt ihr schon wieder Kohle gemacht, oder warum wollt ihr auch das kaufen? Nee, das wäre jetzt so eine Investition gewesen fürs Business. Es gibt doch kein Motherfucker in der Stadt, der irgendwie die Karren ankauft. Nee, Mann. Ja, um Mitch, aber der ist, keine Ahnung, schon auch wieder ein paar Tage, glaube ich, nicht da. Kann man das nicht irgendwie über Paletti machen, dass die das ins Ausland verschiffen und da teurer verkaufen? Teurer verkaufen? Ist doch so, so alte Modelle werden doch so nach Asien und so verschilft und werden da weiterverkauft. Ich wäre froh, wenn ich, keine Ahnung, 80 Prozent bekommen würde. Ja, wie früher, Mann. Dieser Einkäufer, das war perfekt. Ja, aber es gibt doch einen Paletti, so einen Einkäufertyp. Oder? Weiß ich nicht. Ja, doch. Ja, gegenüber, der hat doch immer einen gekauft. Ja, aber die machen ja alles nicht mehr. Die kaufen keine. Ja, aber das ist so bescheuert. Hm, okay, ich muss jetzt auf Kim warten. Wir müssen auf Paletti warten. Wir müssen auf Bobby Berry Banks warten. Der wollte auch was von mir, Mann. Du bekommst noch Geld von mir, ne? Warum? Na, wegen der Gok. Ja, 12.500. Was abholen? Ja, dann haben wir es hinter uns, dann habe ich es schon mal. Okay. Für Fortnite! Wie cool ist das, bitte? Jetzt zack ich Fortnite und trinke Ola! Hallo? Okay. Inke, Dankeschön für den Prime Star vom 8. Mui, muin! Das ist auch total bescheuert mit der Glocke. Und warum? Das ist illegal. Ich habe mal den Lügteil von ihr vorgestern. Ja, so ist das halt. So sind die Gesetze. Oh, dann wissen wir, Mann. Danke. Ich bring's euch mal weg. Ich dachte da noch welche, kaum und mich. Ich habe aber so das Gefühl, dass keiner mehr weiß, wie ich würde machen soll. Ja, und dann müssen wir anfangen zu sprayen, Mann. Ja, der wollte uns das sogar für die Dosen geben, oder nicht? Habe ich alles schon. Ach, hast du schon? Klar. Ja, ich meine, riesen Schwanz. Es ist gestern nur was passiert, Chad. Keine Kraft rauszukommen. Äh, gestern. Wir haben ein bisschen Business gemacht gestern. Wir haben ein paar Leute abgezogen, mal auf Oldschool-Basis. Wart ihr vorgestern noch mit diesem Esteban Loco mal Loco da unterwegs? Ja, ja. Und habt ihr mal was gezeigt? Ja, zwei Stunden, ey. Und, warst du so lange? Warst du überrascht? Ich glaube, der hat sich das einfach über sich ergehen lassen. Weißt du was? Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Ich glaube, der wohnt direkt bei uns im Möhropark an der Ecke. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Keine Ahnung, wo der wohnt. Ich weiß nur, wo er sein Büro hat. Ich glaube, der wohnt im Möhropark. Ich bin nämlich mal da vorbeigefahren, da standen so drei so, die genauso aussehen wie der alles so Kolumbianer-Mexikaner-Typen. Ja, das ist der Kolumbianer übrigens. Das ist ein Vollpfeifer. Schauen wir mal, Mann. Weiß ich nicht, ob das eine Pfeife ist. Wir haben ihm ein bisschen was erzählt. Billy auch. Ja, aber wie du schon sagtest, der hat sich das über sich ergehen lassen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Doch, doch. Das ist vielleicht ja. Je nachdem. Aber weißt du das? Was dann? Dass er sich über sich das ergehen lassen hat. Aber du hast mir das gerade gesagt. Ach so. Vor zwei, drei Minuten. Ja. Sorry. Ich bin nerviert, Mann. Ich bin, ich mache übrigens, bis Sonntag oder Montag bin ich dann ab heute, heute Abend, wenn ich dann weg bin, ich mache Olo. Echt? Am Grape Seat. Ja, ja. Aber man verdient, ey. Ja, Olof ist wichtig. Ich brauche frische Luft. Ich brauche frische Luft im Norden mal wieder. Ey, sagst du, 49 Dele Bobo G. Ich sage, wie es ist. Mann, ich habe dir gesagt, Mann, wenn der Typ, der gefragt wird, komm nicht einfach dazu. Boah, du bist echt. Wir sind doch Freunde. Ja, wenn doch die was machen. Ja, okay. Willst du 49 Dele Bobo G? Und Crispy auch? Kann ich mal drüber nachdenken, ja. Ja, aber nur, wenn es Cola gibt. Na klar, gibt es immer Cola. Ja, schauen wir mal, Mann. Schauen wir mal. So, ja, auf jeden Fall. Bald geht es eh ab nach Hogwarts. Abo. Ja, Mann, ansonsten, ja, haben wir jetzt wieder ein paar Drogen auf Lager. Boah, ich habe Dings, ne? Verarbeitet, Mann. Du weißt doch von unserem geheimen Krankenhaus. Ja. Da war ich heute mit der Kurz und Wakes. Und Dr. Chuck hat Coolein da drin im Lager. Ach, ja. Apropos, der Baker hat wieder Krieg mit den anderen. Warum? Jo, Mann. Warte, warte, warte. Crispy, erzähl. Ich muss jemandem ein Rezept schicken. Ähm, ich, was war da denn nochmal? Das war, äh, irgendwie das Baking ist, äh, Pillbox will irgendwie, äh, verbieten, dass Dr. Chuck Hustensaft verkauft. Genau so war das. Oder wahrscheinlich. Hä? Und dann hat der Sonn Dr. Chuck uns gefragt, ob wir da mal wieder ein bisschen reinhalten können und so. Das Pillbox soll verbieten, dass das Baker in Anglis Krankenhaus Hustensaft Koolin verkauft. Ja, ja, genau. Oder rausgibt am Patienten. Genau. Wir wissen aber schon, dass das ein Arzneimittel ist, ne? Ja. Deswegen. Was ist denn das wieder für eine dumme Scheiße? Ja, der hat ja auch ein Zählengeschissen, ey. Puh. Jawohl, ich glaube, wir müssen denen echt mal helfen, ne? Oder? Auf jeden, ey. Ja, ja, ja. Sowieso, Mann. Ich hab Dr. Chuck geredet. Ich mach jetzt auch ein bisschen Business mit Dr. Chuck, Mann, in Zukunft. Äh. Gesagt, Mann, wenn irgendwas ist, sollten wir die ersten Ja sagen. Wie lange geht das jetzt schon? Drei, vier Monate? Hm. Ja, und jetzt hat er, das DOJ will ihm jetzt wohl auch das irgendwie verbieten, Hustensaft zu verkaufen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Komplett krank, ey. Ja, Mann. Was kommt als nächstes? Verbände? Und dann dürfen die nicht mal operieren? Ich rufe jetzt Dr. Chuck an. Wie er gehört ist? Was ist denn da schon wieder los mit dem Pillbox? Warum? Weil ich gerade mitbekommen habe, dass da irgendwie gesagt wird, dass ihr keinen Hustensaft verkaufen dürft oder rausgeben dürft. Also Kuldein und so. Kuldein, ja, das hat aber die Staatsanwaltschaft, die hat jetzt die Hotel entschieden. Wie kann eine Staatsanwaltschaft, du hast die Department of Justice verbieten, dass wir Arznei rausgeben? Ja, weil das ja illegal ist. Also auch Arznei, wir wollten ja Arzneimittelstudien machen, also Dr. Chuck und wir dann auch. Das wurde erst mal verboten, einfach. Naja, was soll man sagen? Wie es wird verboten? Was ist denn das für ein Bullshit? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber die sind gerade allgemein etwas schwierig. Ähm, aber ja. Aber jetzt das Pillbox nicht, aber wir baiten jetzt das Pillbox, bis es zu macht, natürlich. Mhm. Die sind zur Zeit so ein bisschen lästig und wir kümmern uns jetzt um das Problem. Warum? Was haben die schon wieder gemacht? Ach, die haben wieder irgendwie irgendwas beauftragt für irgendeine Durchsuchung, einen Bake heroben und bei den Dr. Chucks räumen. Das Bake her wurde durchsucht von mir hin? Äh, ja, von der Staatsanwaltschaft. Warum das denn? Äh, weil da irgendwo angeblich, ich kann es nicht genau so ausdrücken, das ist ein bisschen schwierig. Sie haben bei der Inventur gemerkt, dass hier wurden... Ja, ja, ja. Oh Gott, nein. Oh Gott, oh Gott. Ja, richtig, 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 richtig. Oh nein, das ist nicht wahr. Doch. Oh Gott. Genau, und sie wollten, ne? Die werden halt immer dreckiger so und wir spielen jetzt halt auch ein bisschen dreckiger. Aber ist ja kein Problem. Ja, alles klar. Ich guck mal. Ja, ja, mach dir keinen Stress, das ist so weit. Okay, bis später. Ciao, ciao. Bye. Dein Schüchter. Roy, wenn ich dir das jetzt erzähle, ne? Ne, brauchst du nicht. Oh Gott. Ich weiß eigentlich alles, aber egal. Oh Gott. Äh, ja, ich weiß, hab ich auch erst gedacht. Ah, scheiß drauf. Ähm. Ich muss eigentlich ein Öl machen, Mann. Öl? Ja, dann bin ich Roy Öl. Ja, stimmt, wir wollten doch in diese Börse investieren. Ja, wenn wir jetzt ein Business haben bald, Mann, dann sowieso. Also, ich hab nur Geld, du, Burish. Für 80.000. Nice. Boah, das ist viel Geld, Mann. Ich hab noch 28.000. Die Frage ist aber, was ist, wenn wir das Geld investieren und die verstehen das? Dann sind wir gefickt. Dann töten wir die. Kennt ihr da irgendwelche Kontaktpersonen? Äh, da waren bei uns in der Grosse letztens so zwei Opis, die arbeiten da, glaub ich. Oder? Nee. Ach, keine Ahnung. Die waren ja von Willi, glaub ich. Hatte ich sehr größer, gleich schon. Ja, stimmt. Nee, die waren von Willi, genau. Hm. Ja, keine Ahnung, müssen wir wieder Molotows zusammenbauen, oder was? Ja, Mann. Also, ich glaub, wir müssen ein bisschen herpfleger mal sein. Sollten wir nicht mal diese Alte da rausholen? Oder die ganzen, ich weiß nicht mehr mehr, ob die nun da ist. Wer denn? Ich weiß nicht, wie heißt denn die Nummer? Ich kenn vom Bild. Na, die scheiß Scheffel da. Ach so. Das war nicht Amy, oder? Ja, das macht Johnny Laser für uns. Ja, wollte ich grad sagen. Johnny Laser ist der beste Mann, wenn wir irgendjemanden aus dem Schlachthaus brauchen. Ich hätt nicht gedacht, dass wir Johnny Laser mal brauchen. Oh Gott, wenn ich daran denke. Dass wir Johnny Laser brauchen? Nee, wegen der anderen Sache. Was? Ja, gar nicht drüber nachdenken. Oh Gott. IT ist halt manchmal scheiße. Das ergibt keinen Sinn. Arme Dr. Chuck. Ja, Mann. Dr. Chuck ist der Mensch. Also, dass der durchhält, ne? Das ist unfassbar krass. Ja. Aber würde ich auch, wenn ich jeden Tag 10 Valiums nehmen würde. Jo. Jo, Kroll, was geht? Viele hätten schon aufgegeben, Mann. Viele hätten sich schon erschossen wahrscheinlich. Dog Chuck ist immer noch da. Wer weiß was? Deshalb hat er wahrscheinlich auch Dings mit den Höschen. Ja. Wieso? Das ist ein Ausgleich. Ja. Hallo, Monster. Wenn telefoniert er? Mit dem Kroll. Die Chinesischen. Oha. Ich dachte, die ägyptischen wären die größten, die es gibt. In Bosnien gibt es auch welche, Mann. Ja. Also, wenn du willst, wir können gerne schnacken. Ich weiß nicht, was Roy hier erzählt hat. Die Europatik, hast du gehört? Das war eine ägyptische Wühlmaus. Oh. Jawohl, hat eine. Klingt die wohl sehr gleich, gut. Na ja, dann piss dich, du Bichser. Was bist du denn so, Mann? Hast du ja nicht wahr. Wo Skroll, wir holen den ab? Außerdem bist du auch immer so. Wo bist du denn? Ja, wo bist du denn gerade? In der Grotte? Ja, okay, dann kommen wir da hin. Dann können wir das ausdiskutieren. Einfach nicht in die Lichtung der Heilsamkeit. Wir kommen. Wir sind zwei Minuten da. Bei dem Lagersystem der Medics ist das so, wenn man ein E-Term in das Lager reinlegt, dann gibt es da eine Übersicht auf diesen Medic-Computer, wer was reingelegt hat und wer was rausgenommen hat, mit E-Term-Name. Ja, tut man da jetzt einen Joint rein, steht da in diesem System, der und der Arzt oder der und derjenige hat einen Joint da reingetan. Und anscheinend ist dieses Lagersystem auf beide MDs zusammen, also es gibt ja kein unterschiedliches, sondern das zusammengelegt, haben die dann gesehen, dass irgendeiner da was reingelegt hat in das Lagersystem und haben dann wieder das Department of Justice eingeschaltet, so von wegen, ja, die haben Drogen da drin im Lager. Und daraufhin ist das PD dann anscheinend da hingegangen und hat das alles durchsucht, Junge. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Als würde ein Computer das scannen und sagen, ja, der hat jetzt hier einen Joint reingelegt. Ich glaube, das System ist nur dafür da, um zu gucken, dass irgendeiner keine Medikamente klaut oder so. Also, echt tiefsten Respekt an Chaco und alle anderen vom Baker oben, dass die das immer noch mitmachen. Wenn das denn so ist, wie ich jetzt gesagt habe, ne? Wenn das genauso passiert wurde, aber so habe ich das jetzt verstanden. Das wäre dann in dem Fall ausnutzen, mit einer Spielmechaniker. Ich glaube, immer wieder extra Action, wenn sich da revanchiert wird. Aber wie willst du dich revanchieren dafür? Was willst du machen? Willst du hingehen und die Medics zusammenschlagen? Willst du die abknallen und so? Das sind die, glaube ich, ne? Was willst du machen, Alter? Was? Wie viele Autos hier stehen. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Kannst du ja da nicht, du kannst ja nicht in ein Krankenhaus einfach komplett reinhalten. Und du weißt ja auch nie, wer da da ist. Ob das Schäffe sind, ob das da irgendwelche anderen Leute sind. Man weiß es halt nicht. Und Taros, vielen lieben Dank für den Weezerbem Zweiten mit Bloodterail, Emote. Und Nitro, danke schon für den Weezerbem Zehnten. Ja, klar kannst du da reinhalten, Oma, aber wobei zwar da die Tickets dann reingeflogen kommen und so. Überleg mal, das ist schon drei, vier Monate oder so geht das schon. Mit irgendwelchen komischen Sachen und Sticheleien. Ich meine, Baker ist ja auch nicht unschuldig, ne? Aber die sticheln halt so auf RP-weise mit den Videos und alles. Keine Ahnung, was man da machen soll. Hä, wo sind die denn? Wenn da schon Dr. Chuck kommt und auf irgendwelche kriminellen Obdachlosen zugreift. Dann kommt die grüne Zone. Aber Medics sind immer so, ich kenne das gar nicht anders. So heftig jetzt, wie ich das jetzt hier erlebt habe, nicht? Aber Medics sind immer super weird. Aber da fehlt mir noch was. Ich glaube, ich frage mal nachher, also gleich unten zum, oh, da ist Curtis. Der kennt sich damit eh aus. Wo ist denn Roy und so? Wo sind die denn? Keine Ahnung, tot, glaube ich. Nee, wir sind gerade aufs Gelände gekommen, aber die sind weg. Ja, Anton ist auch tot, habe ich gerade erfahren. Ja, wie? Wie hast du an? Ich sag, bin stylisch. Danke, wie Anton ist tot. Grüß ich. Ja, das hat mir Fred erzählt. Nein, das habe ich nur so gesagt, Mann. Gott, oh Gott. Was haben die denn da schon? Ja, genau so habe ich auch reagiert. Ja, ja, wir pflanzen jetzt ein bisschen an, So ein bisschen Safe Group. Du, Curtis. Ja. Du, sag mal, wenn ich dir jetzt mal was pitchen würde, nicht? Der Dr. Chuck hat doch jetzt seine Apotheke, nicht? Ja. Und wo ich herkomme aus Deutschland, da verkaufen die in jeder Apotheke, na, nicht in Apotheken, aber so in jedem Kiosk und in jedem besonderen Laden, verkaufen die so CBD-Kannabisblüten, nicht? Die knallen überhaupt gar nicht rein, aber die sehen trotzdem, Und dann 0,01% Herzegalt. Die sehen trotzdem schick aus, wenn du dir in ein Tütchen rauchst, nicht? Ach, stimmt. Man könnte sagen, das geht nicht so auf die Augen. Wenn ich das importiert bekommen würde, dann würde der Dr. Chuck das doch bestimmt gern verkaufen, oder? Das kann ich dir nicht sagen, der verkauft aber auch schon so. Ähm, Joints und so, weil, ne? Ja, aber bei Joints höre ich immer, bei Joints höre ich immer Rumgeheule von Leuten, dass das denen auf die Augen geht, wenn die sich das reinpfeifen und so, und das kann ich dir versprechen, wäre bei CBD-Knospen wahrscheinlich nicht so, nicht? Weil das knallt nämlich überhaupt nicht. Da musst du mit Paletti quatschen. Ja, das, genau, das ist mein Plan, genau, das ist mein Plan, nicht? Taxi, Taxi für den Euro, das andere Mal beraten. Korrekt. Öl oder CBD-Knospen. Ja, alles mögliche. Und dann kein Effekt hat, wenn man die Knoten. Da muss man ein Tütchen draus machen, nicht? Wunderbar. Großartig, sehr gut, dass du da direkt so, wunderbar, Feuer und Flamme, Feuer und Flamme, nicht? Ja, wunderbar. Das ist einfach nur ein bisschen, das ist einfach nur ein bisschen Shit, einfach nur ganz normale, ganz normale Sativa, nicht? Sativa. Du hast die gekauft, nicht? Ja, ja, die gab's gestern unten wieder. Ja, ja, einfach einfach No-Name-Brennt vom Hafen gekauft, nicht? Wir haben hier bisher noch nichts selber kultiviert, so wirklich. Aber das kommt noch, du, das kommt noch. Ich weiß nicht, ob wir anders... Ja, korrekt. Na, generell, der Rest ist ja, der Rest ist ja offen, aber der Crispy hat ja auch seine eigenen Sorten, das spanische Trampolin und so was, nicht? In die Richtung, in die Richtung muss man ja auch immer mal gehen, nicht? Ist doch mal so, das verkauft sich besser. Ich gucke mir die gleich an. Ja, okay, oder? Leid ihr in der Grotte? Ja, wir sind hinten bei der Bar. Okay, bis gleich. Bis gleich, Baba. Die sind da in der Bar, Männer, kommen die mit? Ja, natürlich, du, natürlich. Vielleicht gibt's dann Caporin, ja. Ihm gehört denn eigentlich der Beetle da vorne, Sandro hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass er dem die Reifen klatschen will. Keine Ahnung. Wer ist sie, oder was? Ja, ja, der Hippie-Beatle da. Und wem gehört der Porsche? Ist das nicht deiner? Nee, meiner sieht, meiner sieht sehr viel rostiger aus. Das ist doch der Begatti von Johnny Hazel, oder nicht? Ich küsse dich zurück. Keine Ahnung. Nee, ich meine den Dings, den Kumade, der da gerade stand, in Weiß. Achso, das ist unser, das ist das VIP-Taxi. Ah. Ja, ja, Geschenk vom Paletti. Hier stehen eindeutig zu viele Autos. Ja, ja, ja. Ja, definitiv. Der Roy muss immer flexen mit seinem dicken Fuhrpark, nicht? Letztendlich. Aber ich sag mal so, nee, verherzt der Harz. Nicht verherzt der Harz. Beben. Ey, ich überlege mich, ob ich mir eine Stretch-Limbo-7 kaufe. Es ist gerade eine drin, von Gambino. Ui. Ja, das fände ich echt geil eigentlich. 80.000, so ein Hammer-Stretch-Limbo. Und dann gelb lackieren und noch so ein paar hässliches Dicket drauf und dann ist das ein Taxi-Taxi vom Euromobil für Luxus einsetzen. Aber dieses Taxi-Taxi-Ding ist jetzt Dings erlaubt. Naja, das ist, wir haben, also wir haben jetzt nicht direkt geworden, nicht? Aber der, im Nachhinein hat mich nochmal richter John approached und hat gesagt, dass wir da ruhig hätten in Revision gehen sollen, weil, naja, ich sag mal so, der Herr Ford hat kleine Eier und hat sich einfach nur an uns drangehängt, um uns irgendwie anzupissen, nicht? Und so hat das auch im Endeffekt, ja, und so hat das auch im Endeffekt der Herr Richter John gesagt, nicht? Der war dann auch so, hier, wir geben euch nochmal 10.000 Dollar jetzt. Und dann hat er mir einfach 10.000 Dollar gespendet. Geiler Sack, Alter. Fand mich richtig gut. Der fand dich richtig gut? Ja, der fand mich gut, der fand Fred auch vor allem richtig gut. Fred hat da so über über häusliche Misshandlungen geredet, was uns diese diese vermeintlichen Feministen immer einfach zweifel verschweiten wollen, Er wollte wissen, was der Fluchtservice ist. Korrekt. Na, dann hab ich erzählt, dass wir den Mason rausgeholt haben, als die Abigail die Töpfe nach ihm geschmissen hat. Bisschen ausgeschmückt. Hey! Grüße! Ja, Grüße! Jo, was geht? Was geht ab? Hello, hello, nicht viel? Boi! Ach, ja, so mittelmäßig viel, ne? Ich bin ein bisschen Toxie-Action. Arbeit und Geld verdienen. Fred, bist du schon, bist du schon, hast du dein Handy schon in die Leitstelle eingeloggt? Ja, freilich. Ah, wunderbar. Ich hab auch schon gepostet, ja, aber ich hab noch nicht geguckt, wie man reagiert hat. Schauen wir mal direkt nach, ne? Hast du, hast du schon das Bild von mir reingepostet? Nee, das mach ich später, das mach ich in der Stunde oder so. Ja, unser Marketing ist ja, unser Marketing ist ja höchst gestaffelt letztendlich, ne? Ja. Oh Mensch, Grüße Crawl, Grüß Kim, ne? Jo, was geht mein Bester? Alles gut, mein Bester, ne? Schicke Crossbodybag, schicke Crossbodybag, so eine hab ich auch rumliegend, aber die passen nicht so gut zum Jogginganzug. Ey, heute macht das Unicorn neu auf, ne? Ui. Ui. Gehört es nicht dir? Gehört es nicht dir und deinen komischen weißen Leuten da? Die weißen Wanderer. Die weißen Wanderer hat aber ausgewandert, ja. Was? Ausgewandert? So richtig ausgewandert oder wie? Nee, ne, ich hab ne Mauer oder wie tu es so, der macht keine Bilder mehr. Ach so. Und Adrian, danke, ich hab ne Mauer Musst man auch noch machen. Hi. Hausverbot und so, oder was? Ja, ja, richtig. Oh, grüß dich, Sandro, was ist los? Wir sind bei der Lustgrotte gerade, Wir spielen uns hier gerade ein bisschen gegenseitig und so. Grüße, bis gleich. Oh. Und, Kurtis, was machst du so? Ja, chillen, und du? Ja, guck mal hier, ich tanze richtig krass. Guck mal, Kurtis. Du tanzt doch gar nicht. Doch, ich tanze richtig krass. Wie viele Rocksäcker? Das sind die Moves, holy shit, Mann. Oh, siehst du? Oh, wie teuer war der? Ach, das war's schon, ich wollte nur tanzen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wie teuer war der Tanz? Warte, 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 warte mal, ich hab hier, noch kurz so eine Sache auf meiner Bluetooth-Box grad an, warte mal, hier. Ich geh mal kurz in die Grotte, mich erleichtern. Na klar. Ja, wie? Da darf man rein, Pessl? Was denn du her, Alter? Du, Maccarino, hast du zufällig Interesse an einem wunderbaren Produkt in deinem Club zu verkaufen? Einen Drogen? Ja, tatsächlich, wir werden heute, aber legal, legale Drogen tatsächlich, legale Drogen, die überhaupt nicht reinknallen, die Leute aber trotzdem sich reinpfeifen werden wie Sau, weil's einfach schön aussieht, nicht? Und weil's nicht so auf die Augen geht. Wir werden heute nämlich bei Paletti mal pitchen gehen, dass wir hier CBD Cannabis nach Los Andes holen, nicht? Ja, 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 warum nicht? Aber, aber illegale Drogen, brauchst du was? Äh, ich? immer, aber vorne bauen wir gerade erstmal an, nicht? Wir haben jetzt angefangen, unsere eigenen Sorten zu kultivieren. Da wird ja auch mal Zeit. Ja, genau, Maccarino, brauchst du was? Äh, tatsächlich, ja, komm, ich brauch heute auf jeden Fall was. Warte, wir weiter um den Sack gehen mit den Zetteln. Ja, was brauchst du denn? Also brauchst du jetzt für jetzt was oder für den Laden, Mann? Ähm, für den Laden haben wir, glaube ich, noch was. Ich hab keine Ahnung, wie viel. Ich hab nur ein paar Joints, man, das ist Royal Tomato Hazeman und Royal Grapezie, da hab ich noch zweit. Äh, da gib mir einfach mal hier. Nix mehr vom spanischen Trampolin, das ist jetzt aber schon länger tot, drei Wochen oder so. Ich hab noch ein bisschen Ecstasy, Mann. Scheiße, das ist echt? Ja, man gibt's schon eine Idee, man, da führen wir ja auch was haben, Ja, das sind rote Pillen, Ja, da musste man, da musste man hoch nach Essaytown, die haben da ordentlich was rumliegen am Papen, Also zum Viper. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Alter, ich hab so viel, hab ich gar nicht bei mir jetzt. Ja, kein Ding, mach's nicht später noch was. Ich zimm mir immer so eine Virginia Redwood Feuerstarter. Ja, Macarenos, was ist denn da jetzt im Unikum, was veranstaltest du da? Hm, also heute ist, glaub ich, normale Öffnung, da macht er aber Misshardt oder so, macht er irgendwas. Er ist Misshardt. Die Besitzerin. Ich dachte, du bist der Besitzerin. Oh Mann, hier, die hab ich gestern jemanden abgezogen. Die ist was wert, glaub ich. Kreise, echt? Ja. Clubkarte Pearls ist, glaub ich, ein bisschen was wert. Da zahlt's auch immer irgendwie nur die Hälfte Eintritt und so. Voll die Rabatte. Eintritt? Nein. Ich hab da noch nie Eintritt. Ich auch nicht, aber da gibt's so Vergünstigungen, kannst du bei Gewinnspielen mitmachen. Ich hab jedes Mal Eintritt da bezahlt. Ach, krall, ich auch. 500 Dollar. Also, liebe Freunde, die schließen da die Tür zu tatsächlich, wenn man nicht Eintritt zahlt, soweit ich weiß nicht. Die schließen schon zu, seitdem die überhaupt das erste Mal aufhalten. Damals wurden die 1000 Dollar Eintritt am ersten Tag, ich erinnere mich. Also, liebe Freunde, ich muss auch sagen, Kroll, man hat keine Freundin mehr. Das muss man sich erst mehr rausnehmen. Die Freundin von Kroll, Milliard, kurz vor der Heirat, er braucht jetzt unsere Hilfe. Ja, besser als Arbeiter. Scheiße, Kroll, du warst mit Milli zusammen. Verlobt. Wie war'n das? Ich hab' gehört, die ist so richtig krass. Ich weiß nicht was, zwei Wochen rein. Okay, mein bester. Distanz. wir waren nur über SMS. Ich hab' gehört, die ist auch richtig krass. Ihr habt wohl so'n übelstes Faible für hier Dings, für Theme-Parks und sowas, nicht? Hat' ich mir schlechter gesagt. Wie rast' denn da so rum? Wahrscheinlich Sandro will die wieder flexen, nicht? Gibt's jetzt auf jeden Fall Ärger, Mann. Hey, aussteigen. Grüße. Grüße? Wartet mal, Gentleman, ich bin gerade am Telefon. Wir müssen das Robberring noch um eine Sekunde verschieben, ja? Ja, natürlich. Danke. Jetzt hab' ich noch mal rein. Das ist eine richtige Penner-Hochburg hier geworden. Alter, hier waren gestern irgendwelche Leute aus der Southside oder Vespucci. Ja, Johnny Laser hat generell so alle Leute eingeladen jetzt hier mittlerweile. Das Cracky-Nantel ist jetzt wirklich das Cracky-Nantel. Da ist wirklich jeder Mann ist hier mittlerweile. Wunderbar. Ich werde heute anfangen mit sprühen, Mann. Wir haben ein Riesengelände, die ganzen Wände hier, die Steine. Ja, umso mehr mitmachen, umso schneller geht's. Ja, gemein. Ich mach mit. Nee, das machen wir gemeinsam dann. Wir müssen doch auch gucken, wo wir was hinsprühen und so. Ich hätte einfach über den Penis hingemalt. Nee, hier wird nirgendwo ein Penis hingemalt. Oder so ist, oder dein Sock, du kannst doch hier dein Sock-Ass hintecken. Das war alles so lustig, das wär's doch. Wir müssen auf jeden Fall Private Property irgendwo hinschreiben. Anarchie, die schwarze Null-Symbol, Mann. Ich will ein Tick-Tack-Toe-Symbol machen und so. Tick-Tack-Toe. Und wir brauchen ein Gemälde von dir. Skit, 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 nicht? Ja, aber wie gesagt, das ist kein Ding von zehn Minuten, ne? Ich kaufe und nicht gemietet. Ach, kacke, Sack. Ja, hättet auch nicht gemietet. So, das ist unsere Geschichte will ich hier verewigen, Taxi, Taxi, fünf Euro auch und so ein Shit. Mit Nummer? No, da weiß ich nicht. Freeway. Cracky Nettle muss hier irgendwo stehen, riesengroß. Ja, 51, 51 auch irgendwo groß hin taggen. 8, 9, 5, Mann. 8, 9, 5 erst recht. Also wirklich. Crackhaus, Mann. Crack, Crackhaus, Mann. Weiter zehn Minuten rafest den legendärsten, Mann. Ja, Chris B. Und Tim Miller. Was? Ja, Kim, du bist sowieso schon verewigt da oben am fucking Walker-Film. Du bist schon ein Gott. Wir wurden eigentlich auf dem Dach, werden die Sarchimila-Bowd eingestellt. Aufgebowd. Ja, auf dem Dach. Ist das da oben nicht, unsere Drogenküche? Ja, aber von wem ich kommt dann. Das hab ich jetzt wieder eingesammelt. Und Chris B. Wie läuft's eigentlich? Was denn? Naja, du hast doch da, wir haben das neulich mit, mit, mit Dings im Pool zusammengechillt und über die, mit Billy und über deine großartigen Kochküste geredet. Schwierig zur Zeit. Oh, wegen Aceton oder was ist da das Problem? Ja, diverse andere Sachen auch. Oh ja, natürlich. Ich hab immer wieder schwierig, immer wieder schwierig. In allen Stellen, wo man sowas herbekommen könnte, hab ich nachgefragt, gesagt, jo, wir haben hier Dreck vollgesprüht, wir würden das gern wegmachen. Ey, ey, was weiß ich für Geschichten? Kommst du nicht dran? Scheiße, naja, Tacke. Ach, Sandro, Grüße. Grüße. Wieder abgehoben. Sandro, ich hab dir das Tüten gesoffen. Präsentier uns dein Erben, halte das Baby hoch. Ich hab gehört, die Sketch App launcht in ein paar Stunden mit der Sandro Treglila, oder? Wirklich? Sandro Treglila. Ja, ich weiß gar nicht, wann launchen die? In einem Tag erst. Der Nevermind, doch nicht hinverstanden. Eigentlich ist er unser Geld in Gelb. Ey, wollen wir eben zusammenschmeißen und die Limo kaufen für Taxi Taxi, 5 Euro? Ja, ich bin eigentlich, wie teuer ist denn die? 80.000. Das heißt, er will 40. 80, oi, naja, dann haben wir das runter. Ich, ich mal, wir sind ja. Wir machen das so, ich ruf, ich hab davon schon angerufen, der ruft zurück, ich werd so richtig frech so 16.000 sagen, das ist ja richtig mad, dann rufst du an und sagst 24.000 und dann kriegt's Anrund ihn für 30. Ja, meinst du, dass es funktioniert? Nee. Wenn wir den jetzt alle die Runde rum anrufen und dem richtig freche Preise nennen, dann könnte das echt werben. Aber es wäre doch besser, wenn alle anrufen und nach dem Preis fangen und immer sagen, nee, zu teuer. Aber wenn dem 5, 6 Leute sagen, du teuer, das ist ja auch gut. Dann knickt er vielleicht ja ein. Guten Tag. Ja, aber noch ist noch nicht da. Also, wenn er da ist, dann würde er mich zurückrufen. Ich hatte seine Tipps da am Telefon. Dr. Chuck, herzlich willkommen. Prin sein. Danke schön. Haben Sie einen Stringtang an? Vielleicht. Was hab ich denn da schon mal damit bekommen, Dr. Chuck? Was denn? Na, irgendwelche Durchsuchungen im Baker und Department of Justice will verhindern, dass das Baker Kodin verkauft. Ja, Kodin wurde verboten. Hä? Aber was ist, wenn jetzt jemand ganz dollen Husten hat und Schmerzmelde braucht? Ja, frage nicht. Wir finden da schon eine Lösung. Vielleicht hat da irgendjemand Connections. Ach ja, bitte. Bitte. Ja, lass uns die Scheiße heute machen. Kommen Sie mal mit, die labern schon mehr zu viel. Sie kriegen ja auch nie den Kiefer auseinander. Aber wofür Connections, Dr. Chuck? Naja, hatte sonst das jemand erlaubt. Ich wollte doch nur Studien machen. Aber das ist doch ein Arzneimittel oder das ist doch ein Medikament. Ja, die haben mir einen langen Text geschrieben, dass Hustensaft quasi Opium ist. Ja, ach echt? Ja, ich soll mir doch um Cortison-haltigen Hustensaft oder so stattdessen umschauen. Also ist das Kuli nicht aus offiziellen Quellen? Wird das irgendwo Agnes besorgt? Also ich habe nur ein paar Proben geschenkt bekommen. Bezählen Sie nicht, da sind 40 Flaschen im Lagerbohns. Ich habe die nachgezählt. Ja, das ist die andere Geschichte. Nein, das soll den Palito Bay, wenn es gut geht, eine Apotheke kommen. Da wird einer von den Baker-Leuten noch hinwechseln und die werden dann auch einen Vertrieb haben. Aber da ist doch eine Apotheke. Ja, aber da wird eine größere Apotheke, so mit Lager und Ein- und Ankauf. Wie kompliziert willst du es machen? Die Department of Justice, ja. Nein, das hat nichts mit der Justiz zu tun. Aber die können nicht sagen, man darf kein Medizin verkaufen. Ja, weißt du, wenn die Apotheke dann da ist, dann schreibe ich den Leuten einfach ein Rezept, kommen sie sich dort. Da finden wir schon eine Lösung. Und was war mit der Durchsuchung? Dr. Chicken hat mir gesagt, dass da, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist so bescheuert. Guten Abend. Hallo. Da wurde irgendwas durchsucht, wegen irgendwas im Lager und da. Ja, du kannst es dir nicht vorstellen. Der Staatsanwalt und die Detektives und das MD laufen zwei Uhr in der Früh in der Nacht durchs Baker und klopfen alle Wände ab, ob dort irgendwo mein Lager ist. Jede Wand und jede Tür abgekloppt, um irgendwo mein Lager versteckt ist. Ja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die das andere Krankenhaus finden. Ich sage, wie es ist. das? Ja, aber ich habe dafür interessanterweise hat uns Paletti wohl ein individueller In- Genau, das hätte ich jetzt, genau, weil Roy hat nämlich, Roy hat die Kontakte dahin. Der kennt sich mit sowas aus. Wir haben jetzt ein Lager in der Praxis, das nicht im Computersystem ist. Und das heißt jetzt Dr. Kosch, also du solltest dir anschauen, vielleicht hast du sogar darauf Zugriff. Ja, Dr. Tagmann, ich habe das, ich habe so ein Rezept weitergegeben, Mann, für unser Getränk. Erstmal zwei Uhr nachts Durchsuchungspumps machen. Ich habe den Sprung, Mann, du hast den Hustensaft. Ja, viel habe ich nicht mehr, ich muss abgeben. Ja, ich habe da jetzt was angeleiert, Mann, du musst mir jetzt Nachschub liefern, das wird ein Verkaufsschlager. Ansonsten, obwohl wir steigen einfach in den Spillbox ein. Ja, ich habe die Schlüssel, ne? Ui. Mittlerweile ist mir scheißegal. Ja, was sollen wir machen, Doc, gegen das Spillbox? Also bitte keine Molotow-Cocktails. Also Waffen, verstehe. Ja, nein, das fällt auf uns zurück. Was mir heute eingefallen ist, es gibt neben dem Galaxy, gibt es so einen Minijob-Menschen, der heißt Smoke on the Water. Der hat so hübsche Autos, wo Free Cannabis draufsteht. und wenn wir von dem drei, vier uns nehmen würden und in Sicht weiter das Pillbox so hinten und vorne parken, dann wäre das eine gute Werbung für mich und würde das Pillbox ärgern. Das wäre sehr nett, wenn ihr mir da helfen würdet. Na klar. Doc, einfach nur fragen, Mann, wir sind dein Rücken, ja. Du musst an, wir haben, du sagst, ja, ich brauche euch, wir kommen, Mann, oder wir sagen, ja, wir sind gerade im Knast und kommen später. Also Leute, wenn es irgendwas krasses gibt, sagt Bescheid, Mann. Ja, Mann, ich habe übrigens ein neues Business, ja. Wie heißt denn das? Reuchstoffleuchten. Reuchstoffleuchten. Leuchten? Ja, Doc Chang, ich glaube, sie sind da viel zu milde. Ich glaube, langsam wird es meine Zeit, dass man richtig reinhält. Also musst du dich mit Mr. Chicken unterhalten. Der meinte, der fährt jetzt im totalen Medienkrieg. Klingt kaputt krank, muss man ehrlich sagen, Mann. Aber weiß man denn, wer halt auf Welle macht? Ist das immer nur diese Chefin? Ich weiß nicht, der Vize-Chef war wohl dabei. Das ist das, das ist das. Der Vize-Chef war wohl dabei bei der Untersuchung. Das ist der größte Kriegstummer der Stadt. Gott. Der hat ja die 82. Ja, genau. Jeder will das Monopol. Okay. Aber du kommst noch an das Zeug ran. Der Royal ist ein wahrer Entrepreneur. Künstliche Verknappung und so ein Scheiß. Das ist richtig gut. Ich verstehe kein Wort. So muss ich das machen. Wir gehen jetzt mal bei Benni's Geld eintreiben. Geh mal reinhalten. Grüße. Grüße, Mann. Wir hören uns. Jawohl, sogar dieser Vize-Chef war bei der Durchsuchung dabei von Mimli. Um zwei Uhr nachts. Okay, und? Das hat sich jetzt geklärt, der Herr Staatsanwalt. Lass das aus sich beruhen, dass das andere Lager nicht auffindbar war. Dass es jetzt zum Glück hat Mr. Lück mir das geklärt. Ich habe jetzt Ruhe. Ja, perfekt. Ja, finde ich auch. Trotzdem möchte ich diese Cannabis-Autos gerne ein wenig hinstellen, um sie zu öffnen. Hast du die schon? Nein, aber einen habe ich. Aber es kann sich halt jeder einen nehmen. Man kann sich die ausleihen bei diesem Job. Ja, klar. Ja, dann machen wir das doch jetzt direkt. Wir haben gerade Zeit. Irgendwo neben Galaxy. Entschuldigung, wir brauchen Taxi. Taxi. Okay, ich sollte mich nicht vor dem Pillbox sehen lassen. Du vielleicht auch nicht, Curtis. Nur mir ist doch scheißegal. Okay. Also ich bin ganz ehrlich mittlerweile scheißig drauf. Auch wenn die zum Dr. Chinken kommen und sagen, ich muss gefeuert werden. Scheiß drauf. Drei. Sollen wir dich schnell holen? Ost. 100. Alc, vielen lieben Dank für den Prime-Sub am 26. Einen Sack Zwiebeln. Scheiß Subarus, ey. Was war denn das für ein Ausbruch? Ich weiß noch, wir hatten doch reingebauten. X-Type. Du warst nicht mehr hoch. Man muss sich ja im Hauptmodul, ich sag's, wie es ist. Oh, es ist gut, dass man, wenn man Taxi-Leute als Nachbarn hat. Ich geh jetzt voll in die Front rein, ist mir scheißegal, ob ich gefeuert werde. Oder am Knast lande. Mal gucken, wie es morgen ist. Keine Kappe. Reustoff-Leuchten. Was denn? Nee, Reustoff-Leuchten. Reustoff-Leuchten? Oh, ich hätte gern zwei Grüne, wenn ich sie mir leisten kann. Du kannst sie bestimmt leisten. Ich weiß aber noch nicht, welche Farben, Mann. Sobald ich die hab, Mann, ihr werdet das alle mitbekommen, keine Sorge. Oh, cool. Die sind noch im Container, die werden gerade ausgeladen. Hab ich nur rum. Was? Ich habe noch ein Taxi gefragt. Achso. Ja, wohin müssen wir? Wo gibt's den Mini-Job? Neben Galaxy, hat Dr. Chuck gesagt. Wo ist Mili? Neben Galaxy. Du bist, äh, drei Plätze. Okay. Sehr zu schätzen, ehrlich. Wir hätten noch zwei. Ein Taxi ist leider noch beim Reparatur-Sorbus. Oh, nee, Notfalls auch drei. Nicht, Notfalls auch drei. Wir müssen nach Smoke und Water neben Galaxy. Ja, genau. Neben Galaxy, sagst du? Ja. Haben wir denn noch Platz zwei? Wo geht's denn denn? Ja, sollte klappen. Ja, Dr. Chuck fährt ja wahrscheinlich mit seinem Mord, oder? Oder, nee, wenn nicht. Komm, moppelt hier. Achso. Aha, sexy doch. War weiswortig. Ja, mach's nicht. Ja, schreit jetzt, ja. Achso, ja. Ist noch Platz bei dir hier? Maxi, Grüße. Ach ja, wunderbar. Ja, perfekt. Dann machen wir das. Ich ruf dich gleich noch mal zurück. Ja, wir haben noch kurz zwei Reste. Oh, Sekündchen. Grüße, Gemüse. Kann noch mal jemand aussteigen, der hinten sitzt vielleicht? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, klar. Na, wunderbar. Dankeschön. Schnell noch gehen. Die Scheiß-Kleine sollen bevor sie dann die stellen vom Perlbox. Ja, das weiß ich nicht. Ja, das kann Dr. Chuck machen. Na, dann fahren wir los, oder? Na, dann zünden wir mal linken an, oder? Ja. Ach, Taxi, Taxi, für eure immer wieder ein Erlebnis. Ja, kannst du wissen. Pass mal auf jetzt hier. Pass mal auf. Jetzt mach ich nämlich immer die Auspuffklappe auf. Komplett krank, oder? Komplett krank. Ganz anderes, ganz anderes Gefühl hier. Ui. Oh Gott. Aber was wollen sie machen mit dem Scheiß-Buster die Bullen? Komplett rüber. Jetzt sind wir zu einer Nerf-Felde, Alter. Aus dem Weg, da umschauen. Zu weit. Bitte? Schon okay. Zu weit? Oh Gott, Alter. Nach da vorne, sagst du? Ja. Auch kein Problem. Stimmt, da ist er jetzt auf Chuck, dann kann ich ihm direkt machen, euch die Idee brechen. Ja, wäre das richtig. Oh, vielen Dank. Taxi, Taxi, 5 Euro. Dankeschön. Die mach ich noch her. Grüße bis Ende. Ne. Merkt euch. Taxi, Taxi, 5 Euro. Taxi, 5 Euro. 5 Euro. Wunderbar. So, wo ist er denn jetzt bezichtigt? Sie sind gefahren, da? Ja, ja, der Blonde ist gefahren. Kann ich mal mit Ihnen sprechen? Ja, der. Sie sind doch gerade aus dem Fahrer sind ausgestiegen. Ich bin nicht gerutscht. Oh, die sind geschleppt werden, aber das ist hier gut sehen. Ja. Hervorragend, Taxifahrer. Eins im Ausgang. Ja. Schmugg und Wurte. Ja, ich will auch, ähm, arbeiten für dich. Maxi Milan. Ich hab keinen Job, schwöre. Ja, danke. Ja, ich, ja, ich bau dringend Geld, weil ich ein Verlogos-Tring kaufe für meine Pferde. Kommen Sie, Dr. Chark. Schmugg und Wurte. Was ist denn hier? Ähm, da waren doch diese Streetwerker drin. Hi. Und jetzt irgendwie vielleicht gehören der auch zu Human Labs oder so. Oh Gott. Ihr fahrt mal vor, Kurtis und so. Okay, bittet's. Warum? Hauen. Dr. Chark? Also, äh, dass wir zwei vor des Pilbocks stellen und zwei beim Hintereingang. So in Sichtweite. Aber nicht im Parkverbot, dass sie gleich verschwinden. Okay, mal, du. Ich will den Wur an. Äh, vielleicht fahren wir zum Hintereingang. Ja. Ähm, Dr. Chark möchte, dass zwei Karten vorne stehen und zwei am Hintereingang. Ich fahr mit Dr. Chark am Hintereingang. Ja, wir fahren erst mal alle euch hinterher und dann machen wir das schon. Okay. Was, was sind die da eurem Schleppen? Ja, deswegen schauen wir, dass wir nicht im Hintereingang im Hintereingang stehen. Nein, links ist nur geil. Nein, nein, fahr weiter. Fahr weiter, wir bleiben hinten. Okay. Weil kommen die Leute alle auf die Idee, dass es hier Rezepte gibt und dann müsstest du das Billboxen zu mir schicken. Und da steht auch schon einer. Ja, das ist meiner. Wo kann man hier stehen, den Legan, vielleicht gegenüber. Da sieht's jeder. Pia? Ja, genau. Ja, schön her so, ne? Genau. Oder ein Stück weiter. Ja, genau. Ja, genau, gut. Hier ist auch noch. Perfekt. Okay. Der andere kommt ab vorhin auch schon. Ja, spähen vielleicht ab. You shall not pass. Ja, genau, M4 hier hin. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Da ist mein Rock hochgegangen. Ich weiß nicht, ob man die einfach mitnehmen kann. Also spürt sie bitte zu. Ich hab' er beschossen. Ja. Mein ist abgeschlossen. Mein auch. Wunderbar. Dann gehen wir die Treppe da hoch. Ja. Können wir uns das Taxibild abholen? Schmelk und Wurter. Ach so, Pissnelken. Die sind bestimmt mega angefressen, weil die jetzt hier unten noch ein anderes Krankenhaus ist. Ja, natürlich. Dabei hab ich extra auf eine Garage verzichtet. Wo ist denn eigentlich Dr. Chuck's Zeugstelle? Da vorne. Ja, da vorne. Komm mal mit. Moment, und Kim Kumaul noch. War nicht schon da? Ich glaube nicht. Ich danke euch vielmals. Na klar. Bonus Problemus. Kim bist du Backpack Rapper? Nee, Loot Boy. Loot Boy? Ja, richtig. Taxi, Taxi, 0 Dollar. Taxi, Taxi, 0 Dollar. Chris B. Wollte von Dr. Chuck die Dings sehen. Was meinst du? Na, diese Leitstelle, Dings, ja. Leitstelle. Wo ist denn die? Na hier, rechts direkt, guck mal. Da steht Dr. Chuck. Geil. Geil. Voll geil. Besser geht's ja nicht. Korrekt. Ach, und hier steht auch einer. Geil. Dr. Chuck, ich finde, wir sollten noch einen Feuerwehrwagen hinstellen. Ja, wir haben jetzt einen Feuerwehrwagen. Den sollten wir unten hinstellen. Nein, dann lasst es oben, dem freiwilligen Feuerwehrwagen. Ich denke, jetzt er machte mal eine Feuerwehr fest. Ja, Sandro? Ja, da ist die freiwillige Feuerwehr. Wo ist Kroll? Der wurde doch eben noch eingebuchtet von den Bullen. Wegen dem Taxi-Ding. Der hat Handschein anbekommen. Ja, ich habe ihn ausgelacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie cool ist das, bitte? Nur mal kurz mal, wenn die vorbeifahren, was die anderen da machen. Für Fortnite. Oh Gott, oh Gott. Alles gut, Mann. Oida, wo ist die Geld? Gott, die Neid, die Leberbergie. Hitami. Was geht ab? Wo ist der Schutzgeld? 60.000 oder so. Warte, gib mir das Schutzgeld. Hier, alles was ihr habe könnt. Alles was ihr habe. Ja, per. Okay, okay, okay. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich nicht. Was sind denn nur zwei Pennies? Ja. Wir springen jetzt mit der Roxy. Es kann wirklich nicht sein. Wir sind aus Business-Terminen wegen den Lampen. Verstehst du? Wir sind hier wegen Kaffee. Wir wollten nur mal gucken. So, ich dachte schon, ihr wollt hier ganz komische Geschichten abziehen. Naja. Nee, wir mischen uns da doch nicht einig, bitte dich. Genau. Nämlich unser Business. Grüße. Ja, noch. Grüße. Der hat eine echt coole Kette da vorne. Würdest du die haben? Ich bin halt überlegen, ob ich den abziehe. Hentgen? Nee, kannst du greifen und abhauen, ne? Ja, die ist bestimmt fest an seinem Hals. Ah. Wir werden für so eine Röhre auch noch ihr letztes Hemd bezahlen, das sage ich dir. Ich habe ein wenig Schwefelsäure und Aceton geschenkt bekommen. Jo, Aceton ist cool. Dr. Chuck, Mann. Dr. Chuck. Da bin ich genau dein Mann. Ach so, ja. Ja, könnt ihr gerne. Ich brauche den Scheiß. Ja, dann lass uns in die andere Praxis fahren, dann kannst du was haben. Okay. Sollen wir alle fahren? Ja, von mir aus. Das ist so heiß, Mann. Dann steige ich direkt ins Auto. Hat zu tun, ist ein Nagellattenferner, ne? Ja, genau. Auch sehr gut bei dem Modellbau. Immer so kleine Plastikschiffchen, die Farben verdünnen. Schiffchen? Ja, genau. Schiffchen. Ja, wenn du so eine kleine Bismarck bauen würdest du oder so. Schiffchen. Weißt du, wo das das war? Ja. Ach, stimmt. Schiffchen hat sich da, hat sich jetzt mal nur Gesicht, okay. Hallo, Edel. Die vielen. Funfig und die vielen. Es gab Pargaming. Vielen lieben Dank für den Prime im zweiten Monat. Dankeschön für den Support heute wieder. Ihr seid großartiges Publikum. Großartiges Publikum. Die vielen. Ich weiß den Kohl du ihn auch. Oh boy, oh boy. Yo, yo. Ah, es ist auch der Zeit. Jo, ist das denn für eine Klinik, oder? Das ist unser Krankenhaus. Ja. Prostikale. Das ist etwas andere, wenn du verstehst. Bin ich hier beim Schlachthaus? Ich dachte, das war eine Pillbox. Wir haben hier sogar eine geile Zählmaschine. Say hello to my little friend. Pülener ist ganz Kokain. Ja, ich glaube, Chuck besorgt uns ja gerade was, sozusagen. Ja, ist am Telefon. Lass ihn doch telefonieren. Wir haben sogar ein Geldautomaten. Den können wir aufsprengen und ich kann keiner rein. Apropos Geld sprengen. Warte mal. Ich hab mich gerade dran, er mit Geldautomaten sprengen. Wollen wir noch einen Angriff nehmen? Aber dann haben wir noch versucht. Schöne, danke für den Prank 53, ne? Vielleicht brauchen wir ein Brecheisen oder irgendein sowas. Ja, oder irgendeine Stickstoff oder so, keine Ahnung. Oder eher die Bohrer, könnte man mal versuchen. Oder wir holen so einen Picker mit der Kette rum oder... Also, in Almanya, in NRW machen die das mit Stickstoff. Hab ich gelesen. In einem Forbes-Magazin. Ja, hast du Stickstoff jetzt? Nee. Vielleicht hat Dr. Chakos. So Inger sprengen wäre schon cool, ne? Ja. So Algeweiner-Geldautomaten mal ein bisschen... Ja, ja. Ich kann noch mit dem Auto dagegen fahren. Da sind Millionen drinnen liegen, ne? Aber ein paar hunderttausend oder ich meine ein paar tausend Dollar... Reicht ja auch, ne? Da Kicker. So, wer möchte das... Kannst du den Roll geben? Ja, nimm das. Der kannst du hinten reinstopfen. Wiener schön. Jo. Hat er kein Nizler? Stopp hinten rein in den Rucksack. Ja, auch mach ich. Ja, perfekt. Okay, Doc. Ich muss dich das fragen. Woher hast du das? Das hab ich geschenkt bekommen. Ja, okay. Aber mir wurde gesagt, das ist ein einmaliges Geschenk. Ich habe Chris-Kreff. Von wem denn? Von wem denn? Von wem denn? Ja, von den Leuten, die dann die Apotheke machen wollen. Diese... Ist das Maryweather? Was? Oha. Die wollen eine Apotheke machen, oben in Paleto? Dr. Chunk? Wie cool ist das bitte? Das kannst du auch noch hören. Danke, Mann. Dr. Chunk? Ja, du finanzierst gerade den ganzen Krieg gegen das Pillbox, Mann. Wir nehmen nie wieder Geld von dir, Alter. Äh. Ich schon. Ich nicht. Hallo, Stank. Ach, Mann. Ich bin keine Molle drauf. Äh, hallo, Unbekannt. Hier ist Ungeduscht. Hast du noch eine Schwefelsäure? Ah, hatte ich schon. Ja. 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 Bitte schön. Okay. Ja. Naja, ich glaube, das ist nicht das, was ich brauche, aber... Ja, hallo? Ich glaube schon. Hallo. Das ist das, was ich habe. König, hast du da einen Vape-Pen? Was habe ich? So einen Vape-Pen? Ja, ich probiere das mal aus. Nee, oder? Sieht so aus wie so ein Vape-Pen. Ja, vielen Dank, Dr. Chuck, du hast... Du hilfst mir da echt weiter mit dem... Okay. Okay, aber wie gesagt, ich... Ja. Ja. Dankeschön, Dr. Chuck, dass Sie mich ignorieren, Sie Penner. Ich kann nicht fünf Leute gleich... Ja, wer macht denn jetzt die Apotheke Meryl, oder? Keine Ahnung, also wir... Haben Sie das gerade gesagt? Naja, ich weiß nicht, wer die beauftragt. Stimmt, wenn ich die mal solche Frage... Ich dachte, wir erzählen uns alles. Nein. Ja, wie nein? Jeder braucht seine Geheimnisse. Nein, aber manchmal weiß ich selber nicht Bescheid. Und dann rede ich Blödsinn und dann höre ich es nach. Viel oder später sterben wir so oder so alle. Nein, das stimmt nicht. So, jetzt bräuchte ich jemanden, der uns zu dem Ball ausfährt. Die brauchen ärztliche Hilfe. Macht der Ball bestimmt. Schon ein bisschen ruhig, oder, Chad? Findet er nicht auch? Die Jane Scalettini. Nix Fortnite. Roy? Ja? Fasst uns bitte zu den Ball aus. Ja, klar. Kim, komm, die Tür schließt sich sonst wieder ab. Los, Kim.com. Moment, warten Sie kurz. Wer ist denn da? Der Staatsanwalt, ich muss kurz euch alle verpfeifen. Moment. Ruhe, nix schmutzneid von der Beste, Alter. Was sagt der da, Chad? Der Kaiser, sag mal. Hack den doch, boah. Bleib einfach hier, ich pol dich gleich ab. Alles klar. Oder willst du mit? Ich habe extra gesagt, weil es ja direkt am Weihnachtstag waren, habe ich eine Fristverlängerung beantragt und dann habe ich im Abzug alles bezahlt. Boah, ich meine, ich habe ein bisschen eingetragen, aber ich habe nicht eingetragen, aber ich habe ihn telefoniert und habe die Straftabiche, ähm, alles bezahlt. Auch teuerhaft nicht offen sein, aber ich warte auf Travis Scott. Von dem Baum, Bernd, komm, wer? Was meinst du, wo du oben? Das hier ist so ein Privatding, wo wir gerade waren. Dr. Chuck hat nur eine Anlaufstelle in der Stadt für sich, weil der ist ja Hausarzt und alles bleibt beim Gleichen, beim Alten, ne? Ja, aber vielleicht kommt Travis irgendwann wieder. Die Pestdinger kamen ja auch wieder nach 1500 Tagen. Hm, Dr. Chuck, wann gehen wir wieder angeln? Ja, jetzt hause ich ja gleich neben den Stadtpark. Ich war schon angeln. Stimmt. Ja, das ist ja toll. Ich brauche jetzt kein Auto mehr. Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt. Das ist auch cool. Achso, mit dem, keine Ahnung, was wir da machen. Das ist immer schwierig, gegen Medics zu hacken. Hallo, HT. Und hallo, Mr. Vio. Wie geht's, Miele? Oh, der geht's gut. Aber die ist in der 49er, der Bob G. Die hat eine Sucht entwickelt. Das verstehe ich nicht. Nein, das ist so ein Computerspiel. 49er, der Bob G. Ich glaube, sie ist computersüchtig. Das ist eine Nicht-Lambardale, Lampedusa. Nee, das ist ja von Mr. Bobitz da. Von Dr. Bobitz, erzähl dir mal nur Quatsch. Der ist mit der Puffmudi aus dem Munikon zusammen. Oh, hä? Der Chicken hat das schon oben oder noch einen Bonus. Ja, hast du eigentlich bezahlt? Oder welche Haftanheiten hast du bekommen? Aus Stream-Elements ist keinem. Das hat mehr. Willfeld am Scheiß. Und da mache ich Sozialstunden. Drei Stück. Einer muss ich noch. Angeblich bin ich jetzt, bin ich gesucht. 300 Haftanheiten habe ich am Hals. Dann mach mal kurz Handschufe rauf. Ähm, wegen der Hilfe angeht, ich habe es nicht bezahlt. Die 17.500, aber ich habe euch doch alle verpfiffen. Ja, wie? Hatt ich nicht. Also wir saßen alle, wir haben das abgesessen schon. Ja, richtig. Ich habe es eigentlich mit Bruder, alles, die eigentlich gesagt, die waren nass, die waren nass und die haben das so und so alles gemacht. Und mein Ding war es nicht, kommt doch raus. Danke für das Rubbel los. Nee, warte mal, willst du dich herausgelassen werden oder musst du noch was erledigen? Ich muss noch ein wenig was erledigen. Warte mal, warte mal, Doc, Chuck, was? Nein, das reicht schon, danke. Sollen wir auf dich warten, oder? Nein, holt Kroll. Ich komme hier selber weg, danke. Okay, danke, danke, Doc. Kusschen, Mann, du hast mir echt mal nachgedacht. So weit, Doc, du Chuck. Das ist ein Kreuz im Mirror Park. Bei 60, 39. Aber Kim, denn hast du voll den schlechten Deal ausgehandelt. Für die Ölfett-Sache habe ich mal 10.000 bekommen. Ich weiß gerade nicht, was du meinst, Bruder. Ja, ich habe da irgendwie 12-fache Besuch auf Officer und sonst wie ein Scheiß. Ich habe nur 10 bezahlt. Ich habe gar nichts bezahlt, nur Sozialstunden. Ich habe mich im Mülltonnen versteckt. Ah, da habe ich welche Wendel hochkuckbittel. Aber wer schreibt bitte eine SMS am Weihnachten, welche? Ja, ja, ja. Ja, Mann. Die sind komplett krank. Ja, Mann. Voll die Opfer, die an Weihnachten unterwegs sind im Start. Ja, und angesehen, oder so. Und dann angesehen. Total krank. Absolut krank. So, wo ist der? Der hat schon GPS angegeben. Okay, Mann, ich habe noch was für dich. Das ist genau dein Ding. Ich habe einen Job. Okay. Warte mal, bevor wir Kohle abholen. Hey, der hat noch eine SS-Tripe. Aber 27. Natürlich habe ich die nicht gelesen. Hier. Genauso lang. Wir müssen die Grundstücke jetzt schon verkaufen, bevor die Häuser fertig sind. Und wir sagen, die werden noch dieses Jahr fertig. Und dann kassieren wir schon die Kohle. Ja, genau, sonst steht 5.000, 10.000 Dollar. Bla, 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 Kim. Natürlich kriegen wir das hin. Genau, ja. Kein Problem. Was ist denn hier? Weil wenn wir nicht mit illegal Geld verdienen können, müssen wir halt halblegal illegal Geld verdienen, Mann. Weißt du, Straftaten hast du... Man wird nur reich mit Straftaten, ganz ehrlich. Ja, wenn wir das andere... Ja, mit Harder Money, ne? Harder Money. Oder so. Wo ist er denn jetzt hier? Und hier vorne, glaube ich, wohnt dieser Dings, Roy. Dieser erste Bahn. Jetzt auf der linken Seite links und dann auf der rechten Seite direkt. Ah, da vorne steht er. Ich sehe ihn schon. Ach, der wohnt hier. Geiles Haus, Alter. Und Trinkole! Hast du da dein Haus hingestellt, Kroll? Ja, hier ist nichts, ich baue noch. Also ein paar Steine liegen schon. Also dauert noch. Ich bin nicht so gut in den Häusern bauen, deswegen steht nur so ein paar Dinger da. Und Kursch, danke für den Prime 27. auch, hallo. Junge, cool, Alter. Okay, das war's, ich stelle mich komplett vor. Du brauchst eigentlich ein Zelt noch und so. Ja, hab ich, aber das ist grad drin. Ist ja warm wieder jetzt. Ja. Ah, unbekannt, ruf mich an. Ihr könnt mal hier da ohne mich losfahren, kann ich ein Lernungsgespräch sein. Das ist Millie? Unbekannt, hier ist ungeduscht. Ja, ich hab die Kohle jetzt nicht. Was brauchst du? Ja, ich komm mal zum PD-Mann, bis gleich. Ja, die haben jetzt meinen Revolver doch mal. Soll ich den Revolver nehmen oder soll ich jetzt das Geld behalten? Musst du wissen. Warte mal, du musst Geld dafür zahlen, um den wiederzubekommen. Nein. Ich wollte den gestern abholen. Und die haben mir gesagt, die Asservatenkammer wurde gelernt. Und dann hab ich gesagt, die hat 17.500 Dollar gekostet. Obwohl die ja geklaut war. Aber wenn du jetzt den Revolver wiederbekommst, dann nehmen die den nicht mehr wieder ab. Also du könntest jetzt quasi 17... Also wenn du eine Straftat begehst damit, klar. Ja, aber ansonsten nicht. Nee. Dann würde ich den Revolver nehmen. Du bist der Baron. Du brauchst so eine dicke Wumme. Das ist doch super einschüchternd. Ja, aber die Frage jetzt, Mann. 17.500, Alter. Oder wir besorgen den Neuen. Ja, woher denn? Keine Ahnung, irgendeiner im Norden hat bestimmt einen. Nein, Mann. Ich hab den aus so einem... Gebäude geklaut. So halbe Bank, Schließfach, CIA-Shit, yo. Ja, dann würde ich den Revolver nehmen. Scheiß auf die Kohle. Aber wir sind jeden Tag so oder so unterwegs zu machen, Geld. Oh, Waffe immer vor Geld, Mann. Also Hashtag meine, Mann. Ja, und das ist auch schon... Ja, das ist eine krasse Waffe. Genau. Einfach nur zum Flex, Flex. Genau. Äh, ich konnte es doch mit dem Stadtteil klären, der Dealer hat, äh, doch gegriffen. Hat sich nur vergessen. Du nur einzutragen. Haha. Ich wüsste mich, ich musste nichts zahlen. Ich muss auch nichts zahlen. Ja, aber du musst es aber Sozialschluss machen. Ich muss es gar nicht machen. Oh, das macht Spaß. Ich glaube, bei mir hat es auch Spaß gemacht. Hat sie auch Spaß gemacht, mir Loser hinterher zu rufen? Echt, ey, du bist voll gemein. Erstens... Model Gunse, Junge, was? Ja. Und zweitens... Ja. Weck ich mich hin. Ah. Oh, was ist denn das für eine Karre? Warte, die lügt da drauf? Shit, man. Das ist viel zu viel Geld, Alter. Nimm den Revolver, ich geb dir 10.000. Echt? Ich nehm den Revolver so oder so. Na größer, ich muss kurz an Geldautomat. Jo, kein Problem. Komm, ich... Der laut redet, aber nichts. Hing auf. Das ist ein Instrument her. Lügen. Warst du gestern bei Moales? Hä? Warst du gestern bei Moales? Wann? Warum? Na, wegen deinem Event, du Trolle. Ähm, scheiße, nein. Oh Gott, was ist denn da? Hahaha. Warst du überhaupt gestern unterwegs? Ja, ich hab vergessen, Gerdis. Ich ruf den Mann, okay? Ich mach neuen Termin. Oh, scheiße. Ja, scheiße. Bist du im PD? Ich bin grad für im PD. Aber Gerdis, du hast gesagt... Du hast gesagt, das machen wir zusammen. Und dann hast du einfach... Geist, wenn ich im Stich... Nee, ich konnte gestern nicht rauskommen. Ich hatte keine Kraft. Weißt du, ich bin so wegen Psyche, Psyche. Gerdis, Gerdis? Ja. Ich... Ich hab Rätsel für dich. Ähm, Wasser. Die Crew trinkt Wasser. Oh Gott. Nein. Ein anderes. Ich ess meine Suppe mit einem Löffel. Nein, scheiße. Ein anderes. Ja, was denn? Nein. One for the pinky, two for the stingy. Ja, scheiße. Nein. Noch weiter, weiter. Na, dann sag doch. Nein, ich muss dir das mal. Dann komm von PD. Okay. Okay. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Mit Fritten. Was? Oh, das ist der Walker. Ja, ja. Kannst du auch gut kochen, Kim? Ja, kann ich. Oder schau, ich spielst du nur, dass du gut kochen kannst. Ja. Mir wurde erzählt, dass er ein Chefkoch ist. Ja, für was? Sogar so ein... Wie heißt sich das? Diese Sterne, die man vergift. Michelin-Stern. Michelin-Sterne. Hast du schon so eine? Ähm, noch nicht. Mir wurde nicht abgeerkannt. Da, da, da. Kannst du mir aber mal so ein Viech-Minute machen? Viech. Äh, natürlich. Kann ich gerne machen, ähm. Kein Problem, krieg ich hin. Wunderbar. So richtig schöner, gegrillter Viech. Was ist nicht los, du bist im Hacker? Ähm, da. Alles, was sie möchten. Was würdest du dazu für einen Weinepferd? Hi, Gerdes. Hallo, Pender. Einen trockenen Rotwein, ma'am. Ist beim Pfeil schon. Rotwein zu Fisch? Ja. Ach, geh mir aus dem Licht. Okay. Hallo, Gerdes. Ja, du bist ein Rätsel. Das geht auch voll klar mit Rotwein zum Fisch. Ich habe ein Rätsel. Er sagt aber nur so, Weißwein nur zum Fisch. Ah, uh, uh, so Wildfleisch, uh, nur Rotwein. Bullshit. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich habe Bock auf Rotwein. Rotwein? Ach, Wein schmeckt scheiße. Wein schmeckt scheiße. Jetzt sag mir dein Rätsel. Okay, pass auf, guck mal. Ich meine es hier auf. Dann guck mich einfach an und dann machen wir das. Kannst du sehen? Ja, das sind Frauen mit Superbusen. Ja, gut. Das ist das falsche Mal. Halte Superbusen. Ähm, hier. Komm mal, die man schöne Seite, bevor ich mich vergesse. Ich meine, es ist ein super geiles Rätsel. Okay. So, pass auf. Pass auf, dass der Woka nicht mitkommt. Nee. Ähm, pass auf. Ein Mann wohnt im Penthouse am 24. Stock. In was für einem Penthouse? In einem viereckigen. Viereckig. Okay. Das ist ein, 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 ein Penthouse, der wohnt im Haus mit 24 Stocken. Okay. Ja? So. Und wenn der nach Hause will, dann fährt der immer nur bis in den 18. Stock. Mhm. Und läuft die letzten sechs Stöcke zu Fuß. Hallo. Außer wenn es regnet. Wenn es regnet, dann fährt er direkt durch in den 24. Stock. Warum? Hallo. Also, ein Mann wohnt im 24. Stock von einem Penthouse. Ja. Ja. Ja, weiter. Ach so. Also, der wohnt im 24. Stock. Und wenn der dann nach Hause fahren will, geht er in den Aufzug und fährt aber immer nur bis in den 18. Stock. Ja. Und zu Fuß läuft er die letzten sechs Stöcke dann im Treppenhaus. Ja. Bis er in den 24. ist und dort wohnt er halt. Außer wenn es regnet, dann fährt er direkt durch in den 24. Stock. Wenn es regnet. Helena, tut mir leid. Tut mir leid, Helena, Mann. Ja, aber nur wenn es regnet, macht er das. Das ist doch einfach. Ja, sag mal. Ähm. Äh. Also, der wohnt im 24. Stock. Ja, hervorragend. Und wenn die Sonne scheint und so und der nach Hause kommt im Fahrstuhl, fährt er aber immer nur bis zum 18. Außer wenn es regnet. Dann geht er direkt im 24. Ja. Dann ist er vielleicht zu klein und benutzt Regenschirm, um auf die Taste zu kommen. Vielleicht kommt er nicht an die Tasteramm vom 24. Stock. Kommst du? Ja. Klingt gut. Ist leider falsch. Okay, und wie ist das die Auflösung? Die. Also, erst mal habe ich eine Frage. Kannst du das? Weil du die Lösung da, das ist. Nur, das ist logisch. Okay. Dann ist leider falsch, Katz. Es ist leider falsch. Dann gehe ich jetzt. So. Das ist gerade abholen, Mann. Da will ich mich doch verarschen, Penner. Warum? Der hat mir ein Rätsel gegeben. Ein Mann wohnt im 24. Stock von einem Penthouse. Ja. Und jeden Tag, wenn er von der Arbeit kommt, kommt er aber nur bis in den 18. Stock. Außer den Tagen, wo es regnet. Dann habe ich zu denen gesagt, vielleicht ist der klein. Und wenn es regnet, hat man den Regenschirm dabei. Und vielleicht kommt der nicht an den Tasten ran. Außer wenn es regnet, bei ihm hat der Regenschirm dabei. Und dann kann er den Regenschirm benutzen. Penner, du bist ein Betröger. Ich glaube, dass die richtige Antwort ist, der Mann fährt immer, der hat eine Affäre im 18. Stock. Was? Der hat eine... Der hat eine... Das ergibt keinen Sinn. Ja, warte. Warte. Der hat... Der hat... Also, der hat eine Affäre im 18. Stock. Außer wenn es regnet. Außer wenn es regnet. Immer wenn es regnet. Muss ich an dich denken. Immer wenn es regnet. Muss ich an dich denken. Ja, was ist nur Scheißpinsel. Au, NNR. Okay, tschüss. Auf in den Arsch. Ich mache den Fischhandel auf. Und dann den Roy Al. Ja, Roy Al. Viech-Restaurant. Ja. Ich gehe gerne angeln. Ich habe nur viel Viech dabei. Ich war gestern ein bisschen angeln. Deutschrock, Dankeschön für den Primestab am 41. Und Master of Max, Dankeschön für den Wieser am 18. Das ist einfach nur noch so ein Quellbecken voller Fische, Mann. Vieche. Vieche. Unviech, Goldviech. Vieche, Viech. Acrellenviech. Acrelle. Vieche, Vieche auf dem Tisch. Fick nicht. Ne, Fick nicht. Fick mich. Nein, nein. Nein. Oh Gott. Fick mich. Fick mich. Fick mich. Wo sind deine Dings da sein, nicht da? Keine Ahnung. Ja, Kohl, du stinkst ein bisschen, ne? Ja, ich weiß. Hier meine Guata. Ich war schon, aber nur unten rum. Du wech. Unten hui, unten pfui. Nee, wie war das denn? Oben. Oh, what? Unten pfui, oben hui. Na, eher unten. Hui, oben pfui. Two for the pinky, one for the stingy. Oh, Chris, wie du siehst aus. Wieso? Mit deinem Eierkorb. Guck dich mal an. Verrückung. Oh, das sind voll die Gangster. Ja, sieht nicht so aus, als ob die da sind, man. Hey, was machen wir denn? Langer gucken. Nee. Er hat gesagt, er ruft an. Sack, er muss noch kommen. Äh. Er hat irgendeine Scheiße gelabert, der Pinsel. Ja, die Frage ist jetzt, man. Was, was, wollt ihr irgendwas machen? Ansonsten, weiß nicht, fang ich auch mit Sprühen. Ja, du hast uns Sprühen. Ja, na, lass uns Sprühen. Aber da wollt ihr, wollt ihr ein Schöpfchen machen oder so? Ach, Quatsch. Ja, das mit dem Auto, das verschiebt sich jetzt gerade ein bisschen, man. Ich muss da gerade... Ach, ach, alles gut. Man, ich muss da nicht jetzt sein. Ja, klar, man. Ja. Okay. Dann, äh. Der hat gesagt, äh, der Mann hat eine Affäre im 18. Stock und nur wenn es regnet, dann nicht. Irgendeine Scheiße gelabert. Ja, das habe ich ja auch gesagt, sie macht das. Vielleicht kam der einfach nicht an die Knöpfe dran. Und du kannst catch mir, danke schon, weil du bist am 20. Pinke Päckchen für alle. Oh, wir haben schon lange kein Pinke Päckchen mehr hier getrunken. Aber ich kann sie das schon. Wir haben jetzt Zeit. Okay, Nitro hat sich eingenommen, Usa, Longhorn, hallo, und hat sich eingenommen. Prost, nimm durch den Gepäckchen. Prost, Mila, Joff. Na, die ist drin. Weiß nicht, ob die Joff steht heute. Jetzt habe ich ein Telefon an. Du musst noch den Herr Morales einrufen wegen dem... Ja, ich ruf den an. Den Kai. Dann sag mir den Kai. Bis dann. Bis dann. Ach, der, der Nickel, der ist wieder sickig, Curtis. Welchen Nickel? Er geht mal um den Sack, der Typ. Was für Nickel? Uwe Nickel, der Feuerwehrmann. Erzähl mal, Smoken, ihn. Ja, ich rede den Smoken. Der steht in der Garage und drückt den. Ach, du drehst den Kusch auf links, sagst du, hm? Wer dreht den Kusch auf links? Ach, dieser komische italienische Sänger. Ach, dieser komische italienische Sänger. Thiago. Na, 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 na. Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich. Ja, der. Ach. Buffalo, zwei, drei und siebzig. Aber was meint der mit auf links drin? Ich weiß nicht, der sagt, der dreht sich auf links. Drei und siebzig. Das ist eine sieben gefolgt von einer drei. Du erzählst hier nur Quatsch. Ich weiß gar nicht, wie der Supervisor wurde. Wer, der Wurka-Supervisor? Schade, ich hab gedacht, wir können auch ein paar Lichter verkaufen, bevor wir es trainen, Mann. Steffi, du schreifst in die Zeitung. Jetzt ruf dem Moales an. Ich ruf dem Moales an. Gib mir mal Nummer für SMS. Okay. Tschau. Was wolltest du verkaufen? Ich hab was, ich krieg die Lichter vorher, dass wir erst ein bisschen Lichter machen und so. Ha weiter! So, die Frage ist jetzt... Na ja, ich ruf jetzt mal rein. Ich muss mich jetzt mal umziehen. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Howard Carpondale. Ich nehme mal kurz ins Gebüsch. Er ist... Wieso? Hä? Oder, Curtis, Dreiecksbeziehung ist besser als Vierhecksbeziehung. Dreiecksbeziehung ist besser als Vierhecksbeziehung? Ja, Vier ist einer zu viel. Kommt auf einmal, die Position, Mannes. Der vierte Mannes Kroll. Wie sollen wir den verhauen? Nein, das wäre der vierte Verlugte von mir. Ja, wie? Ja, ich bin, ich bin, ich bin jetzt, äh... Bist du vom anderen Ufer? Ich bin von jedem Ufer. Ja, wollte ich gerade sagen. Kannst du mir Modetipps geben? Also, ich bin für jeden. Also, mir ist mir auch egal, ob du... Mir auch. ...wenn deinen Weiblein, ob die so aussiehst, ob es da Charakter passt. Ach stimmt. Ich weiß den Scheiß nicht. Und wie findest du meinen Charakter? Ich bin das Arschloch. Ha 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 ha. Ach, weil ich so gemein habe. Hast du deine Gefühle verletzt, ey? Oh, 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 oh. Ach so, ich hab verstanden. Zeig mir dein Arschloch. Ach so. Ach so. Ach, ich bin ein Arschloch. Oh. Ja. Ähm. Warum bin ich ein Arschloch? War nur... Das nennt man Humor, um das Eis zu pressen, Sir. Eis zu pressen? Ja, das Eis zu pressen. Wir haben alle einen kleinen Knackslan, Sebastian. Ja, ich seh schon. Du auch mal. Um Eis zu pressen. Ja, und? Kennst du das nicht, das Eis brechen? Ich kenn mich auch umziehen. Ach, oder? Der Geist, das ist doch voll langweilig, Alter. Also, jetzt mal Riedel-Rip. Viech. Viech. Warum steht hier Fisch? Das heißt doch Viech. 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 Fisch. Wie ist das? Beim nächsten Mal. Nee, Geist, das ist doch voll langweilig geworden Breaking Bad, aber langweilig Wow Sieht aus wie ne Pommes Das ist mein Fortnite-Skin, die Banane, Alter Ja, das ist halt echt sehr ruhig, ich hasse das zu wiederholen Aber ich muss es einfach sagen, weil es in meinem Kopf drin ist Das musst du raus, wisst ihr, Chat? Ich hab mal einen Lackiereranzug an Klar, Mann, kein Problem Wow Oh, ich bin hier voll am schwitzen Oh, ich fahr den eh viel zu selten, Kroll Was denn? Den Cadillac? Warte, bleib mal hier Den da, ich find den voll schön Okay, wo passt der? Was kost der? Find's ja raus 40 Wir können jetzt zusammen umlaufen und gucken, was wir sprayen Oder? Ja, ja, nee, sprayt Und ich komm gleich zu euch Und ich frag, was wir so machen Und dann, ja, ja, ja Fang einfach schon mal an Dann sprü ich jetzt hier was hören Wie ruhig ist es heute? Wie in Fortnite Du findest Fortnite langweilig? Ich find das voll niggi, Junge Das macht Spaß! Was meinen wir denn hier hin, Chat? Ich mach hier eine Giraffe hin Eine richtig schlechte Ich schwitze nicht Ich schwitze nicht Ich mach jetzt kein Schwitzen, Alter Glaub mir Wenn ich schwitzen würde, ne Dann wird das anders aussehen Aber vielleicht so ein bisschen Ich hab schon zwei Mäuse angeschlossen Eine FFPS, eine FFP 719 Eine Giraffe Mach ich jetzt Ja, was sprayst du hier? Guck, die haben er sich spray Ja, zeig mal Einfach eine Giraffe Okay, Mann Einfach eine richtig hässlige Giraffe Sieht aus wie ein Paint Ja, warte, ich helf dir mal Okay Ja, genau Mach dir Buffalo Schuhe Die neuen Paletti Buffalos Können wir mal vorschlagen, Mann Umsatzbeteiligung Boah, da könnte ich einiges aus Portugal importieren Ich könnte eine eigene Mode machen Ich hab schon eine eigene Hose Echt? Klar, Mann Drei verschiedene Versionen, Mann Kannst du einen Paletti Store kaufen Royal, Mann Edition Boah, das wär auch ne Idee Haben wir eine Mode-Marke machen? Ja, mal gucken So Obdachlosen Obdachlosen-Mode Oh, völlig feiert Ja, Mann Kriegt noch ein Lächeln in die Gaffe Warum ist das für dich ein Drecksgames, Team-Master? Da kann man sich da hinten mal 895 hin Okay Wir brauchen irgendwo noch ne Grape Seed so Ne Grape-Dings Weißt du? Ja, Mann Ich spray mir ja auch irgendwo noch so ein Riesenbild von mir auf so einem Flaschenthron, Alter Ja, dafür brauchen wir aber einen richtigen Künstler Weil das muss Uldoor sehen Ja, ich bin doch Künstler, sein bei Juicy Jams, Mann. Ja, Crispy und ich hab früher schon gesprayt. Wie, warte mal, du bist bei Juicy Jams? Klar, Mann. Wolltest du nicht auch einen Track machen? Ich wollte drei Alben rausbringen. Ja, dann mach doch. In Planung, Mann. Ich mach Ghostwriting. Oder du machst so einen Track wie der eine, dann so. I'm for flown. Mit der Sprache, die es nicht gibt. Ja, was ist denn mit meinem Text schon? Paletti, Paletti, ich trag nur noch Paletti. Ja, sag mir, wann ich anfangen soll. Ja, du solltest doch schon vor Weihnachten anfangen. Ich dachte, wir gehen zusammen in die Booth bei diesen... Ja, ich brauch da erstmal einen Text, Mann. Aber dieser Peepa hat auch ein Label. Ich weiß, da wechsel ich auch hin. Man schreibt die Texte in den Booth. Im Studio. Ach so. Dann müssen wir da so chillen, oder was? Ja, genau. Kiffen und so. Dirty Sprung trinken. Genau. Bisschen Inspiration. Zwei, eins, schützt die Mörder. Woher gehen wir nicht arbeiten? Wenn ich einsehle. Wenn ich blau bin, bin ich wieder mit Parade beispiele. Okay. Bisschen Lülle dran noch. Für mich hat Fortnite viel kaputt gemacht, was die Kinder angeht. Wo kommen wir jetzt durch die Arbeit und so immer mit. Ansonsten Top-Konzept. Für mich Epics immer noch am besten wäre. Ja, ist ja Geschmackssache. Und da die Kinder darauf abgefahren sind und immer nur abfahren, ist ja auch klar, ne? Ist ja auch ein super simples Prinzip, so. Ja, jetzt übertreibt mich, Alter. Was meinen wir hier? Machst du Strichmännchen am besten? Ja, natürlich. Sehst du mir mal ein richtiges Protepon aus? Hey, warte mal. Das sind die vier Säulen unserer Familie. Ja, Alter, du könntest... Nee, das akzeptiert... Ich weiß nicht. Ich kann doch nicht Johnny dann hier sehen an dem Gebäude. Könnt ihr eure Liebe nicht wie normale Leute in die Bäume reinritzen, Alter? Fritt meinte vorhin, dass Anton tot ist, ne? Okay, dann weißt du das gleich wieder über. Warte, was? Ja, Fritt meinte, dass Anton tot ist. Davon weiß ich nix. Ich auch nicht. Nein, hör auf, du machst so einen Scherz, oder? Nein, Dago, mach mal kein Witz. Als ich vorhin gekommen bin, meinte Jörg, dass Fritt gesagt hat, Anton ist tot. Wie ist die denn Augen zwinkern, ganz ehrlich? Dann ruf... Ich ruf Fritt da. Fritt aber hier, wenn der Tag lang ist. Er zwinkert auch mit den Augen. Das ist doch... Hey, Willst du kommen? Lass mal hier so ein Tic-Tac-Toe-Game machen. Fritt, ist der Anton jetzt wirklich tot oder nicht? Nein, der ist nicht tot. Warum erzählt ihr sowas? Was ist denn hier jetzt los? Was haben Sie denn hier mal gesagt? Ach so. Wir sind gerade im Helikopter. Ach, seien ihr das da oben? Ja, ja. Wer hat euch n' Helikopter gegeben? Ähm, Macarena oder B-Ford. Warte, jetzt können die hier landen, wenn die wollen. Ihr könnt hier ruhig landen, hat woher gesagt. Auf dem Gelände aber, Mann. Auf dem Gelände. Auf dem Gelände landen. Ja, ja, komm. Er landet hier auf der Straße. Hast du die Striche schon gezogen? Obwohl, wir haben's gerade eigentlich. Wir fingen jetzt direkt wieder weg. Okay, bye-bye. Bist du fertig. Alles klar, Mann, Crispy, fang an. Kannst du an, du bist doch nicht tot. Okay, wo machst du deinen Kreis hin, Jo? In der Mitte. In der Mitte, okay. Ach Gott, Feigling. Okay, ich mach meinen X, Mann, links unten in die Ecke. Okay, dann mach ich in der Mitte, da drüber. Ich hab doch noch nie Beleidigungen gesehen und Cheater sind mir auch noch nie aufgefallen. Bug-User vielleicht. Ja, dann mach ich rechts unten in die Ecke, Mann, dann kannst du keine Diagonale machen, Jo. Sollen wir auch so Fußabdrücke machen? Hey, wer ist das? Da ist ein Lilian auf dem Dings hier. Dann kümmere dich mal drum. Ja, wer bist du? Hey! Bleib stehen, du Pellner! Hey! Wenn ich dich bekomme, meine Kleinen, knallt's! Du Wichser! Los! Reingeknallt! Hey, du Pellner, wo bist du? Hände knallt! Aschloch! Das ist einer von dem Balllast oder so. Das ist weg. Was will der Penner hier, Alter? Weiß nicht. Der war einfach mitten auf dem Gelände. Ihr könnt ja alle schlafen, außer die Pisser. Nein, die nicht. Ein fettes Wu-Tang-Logo an die Wand, Kürtis. Aber das passt ja nicht zum LP. Würde ich aber auffüllen. Da ist Dankeschön für den Prime 820. Da ist der Wealer! Was ist der? Hey, Junge, was ist mit dir, Mann? Und der knallt! Scheiße, entspannt euch, Mann! Ich bin's, Alexey, Mann! Wir haben auf dich geschossen! Alter, kriegst du... Was? Der hat auf mich geschossen? Alter, du kannst doch nicht... Alter, Ingo, Junge! Ist das dein Scheiß? Was denn? Ich wurde mit dem Heli abgelassen! Was soll ich denn machen? Der Appel wieder, der Pellner! Ey! Alter! Oh Mann! Ja, okay, ich zieh mich um. Das war echt nicht schlau, hier dann drum zu laufen, Mann! Wir dachten schon, Base-Rate! Hey, ihr sollt keine Pause machen! Oh, hier, Roy, in dem Tunnel! Das sowieso, Mann! Der Tunnel, Mann! Eins nach dem anderen! Erstmal vorne! Ey, wo ich das Wasser gehört hab, muss ich pinkeln! Das war übrigens nur Ingo, Mann! Der Idiot! Der kam in Ballerschläge und so hierher! Hab ich da auch aus dem Auto geklaut, von denen! Ja! Wer hat jetzt gewonnen im Tic-Tac-Toe? Das ist nur unanschieden, glaub ich! Ja, Mann! Ich mein, da was denn? Ja, ich komme, Base! Okay, ich hol kurz die Lampen, Mann! Ui, ui, ui! Mann! Haltest nix mit ab, du Sch... Henke! Oha! Oh! Du Idiot, Mann! Hab ich hingeguckt! Wie kannst du die Karre übersehen? Komm, wir machen was, Kim! Alles klar! Was machen wir? Keine Ahnung, ich dachte, irgendwas Spektakuläres! Hm! Wir haben hier noch Paz, ne? Ja, ja! Aber hier haben sie Tic-Tac-Toe gespielt! Und hier? Da ist noch Platz, links und rechts! Oh, Ingo, was geht? Wie wär's mit noch nem Hollywood-Stern? Hey, hey! Sheriff Kim! Ja, richtig! Einfach nur nen billigen Stern und da ist einfach nur Kim rein! Ach, nee, Mann! Sheriff Kim! Okay, aber Stern! Ah, Gott! Ey, kannst du echt gut! Du siehst gut aus! Danke! Hast du ne Übung? Nee! Ich mach mit Dings lineal! Ah! Ich hab erst mit Weichstift vorgemalt! Ach, du bist so clever! Hast du die Ego direkt dabei? Ja, da! Was geht ab, Mann? Jo, ich dachte, du bist tot! Bin nicht tot, wir hätten gesagt, dass ich tot bin! Ähm, Fred! Fred hat das gesagt! Fred hat gesagt, du bist tot! Ja! Nein, Mann, ich bin niemals tot und ich bin ein Überlebenskünstler! Ach, was du auch bei Seven and White? Nein, nein, ich war bei Kim, seiner Showman! Three versus White! Three? Yeah! Three-Way-Cola? Jo, Chris, wie meinen die noch so nen Hollywood-Dings-Boulevard-Stern hin? Scheiße! Ja, richtig! Ein Wollt! Ja, als ob nicht Kim schon genug Sterne hat, ey! No, das ist ein Sheriff-Stern! Sheriff-Stern machen wir! Ja, und da stellst du einfach so, Kim, ganz billig und einfach! Wir müssen noch nen Zombie oder so machen, dass die Leute einstammeln näherkommen! Ach Gott, ist das aufwendig! Das ist eben ne Vorlage, also es gibt echt nicht so nen Zombie zu machen! Was ist denn Mexikanita? Das ist so ein neues Restaurant! Gott, noch eins! Ach Gott, das wählt man mal! Heißt du, wo ist gerade hier so Zeug hin, Mann? Ja, wir können Graffitis hier sprayen, wir haben Spraydosen bekommen! Ja, richtig! Du kannst auch irgendwas denn malen! Genau, Monte Black! Monte Black, ja! Ah, scheiße, oh, Dinger! Ah! Im Camp findet ihr? Sheriff-Stern? Ui! Ich dachte, du bist Arzt, Mann! Ja, aber ich bin nur Graffiti-Künstler! Echt? Ihr habt sonst den ganzen Nähten hinbekommen, oder? Wir haben sowieso nix zu tun! Ist doch gut auswendig! For real! Er geht seinen Lampen abholen! Besser wolltet ihr mich wirklich abknallen, weil ihr dacht, ich bin einer von den Bordern? Ich hab auf dich geschossen, ja! Ja! Dann hast du ziemlich schlecht geschossen! Ich hab ja extra nebengeschossen, weil ich nie wusste, weil du bist! Wenn ich gewollt hätte, hättest du ein Brett bekommen! Ich hab's gar nicht gesehen! Da lacht er doch! Ach ja, wir dürfen ja hier nicht Brett sagen! Dann hättest du ein Lattenrost bekommen! Ja, ihr weißt doch, Mann! Genau, Dinger! Ich lacht ja auch's bekommen! Du darfst nicht, Dinger, sagen hier! Ach ja, stimmt! Da war ja was! So, Mann, guck mal, warte, 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 ich hab zwar noch nicht mein Linkes Out, äh, mein Linkes, ja, ja! Guck, was ich für einen Skin hab, den hab ich gekauft für Lesbugs! Ich bin die Banane! Ah! Hast du auch so, kannst du so einen Tanz kaufen? Na klar, den hab ich gekauft! Ah ja! Ich dachte, Saxophon! Der ist, der ist OG! Der ist von 2017! Ja! Ab! Ja! Aber das ist ein bisschen, Mann, der Stern sieht gut aus! Also sagen du es mit Fred Nürngrin unterwegs, dem Helikopter, bei dem Wasser, der... Ja, ich weiß, ich weiß! Und Räuge dem zu Paletti sein Lichter abholen! Komm und rüber, Crispy! So, wir haben ja hier akute Krustel, so gut aus, der Stern! Hast du dich hier gemacht, Crispy? Hm? Wir müssen vorne an der Mauer was malen! Oh! Du meinst draußen, ey, draußen ist ja die Hecke, ne? Nur draußen ist auch ne Mauer! Ach du Scheiße! Da können wir ne Slange machen, ne Slange! Ne grüne Slange! Also, war! Bis später, ne? Ich muss los! Hau rein! Ja, ist klar! Oh, hier können wir eigentlich mal ein paar Blumen anpflanzen! So, hier kommt jetzt 8, 9, 5 hin! Skrr, skrrr! Und 7, 1, 9! 8, 9! 8, 9, 5! Skrrr! Oh, Entschuldigung! Skrrr! Nichts passiert! Ach Gott! Lang gezogen in Err! Äh, hallo Kreuze, hier ist, ähm, Miller! Oha! Und gleich meine Zier, Crispy! Ich lass mich ab sein von oben! Sehr gut! Wie diese One-Up-Typen immer! Aus Berlin! Oder wie der Typ aus Mission Impossible! Ja, genau! Der Tom Cruiser! Aber hier ist... Aua! Toll, jetzt hab ich mich vermahlt, wegen dir, du Penner! Arschloch! Au, ich klemm fest! Ach, scheiß drauf! Boah, ich mach keine Gemälde mehr oben! Das ist doch dumm! Wie cool ist das, bitte? Wir müssen draußen an die Mauer! Ja, stay out of our territory, oder so! Ja, genau! Stay out of our territory! Letzteslein, danke für den Primes am 25. Deine Karre ist das hier eigentlich, ey! Ich glaub von woher, oder? Wir haben zu viele Autos hier! Ja, Mann! Stay out! Stay out! Auf der anderen Seite... Auf eurer Territory, oder so! Das passt doch gar nicht dahin! Ja, das ist klein! Hier vorne! Hier haben wir Pads! Mona Lisa! Oder so... Oder einfach nur XD! XO, XO? XO ist auch cool! Oh, shit! Aber durch die Hacke! Hallo, Hunter! Danke, bis gleich! Der brotet ihn eigentlich da gegenüber! Jo! Jo! XO! 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 Nimmst du nicht die Führer, ey! Küsse ihn und Umarmung! XO, XO! Oh, Curtis macht Yoga! Oh! Oh Gott! Ich hab' Highground! Ja, ja! Seh' ich! Ich hab' ne... Ich bin im Tilted Tower drinne! 49er, Babaji! 49er, Babaji! Boah! Gehst du über den E-Port, oder? Wichtiges, was ich... Nee! Nee, dann gehen die Pfannen kaputt! Ich find' auf dieser ganz großen Mauer, hier bei der Veranda, sollten wir das schwarze Null-Logo hinsprühen! Hallo, Dieter! Äh, hier, das hier? Nee, da hinten, wo die Stühle auf sind! Hier vorne muss das sein, übers Fenster! Da! Das ist, glaub' ich, zu klein für das schwarze Null-Logo! Ja, wie ne Null einfach! Kennt ihr nicht das offizielle schwarze Null-Logo? Nö! Das ist voll riesig, wie's auch ins Auge, ja! Ganz schön! Doch! Blüch'nett! Boah, wir könnten so wegweise auf den Boden machen, so Dings! Wie im Krankenhaus immer! Weißt du, da vorne so ein Pfeil auf dem Boden und dann... Grotte! Ja! Grotte! Also, Rohr-Bereich, wo meinst du... Ah, da! Rohr-Rohr-Bereich! Rohr-Rohr-Bereich! Okay, mach' so'n Schlag im Feuer! Ey! In der Kälte kommt man manchmal noch rein! Ist so kalt! Ich verscheh' ich mal ein paar Sachen auszusprechen und dann... ...kratzt du meinen Hals! Oh, boah, ich reich! Hier? Hier muss auch auch was cooles hier! Wir hätten die Kumschen Licht dahin installiert! Was? Wir hätten das Licht dahin installiert, in Pink! Das war doch Kim Raider, ne? Bestimmt, ey! Als du noch deine pinken Haare hattest! Ich war im Weiß! Damals warst du noch cool! Hä? Hä? Was soll das denn? Ja, oui! Halten wir noch cool! Oh! Ist voller Organ geboren! Ja, klar! Seit du deinen Stern hast! Alle sagen das! Ja, wohin jetzt mit der Null? Hm... Na, der warte mir lieber, glaub ich, auf Roy! Ja, bei der Burg hast du ne Quasselstrippe! Kim, fang mich! Oh Gott! So, weil du mich nicht gefangen hast! Das war knapp! Ey, ich... Ich mach' ne ganz andere Seite! Dann ruf' du fang mich und du springst runter! Was ist da? Was ist mit dir? Das war so'n Vertrauenstest! Ja, okay! Oh! Oh! Wispy! Fang mich! Sein Vertrauenstest! Sollen wir die Grotte auch einmalen gleich? Joa! Wir müssen das hier richtig schön eklig machen! Dass der Grundstückspreis sinkt! Der ist schon gesunken, glaub' mir! Also wer hier freiwillig hinzieht! Das muss man pinseln! Hast du den schon erreicht? Ich hab' schon einen Versuch gehört! Das hier ist wieder... Die wollen wieder alle was von mir... Alle nerven mich! Wenn ich hier rauskomme... Was wollen die für Bilder? Du machst das nicht! Ach! Wir mussten die Borla-Salle in die Zellen packen und ich weiß immer warum! Jetzt fragen die mich warum und ich da weiß ich nicht! Oh! Ich bin hingefallen! Hallo Ruff! Kannst du mich hören? Hallo! Ich hab' schon wieder einen Sprecher gemacht! Hallo! Hallo! Hallo Pinsel! Na? Hallo! Ja? Hallo! Oh Böbe, grüß mich! Ich ruf' den gleich an! Hast du mir die Nummer geschickt? Ja, pass' den erst! Ja, das dauert noch 5 Minuten mindestens! Und Krampus gar nicht! Weil ich mich so weitet hier durch ist! Versprochen! Okay! Wobei! Keine Ahnung warum! Ich finde ihn mir zur Zeit vorne interessanter bei dir vielleicht weil er pegen wie ein wenig schleppend ist seit ein paar Wochen! Ja Bruder, ich kann nix gegen tun! Was machst du da auch? Ich such' einen nice spot zum Malen! Hä? Ich kann nix dagegen tun, Alter! Ich weiß... Also... Ich weiß nicht, was ich machen soll! Das äh... Ich will aber auch nicht rumrollen, wisst ihr? Ist halt super chillig gerade so, aber... Ich wünsch' mir natürlich auch was anderes für mich und für euch! Ist halt so! Wo sind die anderen beiden? Komm! Ich will die Lampen jetzt hinstellen! Jo, komm, wir stellen die Lampen hin, Mann! Äh, ich seh' auch noch zwei Lampen hier stehen! Ich bin dann eine Woche nicht da! Ich komm wieder so! Mir wird eine Story zählen! So ein guter Witz, Cam! Du bist so witzig, Cam! Wir lieben dich! Weiß doch nicht! Keine Ahnung! Alle sagen das! Na gut, keiner sagt das! Ich könnte einen neuen Charakter machen, aber das ist genau das gleiche! Du hast dann irgendwo eine Bubble und... Das soll blau sein! Leuchtet weiß! Nein, das leuchtet blau! Das leuchtet blau, ey! Guck doch auf den Boden! Das ist doch! Violet! Da sieht man jetzt die ganzen... Das ist ein bisschen wie die Trinkenblecken! Man kann die aber nicht festmachen! Ja, bist du! Jo! Ach, Kenny! Jo, Kenny! Wo hast du Spending gelassen? Scheiße, der ist noch in seinem Truck! Der überlebt ja! Alles klar! Was macht ihr? Nö, Leranta! Ich seh' das doch nicht als Vorwurf! Ich weiß das selber! Ich seh' das selber genauso wie ihr! Also wir die meisten, die zuschauen! Ich seh' das genauso! Du hörst das auch in den Anglern Stimmen! Bei den Anglern, mit denen ich hier grad spiele! Das ist echt cool! Alle sind so ein bisschen so... Aha! Gelb! Gelb ist cool! Oh, grün! Das leuchtet grün! Da! Ich weiß, wo das denn kommt! Da! Genni, mach mal Platz! Äh, Leben muss Maximus! Dankeschön! Für du bist am 18. Monat! Forever Liebe! Mua! Hey! 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 Die fünf haben wir, man! Weißt du, wie ich mich fühle? Wie im Tempel der Jedi-Ritter gerade! Ja! Ja, wir müssen warten, bis der komplett dunkel ist! Dann sieht man das besser, oder? Und nicht hier, wo es alle beleuchtet ist! Das stimmt auch! Ja, das sowieso! Vielleicht sollten wir im Wald fahren! Im Wald! Und dunkel ist! Oder eine Kanalisation! Vielleicht sehen wir die Ninja Turtles! Oh, der Splinter ist bestimmt da unten! Aber die sind cool! Ja, auf jeden Fall! Und man hört es, man sieht sich gar nicht! Yo, Vorsicht! Ich habe einiges gelernt von Mama Kush! Ja, man sieht's! Yo, Spagat! Oh Gott! Mein Arsch ist gebrochen! Ei, 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 ei! Ja! Das hat wie er die Hoden! Ich sag's, wie ist das? Let's go, man! Puh! Ach Gott! Aber, oh! Ich kletter mal hoch, okay? Ich bin jetzt Dachdecker! Ui! Also, stabil sind die! Stoffe, dumme Warentest, gut! Das können wir gut vom Haken, Roy! Oh! Entschuldigung! Ui, ui, ui! Hier hast du meine Pennies! Danke, der Herr! Ach du Scheiße! Oh Gott! Die Dame! Also, gelb ist am krassesten, man! Oh Gott! Ach du Scheiße! Was ist denn das? Dann schwende bitte! Das ist rot! Boah! Das ist rot, gelb, das ist grün, das ist violett oder blau und das ist rot! Rot kannst du die Macaroni verkaufen für seinen Puff! Ja gut, alles klar, man! Das sind die Dinger! Wir haben von jedem 30 Stück! Sollen wir die verkaufen gehen wohl? Das ist unser Business, ja, aber nicht mehr heute! Nicht mehr heute? Ne, wir müssen jetzt, wir haben doch jetzt schon angefangen zu sprühen, Mann! Ja, wo? Was? Wir wollten noch auf dich warten kurz! Wegen der schwarzen! Wegen der Null! Wegen der Null! Wegen der Null! Ja, da sprühen wir auch noch irgendwo hin! Ja, Chris, wir wollten warten, Positionen dafür! Ja! Mach einfach, Chris! Ja, ja, das wird schon genau da sein, wo es hingehört haben muss! Und meine Idee war auch, dass wir so Striche auf dem Boden machen! Von wegen hier mit so einem Fallen und dann Grotte da, nun! Falls jemand verläuft! Ja, was habt ihr denn? Lasst uns doch mal brainstormen, Mann! Lasst uns doch erstmal brainstormen, was wir so zeichnen wollen! Ich dachte ganz viel überall XO holen oder XD und so! Jo, apropos wen gestern! Ich hab ne SMS bekommen! Was drauf! Hallo, du hoffentlich heißer russischer Mafia-Mann! Kleiner als drei! Ich hoffe, du hast mir die richtige Nummer zugerufen! Denn ich liebe die Gefahr! XO, XO, Juna, Juna! Oh, das ist bestimmt vom Jonathan! Ja, das hab ich auch direkt gedacht! Der hat doch zwei! Nee, der hat einmal Juna und dann Juna 2! Ja, und hier ist eine Juna! Da ist das Juna 2! Keine Ahnung, Mann! Ich hab mir jetzt überlegt, Mann! Ich treff mich irgendwann die Tage mit her, aber ich verkleide mich als Russe! Und das muss so lange, bis es auffliegt! Tja, Miss America ist schon vergessen, Mann! Schon die nächste! Oh, Stich ins Herz! Hm! Wir hätten auch alles voll, schmier nur nur das Haus! Nein! Auch vielleicht die Steine, Mann! Die ganzen Wände! Kommt drauf an, Mann! Also wir brainstormen! Ja, wir brainstormen jetzt! Schon wieder vergessen! Oder vielleicht fahr ich aber die nächsten zwei Tage nicht nach Grape Seat und ich kümmere mich um Spray und so! Das können wir auch jeder für sich machen! Okay, also! Wir haben so ein Skrskr ist klar, Mann! 185! Ja, Grape Seat! So eine Giraffe machen wir! So eine kleine Strichmännchen-Giraffe! Ja, und dann so Schmierereien, ne? Habt ihr die Lichter wieder weggemacht? Ja! Nee! Nee! Noch? Nee! Okay, gut! Einfach Schmierereien! Und ne Bild vom Baron! Ja, aber was für Schmierereien? Was soll denn da? XO, XO, XD, LOL! Ich war hier am... Möchte gerne Graffiti so unseren Namen! Taxi, Taxi! Mit der Füllnummer! M.D. Spielregeln! Crispy plus Kim! Gleich Love! Genau! Hier ist, äh, Quackhaus! Irgendwelche, ähm, Co! Geh nach Schicksal, bis du macht los! Okay, ja! Alter! Alter! Einfach alles! Alles, was dir auch in den Sinn kommen würde! Ja, aber ich würde das gerne aufschreiben! Du bist ja beim 36. Na, okay! Also, XO, XO, Mann! So ein Anarchie-Zeichen! Äh, Anarchie-Yo! Äh, Kim plus... Crispy! Gleich Love! Ja, was noch? Skr-Skr! Ja, Skr-Skr! Haben wir ja schon! Grape-Seed! Hier ist die Postelzahl bei euch nach oben! Ja, 895 haben wir! Ja, und dann 719! Penna Posse oder so! Und dann unseren Namen! So Kim, Crispy Boy! Ja, genau! Von jedem, die Namen ist noch dabei sein! Du kannst ja auch Luis machen und durchstreichen! Das muss er dann! Ja, das war das! Ganz verschrieben! Ach, scheiß drauf! Lass dich durch! Bloodout! Ich bin in der Abo-Falle die beiden Erwungen! Nein! Ach, Wasser! Ach, wird angerufen! So, warte mal! Hallo! Wo? Among Us, Sigur! Okay, also, wenn... Sag mir ein paar Namen! Also, okay, Mann! Klar! Christy! Sandro! Ja, Fred! Curtis! Mila! Luis! Durchstreichen! Oder so ein Totensymbol dahinter! Irgendwas, ja! Äh... Totenkopf! Totenkopf! Äh... 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 Ach so, hier Tic-Tac-Toe! Wir haben auch gerade einen Cherubstern gemalt! Äh... Schwarze Null! Hallo! Stern! Smilies! Genau, Smilies! Oh, boy! Oh, boy! Ja, ja! Äh... Äh... Wimma, vielen lieben Dank für Luis, haben wir empfehlen! Grüße, Grüße, Gemüse! Hallo! Irgendwas mit was hier, Mann! Wir brauchen so ein Zeichen! Wie, was ist ein Zeichen? Weiß nicht, irgendwas ist das... Weißt du, so ein Tag? So, wir wollen nur ab! Sollen wir die einfach faken? Versteh ich nicht! Na, kennst du nicht die Graffiti-Crew, wollen ab? Nein, Mann! Okay, ich kann dir mal ne Skizze schicken! Die Spugel einfach! Oder Spugel! Eins OP, wollen ab! Ja, ja! Ach, doch, klar! Und auch so ein Symbol! Oh, vielleicht so ein Bitcoin-Zeichen, Mann! Ja, ich will das... Das ist hier die scheiß Villa, die Botschaft des Nordens, Mann! Ich will das, was wir erlebt haben auf unserer Reise... AFG! AFG, Mann! Genau! Ach so Alternative, ne? Ja, ja! AFG, Mann! Vielleicht nen Baum für den Park? Baum! Fragezeichen mach ich mal dahinter! Au-wa! Au-wa! Ne, ganz sicher nicht! Hey, was ist mit meinem Au-wa! Au-wa! Keine Ahnung! Bye-bye! Wie, bye-bye! 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 So, okay, Mann! Crispy, wir hatten erst ne Geschichtsfahrt! Wir waren in Grape-Seed! Politik haben wir gehabt! Hallo, gerne! Vielleicht so nen Ball lassen, den auch durchstreichen! Ähm... Wie wird Dragon geschrieben? Boah! R-E-A-G-E-N oder so? Regen? Sorry, Regen! Reagon, oder? Reagon, genau! Und dann so ein Rest in Peace! Ja, Mann, Rib! Also, wir werden nicht alles machen, ne? Wir werden gucken, Mann! Und viele, viele Doppels bestimmt machen! Und Kühlpack wär auch noch cool! Kühlpack! Einfach so ein blauer Fleck, so ein blauer Fleck! Ja, genau! Kühlpack, ja! Fick gleich nen kleinen Mini-Mini-Schwanz! Obwohl... Genis! Was ist denn mit Fuck Dynasty? Fuck Dynasty! Und no parties allowed! Oder einfach so Fuck! Und dann so ganz viele Namen untereinander! Du hast das Beste vergessen wohl! Was denn? Fahr weiter! Ja, Mann! Ja, Mann! Vorne irgendwo! Ja, genau! Fahr weiter! Pramila! Hallo! Komm schnell! Oh, die Feuerwehr kommt! Oh, oh! Okay! Komm schnell nach hinten! Wir überlegen gerade wegen Graffitis! Ja, warte! Und du bist... Nee, du bist hier schlafen! Warte! Was? Jo, die Feuerwehr kommt! Warum Feuerwehr? Und Mediziner kommen her! Weiß nicht! Ja, wui! Hierher! Ja, du... Hi, wer schießt da? Ich bin das! Ach, bist du ein Furtinaldi? Hast du grad nen Biggie getrunken? Ja, ja! Du musst deinen Sound lauter machen und spielen! Mein Sound? Das ist super leise! Aber du hörst es doch schon! Ja, aber super leise! Ja, soll ich daran halten? Ja, mach mal! An der Boxen? Na, krieg mal nen Biggie und lass mich hören! Ich vermisse es! Ja! Kommt die Feuerwehr wegen dir, weil du so stinkst schon, weil du zu viel Furtinaldi machst? Wie? Die Feuerwehr ist hier bei uns! Upsch, psch! Da kommt einer! Ja, was denn los, Mann? Wo brennt's denn hier? Oh Gott! Der checkt mich nicht! Der checkt mich nicht! Knall den ab! Oh, die checken den ab! Hast du ihn? Und? Oh, warte! Gar keinen Fall, Mann! Ah, hab ihn! Du hast keinen Blue Life mehr! Du hast keinen Biggie! N-W-A, Mann! N-W-A müssen wir auch vermerken! Warte, einen hab ich noch! N-W-A! Jo! Okay, ich... 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 weiter konspirieren! Hey, wo brennt's hier? Nirgendwo! Ähm, warten Sie, ich muss noch kurz mal ne... Wie, wo brennt ich? Wir sind nur in den Pillbox auf den Sack gegangen! Oh Gott! Oh Gott! Ich... 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 Welche Pass bist du? Siebte! Das gut! Äh, ja! Kommst du im Hinterhof? Ähm, bei uns? Ja! Wir überlegen grad, wen Graffitis hier rumsprühen, was wir hinmalen! Hab schon einen die Affe gemacht! Äh! Gar kein! Oh Gott, da liegt ein Verletzt auf dem Boden! Bist du verrückt? Ja, wie? Ja, wie? Wie gefällt die hinzumachen? Doch, wir haben schon Sprühdosen gekauft! Ja, wo seid ihr denn? Wo bist denn du? Nur zu Hause! Bei uns oder in der Willa? Ja, wie bei uns! Ich fahr doch auch bei uns hinten! Nee, bei der Willa! Soll ich hier ab und kommen? Du bist so doof! Man, ich dachte, du hast hier geschlafen! Ich wollte nicht lange machen, Mann! Ich bin doch noch ein... ein Spielpommes! Ja, dann mach weiter! Ja! Okay! Mach kein Kacke! Nee! Okay! Ich muss auflegen, der Bus kommt! Okay! Tschüss! Bye! Was macht ihr hier? Dammspülung! Ich auch! Ey! Warte, mein Auto muss sauber gemacht werden! Mach mir Pats da, Männer! Mein Kacke ist regig! Ach! Geige! Danke! Habe ich nur angespitzt! Ganz kurz! Wait down! Chris B! Ich treffe nicht! Können Sie das nicht bei den Ballers machen? Oh! Danke! Jetzt fallen mir auch noch mal bei keiner, Alter! Ach, meine Knie ist aufgeschürft, ey! Oh! 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 Es sind meine Knie! Jetzt habe ich mir 30 Dollar bespart! weiter ich habe crispy und kim und so nass gespritzt und meine karte sauber gemacht und jetzt liegen die da raus die sind nur kurz ein bisschen weg geflogen was denn noch keine spende anstände bitte münzen ja oder so ein dollar neuer ja doll ja dollar das ist das was wir machen man die lampen die wir verkaufen und mann mann die haben keine befestigung für den boden das sind so china modelle mann ja genau never ending geldeinkommen einfach money glitsch verkaufen wir die richtig günstig einfach ich glaube schon dass die diskotheken hier dieser macarino der doch heute auf das unikon ja ich mache ich mache heute nichts wenn wenn ihr da hingehen wollt geht da hin mann ich bleibe hier beim haus heute nein aber irgendwann müssen wir das auch mal fertig machen das guck dir mal wie groß das gelände ist man ich sprühe doch jetzt hier nicht zehn minuten sagt ich bin fertig die mama mal abputzen macht ja nur notizen ja genau und dann fange ich jetzt an aber wir haben schon so viel wir haben nicht mal zehn prozent vom ganzen gelände ich mache das die nächsten drei tage ist kein problem ja ja aber dann lasst doch heute nur spaß haben oder was meinst du nee 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 wacht ey ihr müsst nicht da sein wenn ihr was machen wollt dann macht das die anderen haben überhaupt nichts zu sagen das ist mir nur gerade eingefallen ja ey das sage ich immer man ich habe nur ideen mann wer da keinen bock drauf hat das ist ich habe das klein ich habe doch kein problem an wenn ihr was anderes macht da gibt bestimmt aber nichts oder weiß ich gehe gucken ruf an macarino fragen ja ja und sonst was passiert hat noch weiß ich nicht wir haben ein bisschen das haus voll gesprüht ach so ja das weg hat jetzt pokémon kart ihr müsst auf baker gucken auf wien zehn tage in dienst worden gekommen beim rauchen vor der tür des pedis oder beim käffen holen im streifen wagen schon nur rüge kassiert dass sie den dass sie die in dienst am meisten nicht befolgen obwohl die arzt die nicht weisungsbefugel ist das zu viel zum lesen kein bock und scheinen gibt es für den garten die kontrolle weil dein leben durch in dienst verordnung entzogen wurde kannst du mit dieser spezialbeschwörung sofort wieder zurück in den regulern dienst doktor muss schwarzen wagen und wann ist denn das eine stunde vor den md im kreis stehen pc ausflugsfahrt den nächsten einsatz kassieren das auch cool ach da bin ich ja fein tag vor dem md im kreis stehen auf weg er so durchgeknallt das sind die besten als ich behaue ich mir rohe auf den kopf hat es eine lüge wallabay care the bay team was das denn ja das ist jemand durch kürtis bist du mit dem heli durch den tollen geflogen ja aber das sind standaufnahmen ne ja natürlich das war kein echte toll das war green green so was ja guck mal guck mal da sind sogar zelte man da sind wir auf dem boulevard man wo bei dem bay team video das kann sein der heil schamane kusch aber sogar wir sind da vertreten der heil schamane kusch hallo hallo ja ja die sind alle klasse alles ja du hast anrufen ich hab mit ich hab mit ich hab gesagt er guckt jetzt nach hat meine nummer und dann guckt nach ob er ähm ob es die in der garage gibt die aspos und vielleicht auch noch wie willst dann testen wir welche besser sind weil es ist da schlammig und dann müssen wir das ausprobieren ähm das hab ich vergessen zu fragen hat jemand ein aspos zufällig die karte und ein we will und ein we will okay wir müssen das besorgen dann können wir das testen für das event genau ja komm dann besorgen wir das wie ja wir fahren den wollen und fragen nach aber aber der macht das doch jetzt schon aber wir können ja vorher schon testen irgendjemand wird so ein aspos fahren aber der bestellt das da jetzt extra so ein achso wenn du weißt wo man die kaufen kann dann will ich einen haben und so ein Ding gekauft aber man muss aber man muss ich will einen aspos haben ich will einen aspos haben ich will einen aspos haben ja ich weiß wo man die kaufen kann die kosten 4 was kosten die ich kaufe ähm 3000 für mich weil ich vom bd bin und 4,5 für normal 4,5 aber wo bei rapid car bei rapid car rapid ja da wo wir vorhin waren meinst du die haben da auf da kann ich mir vorstellen wir können wir fahren nach hin wie heißen sie bist du dumm komm haben wir noch weitere ideen was sagst du pendel rapid also wo ist das dann jetzt weil ich war kurz eben telefonieren also man ich hab einfach alles aufgeschrieben 4 1000 hallo 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 König ist Papa nix da wo ist der Udo weg Felix hau ab wer war das denn das war mein Neffe der Klinik wie heißt er Felix ich der rennt hier rum der ist süß ja und der ist kain super kain darf ich mich um den kümmern da bist du bescheuert warum dir wollte ich niemals meinen Kindern und so anvertrauen ey ich hätte das bestimmt voll im Blut du hast nicht mal dich im Griff komm Pinser wir besaugen uns die Karren lang mit testen wir machen Probefahrt Probefahrt aber was aber 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 kann ich das war mausekult für einen Schnauzel halt Mohl halt Mohl du Schmuck wo ist eigentlich schweben Pinser wo ist eigentlich schweben Pinser wo ist eigentlich schweben ähm weiß ich nicht sag du es mir weiß nicht ich sehe das Auto nicht bei uns vor der Tür und geschlafen hat sie auf der Couch auch nicht ja du ehrlich gesagt ich kann es dir nicht sagen okay also wirklich ich hab keine Ahnung oh man du hast richtig Langeweil kann es sein ne das Baker fliegt hier mal sautief über uns hast du schon das neuste die neuesten Post gesehen auf WeNet von Baker vor einer Stunde ne muss ich gucken ja musst du gucken und von gestern musst du auch gucken okay ich guck mir das an ich rufe dann wieder an kam es gar nicht Jürgen der hat auch richtig Langeweil Alter Tomaten hmm 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 Trauben was ist denn? nix aber du heulst schon wieder ich heul nicht hä? ich hab nur gestöhnt was ist denn? und warum? weil mein Hand so gut riecht na Cappuccino hmm 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 lecker so den den Boulevard Boulevard Boulevardstern von Kem aber sind schlecht ja ganz schlecht das haben wir schon hingespült ja ich muss das mir auch aufschreiben das J Entschuldigung der Herr Aua Kem? ja wann nehmen wir bei meiner BMX-Dance auf? äh wenn du Zeit hast wir haben immer Zeit also wenn du Lust hast können wir auch jetzt machen ja wir machen erstmal das Ding fertig nein ihr könnt das machen wenn ihr das jetzt wollt aber wir wollen dir doch auch helfen Bruder ist doch alles cool man Khabibi Khabibi mach nicht diesen ah alles cool entspannt euch ich mein ich weiß wie das ist ich fahr wenn ich hier fährt ich bin heute eh nach Grape Seat und mach einen Tag Urlaub und dann und dann den Rest das war ein Caddy und hab ich genau gehört ja man er ist reingefahren alles cool man wenn ihr irgendwas machen wollt Geld brauchen wir auch man ihr könnt auch Geld wir doch Drogens verkaufen man ja die Frage ist nur wie Mann und gerade ich bin dafür dass wir die Palettis überfallen dann hau ich meinem Vater mal richtig was auf die Mütze ähm komm TAMAM BAM 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 wo Kefka Kefka was Kefka wo hast du gesagt da kommt TAMAM BAM 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 ne ich hab gesagt los komm TAMAM BAM 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 ich bin auch schreit im MT und dann Fragezeichen wo Mache Allah mach nochmal Kefka wo Kefka wo Kefka wo Kefka wo äh zwei stück hast du die hier wir brauchen zwei die stehen hinten rüben beim Parkplatz soll man dann gleich paar Stanz aufnehmen da ok doke Green Paper Bank ihre Privatbank in Los Santos dann brauche ich ein Kostüm ich geh mich kurz umziehen wir werden ja wenn ihr euch mal einen Kredit holt und wir zahlen die nicht zurück aua Jenny Keine Ahnung wofür wir die Geld brauchen Alter Roi braucht noch ne Yacht Hab ich mein grünes Hemd noch? Ich glaub ich weiß was für ein Kostüm ich anziehe Du 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 did du 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 do du 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 Hallo G-Castums! Wann ist es denn her, Alter? Ich hab meinen Kuss zum Angezogen! Alles klar, dann lass' los! Awww! Awww! Wir können auch hier fahren, ne? Ja, wie du möchtest! Aber... Kennst du gute Spots hier in der Stadt? Na, über die Grotte und so fahr' ich einfach! Ja, von da oben! Und du nimmst auf! Fahrradhelm hab' ich an! Ich fahr' ein bisschen durch die Stadt und guck' mal in der Southside, was da so für Graffitis und so rumhängen, sprühen Alles klar! Es gibt nen ganz berühmten, der ist Cap! Hey Mann! Ja, äh, wir sehen uns! Wir sind unterwegs! Hast du euch schlecht Laune? Nö! 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 Er hat gerade seine eigene... Seine eigene... Seine eigene... Seine Kreativphase! Genau! Ihr könnt ja auch! Crispy kann ja auch fahren! Und... Und Kim nimmt uns auf! Ach Gott! Aber bei... Bei solche Stunts muss man mehrmals machen... Die selben Stunts... Ja, das ist nicht schlimm! Ja... Ich brauch' erstmal'n Fahrrad! Wir können ja... Achso! Ich rufe das Bake an... Und dann, wenn wir uns auf's Maul legen, können wir uns verarzen! Ah, ich hab' hinten noch... Das ist dein Stunt-Ausbild? Ich spring' jetzt von da oben! So... Und drück' mich weg! Kim, ich brauch' ein Fahrrad! Äh, hol' ich dir gleich! Ich will kurz die... Wir runterspringen da oben! Okay! Was solltet das Fortnite-Skin geben, alter? Bist du bereit, Kim? Ähm... Moment! So! Jetzt kannst du! Muaaa... Swenyaaa... Wobadidobadaaa... Oh! Du hast ja nicht mal Wasser zur Seite gespritzt! Ne, das ist wie so'n Synchron... Wie nennt man diese Turmsprenger, man? Je weniger Wasser spritzt, desto mehr Punkte bekommst du! TV-Total! Jaaa... Kann mir den Zweig holen! Alles klar, auf geht's! Aber ich mach' richtig krass, okay? Ja... Du weißt schon, dass ich ähm... Ähm... Oder du sagst einfach, was du vorhast... Und dann... Irgendwann besser... Mich dann hinstellen! Ja, könntest? Dr. Chicken, habt ihr grad was zu tun? Äh... Grad machen wir nur kurz ne Aussage über diesen geklauten Helikopter da! Ach so! Dass wir nix wissen, so'n Zeug... Du kennst das ja... Wollt ihr mitmachen bei unserem BMX-Stunt-Video? Ihr macht ein BMX-Stunt-Video? Ja, ich fahr' bei BMX und der Crisp und der Kim nimmt uns auf, aber... Falls wir uns auf die Schnauze legen, brauchen wir... Medizinische Hilfe dabei! Wo, wo, wo seid ihr? Ich kann ja jemand ihm schicken! Wir sind... Wir sind... Ja, aber wen denn? Wasch oder so? Ja, wir sind in der Willow! An der Willow! An der Willow! An der Willow! Okay, dann krieg' ich hin! Okay! Ich schick' jemand hin und wir kommen danach auch hin, ja? Ja, ihr könnt auch mit dem Telikopter kommen! Könnt ihr landen! Ich hab' dir Erlaubnis! Okay, alles klar, danke! Danke! Wem gehört die Karre hier? Sandro! Boah! Irgendwie das VIP-Taxi oder so! Wir können da drüben aufs Feld fahren, ne? Ja! Am Highschool! Dann nannte das so Tony Hawk Vibes! Oh, das ist cool! Oh, das ist auch nicht schlecht! Rote Fahrrad? Ah, Parkplatz! Ich... Ich... Oh'n Parkplatz hinten! Um erstmal ein bisschen schneller gehen ab! Hier drei Stunden rumzulaufen jetzt hier! Da kann man uns ein bisschen aufwärmen hier! Ich bin nicht so schnell, Crispy! Wenn du sag' Boyd, ey! Ich bin Mahatma Gandhi! Ähm... Schwarz oder Lila? Ähm... Lila ist kacke! Das sind Nabba's Kinder! Ich meine, ähm... Rosa hatte ich noch gehabt! Nicht schwarz! Ähm... Nicht Lila! Rosa! Nee, schwarz! Ah! Wah! Perfekt! Okay! Dann gehen wir erst auf die Willow, okay? Alles klar! Das fällt nicht! Das sind Platten! Soll nicht! Nee, manchmal klebt die Kette! Du musst nur in den Gegend drehen! Was hab' ich nur? Aua! 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 Nix passiert! Aua! Wow! Okay! Das war krank! Hahaha! Aua! Ach du heiliger! Hast du die Wege-Tank, Crispy? Okay! Du sagst mir wohl, du aufnehmen willst! Du bist der Kamerumann! Dass man das mal aus ihm gemacht hast! Okay! Vermöver mit dem Film! Ja! Ich filme einfach jetzt von Leute! Ach! Ich geh jetzt hier! Und du kommst jetzt von oben von der Straße runter! Und ich ähm! Film das wie du jetzt hier an deiner Hecke so... Okay! Bist du schon ready? Ja, ja ganze Zeit! Okay! Nochmal! Okay! Das war krass! Das war krass! Das war krass! Okay! Nochmal! Kannst du... Wie lange kannst du den Einrad... Auf dem Hinterrad fahren? Solange ich will! Kannst du von da oben bei der Kurve runter und dann bis zum Auto? Ja! Das war nicht so einfach so zwischenfrequenz! Sieht gut aus, danke! Okay! Sollen wir noch ein machen mit vorne im Auge? Ähm! Oh! Ah! Sag mir, du bist Regisseur! Ich kann ja auch hier über das Auto! Ja, ich hab da überlegt, ob du ähm! Vom Dach aus runter springen kannst! Vom welchem Dach? Was vor uns ist! Äh! Ist das zu hoch für dich? Nö! Aber ich muss erst gucken, mich das Fahrrad auch kriegen! Ja, können wir das doch recht hochwerfen mit dem Hochkletter! Ja, ja! Geben wir doch schon hin! Ui! Ui! Nein! Ihr sagt Bescheid mal! Vielleicht übertreiben! Erstmal klein anfangen! Das bin ich gleich so übertreiben! Ich bin gleich so gleich gigantisch! Übers Haus! Übers Haus! Nein! Eine Grotte! Ich bin gleich hier über den Wagen rüber und dann über den Brunnen! Wobei ich ihn machen! Also hier den Wohnwagen und dann über den... Aua! 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 Wir sollten nicht auf den Denker kurz warten! Verbandkasten hinten drin! Du musst das rausnehmen, Verbandkasten! Oh! Aua! 2-2! Auf jeden Fall! Kai! Du musst den Quizbait ja so auffallen! Ganz einfach! Ich versuch halt eigentlich hier so rum! Ehm... Ouh! 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 Okay! Boah! Das war der Wind! Hast du gesehn? Ja ja! Das war der Wind! Das war ein Windzug! Jaja! Das war ein... Das war ein Windzug! Das war... Ja ja! Das war... und dann über den brunnen und über den wohnwagen ich kann versuchen ok da ist die kante als buchstanz und das kannst du okay was für möglichkeit ja ich bin gerade wenn ihr wohnwagen ich habe noch welche aber sind wieder ein partner ist ja auf geht's oder hier so hast du gesehen ja hab ich gesehen noch mal ja kein noch mal der scheiß wind perfekt perfekt digga auf geht's zu krotze was soll ich machen was du willst ja bist du bereit hast du gesehen ja also ich weiß was du gemacht hast jetzt magi nix was erhält habe ich auch aufgenommen nein das kacke man ja und das war krass das war krass habe ich ja und jetzt mich auf die grotte fahr ok ok mit einer aufnahme ich dachte ich sterbe ach quatsch ich war doch alles unter kontrolle was ist denn chris behalten keine ahnung der ist sehr frustriert glaube ich warum naja weil du krasses stunts machst und er äh du machst so krass und er nicht ach so ein quatsch ich habe noch ein paar sachen hier zu erledigen dann komme ich gleich ok 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 ist auch schon da habe ich gerade gesehen ok dann nimm ihn nach vorne tschau tschau er hat sachen zu erledigen sagen der er muss irgendwas machen sagt er nicht bescheid weiß nicht vorn ist das baker vielleicht kann ich über menschen rüberfahren also vielleicht haben sie ein helikopter vielleicht kannst du da rüber springen boah aua du vorne nimmst du mich die ganze zeit auf ja hallo wir machen ein bmx-video ja geil nicht dass ich mir weh tue ja auf jeden hast du ideen wo man fahren kann hier äh hier oben warte mal ähm nein also freestyle so freestyle oder halfpipe nur freestyle äh freestyle geh die straße vielleicht runter aber dann musst du einmal quer durch die stadt das ist auch doof ähm golfplatz golfplatz ja auch golfplatz ist eine geile idee oder äh unigelände golfplatz und dann über über den wasser rüber springen über die teilchen was da sind kann ich ja auch wieder vollkommen jemand nach raus wo die klaren raus keine ahnung wie das ist keine ahnung hallo hallo aua aua fang mich aua warum fängst du mich nicht dr ich bin zu langsam das wird schmerzen das wird schmerzen ausgeschaltet mich fangen sollen ja ich hätte mir fast weh getan probierst du mal rein ja jetzt bringt es mir auch nix mehr ich mach bmx dann zu drehen ein video oh da vorne kommen sie mit aua gegen die vergesslichkeit sozusagen du hast nicht aufgenommen doch doch bei wie viel dort kannst du rüberspringen über drei vier fünf dorten ich kann ja über den dr chan kann ich ja springen und über links ähm namofelder vergessen wenn der pokemon karte ne mosch weißt du bald die drüber springen ja da wo denn vorne auf die straße dann schniet wir uns so hin oder wie hinlegen und dann komm ich so ok ab durch die hack hast du gesehen ja ja nicht nicht ich dachte ich auch gleich ein auto aber kann ich einfügen mit soundeffekten kannst du machen komm die herr ich hab gesagt dass er auf die straße kommen nee ist noch ein gefroren draußen da gehen auch rum hm was kann ich nur machen ich hab'n idee ok herpfel mich mhm das ist aber nur einen kleinen trick ich hab'n idee ich hab'n idee ich hab'n idee genau das ist das ding man kann es immer noch extremer machen extremer 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 genau ich kann mir irgendwann so'n helikopter mieten und dann ist der helikopter der rotor an und du sprichst rüber ok wer ist abschicken oder paar kerle royce rumfahren und was macht der andere und so äh keine ahnung taxi taxi unternehmen wieder am marsch ähm ähm soll man in deine oder meine karte meine wen können mit meinen fahren wo ist denn deine ist meine ist ja beim nachmachen geparkt weil kennst du dich in den abend und wir haben gestern damit scheiße gemacht versteht sie äh Willst du die hinten Klamotten ausnehmen von mir? ich bleib so ach prob noch nicht so fühl ich mich wohl ja klar komm wir gehen zu Macarena ist das ein juguloo? was der wird nee er ist in einem tailgater glaube ich heißt der tailgater es ist die maschine guck mal was in dem stand abgeht mister namen war ein nerven ihm dankbar du bist aber im dritten echt bist du ruhig irgendwie ja aber voll mürbe ja aber zu ruhig also ich meine sonst eigentlich immer irgendwie hier häckchen da was auch daran dass jetzt oben ziemlich weit wechseln nach und das stadt außer der grenze bei der stadt war immer mitbekommen bei dem hauszeit bei dem haus hier müssen wir helfen ja das dahin die meins neun wir sind durchgemacht worden gut alles gut kein autofahren aber nur mit dieses auto ist das die letzten tage auch schon zurück gewesen ja in die letzten wochen weiß ich nicht alles gut was mit ruhig also gut ich habe alles im blick ich habe augen würde keine augen haben ich sehe schon blaulicht da habe ich so was was hier wohl nicht die pepe noch ein stück weiter genau da kann er ausgabe aus jetzt links die sind vorne jetzt zurück schon länger jetzt links und geradeaus guckt vorne sind doch schon die kuppers das ist doch die alte das ist doch die hut von den dings davon und bebeleu ach stimmt hier ist das hände knallt wir müssen die aufbauen das ist das ist das ist ein presse von cc alles gut ist eine platz vertrauen wollte ich nur angst anjagen oh gott nein Nein. Ah, dachte ich will schon. Halt den Mool. Halt den Mool. Läuf bei, Läuf bei, Läuf bei! Kleine knallt, Kleine knallt! Scheiße! Zurück schießen, zurück schießen, zurück! Hände knallt! Das war ein Platzpatron. Das war nur Platzpatron, der Herr. Der Herr, woher? Das ist im Rando, sollte nur Enddienst haben. Nee, nee! Das heißt, Zieler! Zieh her! Zieh her! Ach, sieh schon wieder! Ja weh, wir haben verdunkelte Fenster. Wir können den sehen. Na ja... Wer von dir gesehen ein ist das doch... Aha, aha... Schauspieler, oder? Ja, Milla, ich meine... Ja, entspannen Sie sich, sonst taser ich Sie gleich. Wie soll denn das gehen? Das ist ein kleines... Jetzt bin ich tauglich und... Ja weh! Ja weh! Ja weh! Du lässt dich doch nicht von kleinen Jungen beleidigen! Nein, mach das nicht! Ja weh! Nein, mach das nicht! Lass das nicht zu! Nein, du bist schon groß und du bist gut, in Fortunati! Sollen wir uns abholen? Ja. Okay, wir kommen zum Möpark. Ja. Okay, bis gleich. Nö. Ja. 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 Ich bleib nervös. Ja. Ich bleib nervös. Ja, ja. Und nicht schon wieder. Ich muss den Korin mal fragen, der hat eine Beziehung über SMS gehabt. SMS? Ja. Wie soll das denn möglich sein? Ich weiß nicht, mit Emojis und so. Oh, lol. Wir sind beim PayPal in der Straße, sollen wir kommen zu dir? Ja. Kai. Da rüber. Okay. Was war denn da drüben jetzt? Ich dachte, Sie gehen jetzt nicht. Ich dachte, Sie gehen jetzt nicht. Ich dachte, Sie gehen jetzt nicht. Ach so. Ich soll gehen. Lach mit, Mila. Lach mit. Lach ein bisschen mit. Ha, 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 ha. Das ist so süß. Der Officer, der immer Mewing und so macht. Ja, das ist schon lieblich, muss ich sagen. Okay. Warum kann ich aufhören? Jetzt kann es aufhören. Okay. Ich habe einen Mila für den Mewpark. Mach ich. Wir wollten zum Juni kommen, vielleicht ist da was los. Der Maccaredi hat das aufgemacht. Ach, du willst hier wieder nackte Pfanne? Nö, Kim wollte sich nackte Pfanne gucken. Nackte Männer, bitte. Nackte Männer und der Kisby wollte nackte Pfanne. Kisby? Was denn? So kommt alles ins Licht. Das Licht, wo das Licht aufscheint. Du fährst falsch, Kim. Ich fahr genauso, wie ich das möchte. Oh Gott! Ich habe alles im Blick. Das ist, ähm, die einzige Lichtkelle in der dunklen Kettenwelt. Was? Hey, hey. Geht's gut? Warum weinst du nicht schon, Wilda? Wurde von einem zwölfjährigen Jungen als zwölfjährigen Jungen bezeichnet. Ach, hör doch nicht auf sowas. Und ausgelacht. Das Guto gucke ich mir immer noch auf. So ein Quatsch mit Käse. Voll Möhren. Schöner Abend. So ein Quatsch. Das stimmt. Wir sind jetzt fast da. Oh, ja. Ich trinke Ola. Willings. Nee, ist rechts an. Wir sind da. Ja, ich auch. Ach Gott. Mein Auto. Oh, Dusche. Dusche. Oh Gott. Oh Gott, was machst du denn? Duschen. Oh Gott. Okay. Mija, bist du es? Nee. Oh Gott. Wo bist du? Rosalinde. Okay, Rosalinde, komm. Oh Gott, was hast du gemacht, Cam? Ach, der Kühlergrill. Ach, klar. Ja, der Grill geht nix mehr. Egal. Ich kann das ausbollen. Ach, hervorragend. Glanz da. Mach Pats, Rosalinde. Ach so, ja. Ich boll das aus. Ja. Dann machst du es besser. Hast du ein paar Verkleidungslöchle reinballern? Nicht mal. Ähm. Ich glaub, ich hab hierfür genau das Wichtige immer dabei. In meiner, ähm, Hosentasche, weißt du? Was denn? Ähm, wo hab ich den? Ich hab hier im Rucksack, wenn du meinst. Was? Bitzhack hab ich im Rucksack. Bitzhack? Wer braucht denn sowas? Oh Gott, nein. Oh Gott, ma'am. Ich ruf den von die Kopf aus. Oh nein, der ruft nicht die Kopf aus. Oh, Mann. Was ist das tun? Da ein uraltes Tastenhandy? Warte mal, ich ruf gar nicht die Kopf aus. Pense Mia dreht Fummel da durch. Oh Mann. Scheiße, könnte ich... Ich bin gleich davor zu kündigen. Ja, kündige. Komm auf die dunkle Seite. Ich ruf wieder an. Okay. Pack das Swag jetzt. Wieder ruf wie neu. Wir kündigen? Hervorragend. Pense will vielleicht kündigen. Echt? Warum? Oh Gott. Na, weil du nicht mehr glücklich ist, ey. Jetzt komm, Rosalinde. Oh Gott. Oh Gott. Wir machen Schlägerei im Unicorn. Komm. Du meinst. Du meinst. Du meinst. Jetzt komm, Rosalinde. Was du scheiße. Wie ist das nicht? Oh Gott. Was? Steig ein. Steig ein, Rosalinde. Oh mein Gott. Was ist denn? Was kommt denn für ein Gas aus dem Auto? Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn da gar nicht? Hilfe. Was ist denn da für eine Karre hier? Oh Gott. War auch schon besser. Was ist das? Hallo? Hallo? Oh Gott. Ich kann nichts mehr. Das ist scheiße. Will du wo ist der? Ja. Ach Gott. Mein Gott, vielen Dank für die Wisdom 36. Oh Gott. Hallo, was geht? Mr. Maxe, danke für die Wisdom 2. Pain Dealer, danke für die Wisdom 52. Und Johnny Rocks, danke für den Prime, um 16. Ja. Und PK, danke für die Wisdom 13. Halt das nur mal dumm. Oh Gott. Ich hab mir Gedanken gespielt und dann dachte ich, ah, ich bin das Auto. Halt den Mohl. Okay. Nein, ich sag das nur mal wegen Mila im Computer. Ah. Weißt du denn noch, wo wir im Park gewohnt haben? Ja. Okay. Das war schön. Das stimmt. Und unter der Brücke, da warst du noch nicht so oft da. Da war ich noch nicht da. Wow. Wow. Oh mein Gott. Wow. Jetzt hab ich Milkshake in den Eiern. Ach Gott. Was? Was? Wirst du gerade umgedreht? Ich schad mir gerne Eier auf den Kopf. Warum? Warum nicht? Gut für die Haare. Ja. Hey du Wächster. Arschloch. Was ist das, wenn das Schläge? Du Arschloch. War weiter. Komm her, du Wächster. Komm doch her, du Arschgeuge. Fick dich. Fick dich. Wir haben fast Lumpfer wegen der Gebäude, du Panner. Du Arschgeuge. ULTIMER. Arschloch. Scheiß auf deinen ULTIMER. Oh, das ist der Macaroni. Ach Gott. Oh. Oh shit. Ähm. Ich bin nicht Camilla. Ernsthaft? Ernsthaft? Meine Karre? Deine Karre qualmt. Das ist die Karre. Ich hätte mich zum Juni-Konfragen veransicht. Das haben wir gleich wieder. Oh Gott. Der hat die... Ach ja. Aber Juni, kommst doch recht um die Ecke, der Herr. Genau. Du musst nur von rechts pushen, der Herr. Entschuldigung, was hast du gesagt? Der Herr, du bist nur von rechts pushen. Ja, gib ihm. Nein, 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 nein. Das heißt, die Herr. Loll. Komm, wieder steige ein, schnell. Okay. Oh, nein. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Lachen würde. Lachen würde. Lachen würde. Hilf mir doch. Keine Pferden, ich mir ist kaputt. Sehr schön. Da darf ich ja wander gehen. Halt deinen Puff auf. Oh wow. Ich bin gefeuert worden. Also keine Ahnung. Ja, komm, wir machen Schlägerei da. Ja, okay. Kai, komm, wir machen Schlägerei da. Ui, und das Auto? Der ist kaputt, lass es stehen. Ui, stehen lassen. Das ist doch nicht unser. Nein. 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 Was, nein? Mach das nicht. Und warum nicht? Weil du gleich sonst in China bist. China? Ja. Komm. Fish pain. Hallo. Kommt ihr mit? Äh, klar. Ja, kommt. Ach so, Kim, ich dachte, du lässt deinen Karre ausstehen hier. Ach so. Aber dein ist ja nicht kaputt. Schöne Fahrt gewesen. Ich nehme das Wehrblech, man. Au, au. Na, ich bin's. Wie lange? Wir brauchen noch Deckung, wir müssen Mauer bauen. Ab in die dunkle Gasse. Winkelgasse. Winkelgasse. Winkeltasse, ja. Ach, hier ist überall gesagt Gasse. Komm, mal, dein Neubob 10. Ich leuchte uns dem Weg. Okay, Gang live. Du, kommst nicht. Vorbei. You shall not pass. Because you have no better pass. Wo das denn? Oh, da ist ein Stacheldraht. Stacheldraht in the morning. Vorsicht, Stacheldraht. Wo ist jetzt der verrückte grünen Typ hier? Der Makarini, ne? Ja. Makrele. Makrele. Und wie heißt der? Makaroni. Ja, ja, Makaroni. Pietro, Makaroni. Oh Gott, wird angerufen. Ja. Gut, wo ist denn da? Ich weiß das nicht. Hallo, John Schneemann. Wie, warum? Kann ich eine Nummer vonnehmen? Psst, warum wird der Makaroni gepfeuert? Weil er nur Scheiße baut und ich den Club leiten möchte anständig. Und weil es mein Club ist. Ach so, der hat uns Geld gegeben. Der hat gesagt, wir sollen herkommen und alles kaputt schlagen. Ja, dann mach das doch. Nee. Das ist doch ihr Club. Sie sind doch mit Dr. Bubbles verheiratet. Oder nicht. Davon ist er doch, der Arsch. Sollen wir den schlagen? Hallo? Mia? Ach so. Naja, dann gehen wir halt rein und schlagen alles kaputt. Oh, ist die Party schon vorbei? Da auch. Oh Gott, Alter. Komm, zur spätser Party. Warte mal, ich dachte, hier ist ein Party. Ja, oui. Ich dachte, es hat ein Grand Opening. Ach Gott. Verstehe. Ich verstehe nichts mehr. Mann, ich bin richtig sauer, oder? Immer kommen wir zu spät. Ja, oui. Alles Kim ist schuld. Oh Gott, das geigst ja drauf. Kannst du was sehen an der Mauer? Wo kommen die weißen Wanderer? Miha? Hallo? Wie sagt dir dieser Mann da? Wird schon mal gefunden, ja? Ja. Was hat er gemacht? Der hat richtig Dreck am Stecken. Was hat er? Dreck. Ja, aber was genau? Dreck. Ja, weil Dreck, den man putzen kann, oder wegen dem Polizeidreck? Erde. Erde. Und das siehst du erstmal mit dem Ferngas? Ja. Den habe ich schon länger auf dem Kika. Der ist so richtig, so ein richtig schmutziger Typ. Warum? Na, wegen dem Deck, den er am Stecken hat. Wenigst ein armes Amui. Entschuldigung. Schau nur, wie er mich anginst, als würde er sagen wollen, mich wirst du nie aufwischen Tatetappen, aber ich bin so kurz davor. Du hättest zur Polizei gehen müssen. Und dann? Hast du Spione geworden? Nö, dann nehmen die mich fest, weil die denken, mein Schal ist ein Maske. Ein was? Mein Schal ist ein Maske. Ist ein Schal. Aber alles ist eine Maskierung, wenn es im Gesicht ist. Ja. Ja. Opfer versus den Opfer. Komm halt. Ui. Warum müssen die Party schon zahlen? Gegenüber mit Sicherheit gleich den Kollegen rücken ab. Vielleicht hat der Wechsel ich dabei. Also ihr solltet ja alles kaputt machen, Jungs. Dass halt der Makarene uns bezahlt für. Naja, also ihr könnt hier was kaputt schlagen, was eh nichts bringt, weil es versichert ist. Oder ihr kriegt dafür lebenslanges Hausverbot in einem Zittenclub. Also das würde ich mir überlegen. Ich will kein Hausverbot. Ja, siehst du. Dann lässt du. Aber, okay, warte mal. Bekomme ich Hausverbot oder meine Mama auch? Weil sie arbeitet hier. Deine Mama? Schlafe ich jetzt einfach diese Beine hier. Wenn ich etwas kaputt mache, kriegen wir dann alle Hausverbot? Ich weiß ja sowieso nicht, wer ihr seid. Boah, meine Hand tut weh. Um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, wo ich bin. Wup, wup. Aber warum ist die Party schon vorbei? Gute Farbe. Welche Party? Na, hier auch. Das Grand Opening. Wo ist die Party? Weil der tolle Geschäftsführer sich um nichts kümmert, deswegen. Aber Sie sind doch der Geschäftsführer oder nicht? Nein, ich bin die Besitzerin. Und der Geschäftsführer ist der Makarene? Er war der Geschäftsführer. Und jetzt haben sie ihn rausgeschmissen. Richtig. Jetzt werfen wir den Club richtig neu auf. Mit allem Drum und Dran. Ja, mit Kim, der ist gut, der kann sowas. Und der Crispy auch. Ich? Nein. Ich bin immer für Bewerbung und offen. Klar. Bewerbung? Bewerbung. Achso, Kim. Du musst dich hier bewerben. Ich? Als Geschäftsführer. Natürlich, wir haben einen guten Tag, der Herr. Nein, das ist eine Frau. Achso, guten Tag, die Dame. Voll unhöflich, ey. Ja, sehr unhöflich. Excuse me, wir leben in 2023. Ich wollte... Ach, das war jetzt unangenehm. Aber ein bisschen Respekt vor der Lady. Ach, klar. Das ist die Frau von Noctobarbets. Richtig, oder rede ich wie ein Kerl, Mann? Ich habe Angst. Nein. Achso, alles gut, Jungs. Nein, Lady, nein, natürlich nicht. Wie kommen sie denn mit der Kriminalitätsrattin zu Auserlässt zurecht? Na ja. Mit dem Etablissement. Ja, da wurde Kräuter angeschossen von den Leuten, die die weiße Flex tragen. Ach ja, ich sage mal so, der Job ist ja herausfordernd. Nee, das war der Weg, weil er kommt günstig. Und die Ballers, da sind die Weißen, dann sind da irgendwelche anderen, dann kommt noch ihr, also läuft. Ja, wie, wir machen noch gar nichts. Nö, finde ich gut. Alles gut. Ihr seid ja auch sympathisch. Wie viel hat euch Macarena gegeben? 50 Dollar. 50 Dollar, Jungs? Jo. Wir sind billig. Aber 52 Dollar jeden. 52, ich habe gehandelt. 52, ich habe gehandelt. Wir können ja hier die Tür machen. Ja, mach die Palme hier einfach kaputt. Ja, zeig's, ihr könnt es. Dupe Palme. Ja, nicht mehr sonst, du. Schlampe. Hure. Scheiß Palme. Scheiß Palme. Aber nicht den Topf. Ich hole dir eins von der Palme runter. Ja, es will dir eine Palme. Will dir eine Palme. Kokoslos von oben. Oh Gott. Achtung. Steppen mehr Menschen durch Kokosnüsse als durch Haiangriffe. Wüsstet ihr das? Ernsthaft? Ja. Dankeschön. Ja, gerade feinende Kokosnüsse. Das ist voll gefährlich, Mann. Hast du das in so einer Doku gesehen oder ist das wirklich? Das ist wirklich so. Hashtag Fake News? Nein. Hashtag Green News. Hey, nicht schon wieder. Wer bist du? Das ist Gustav. Das ist Gustav, Mann. Voll entspannt. Ich schlafe dich zusammen. Wenn du hier Trouble machen willst, den Puff. Ich mach gar nichts. Ich komme gar von Trouble. Ich will nicht machen mehr Trouble. Ich, ja. Wer ist Gustav? Ich hab gerade jemanden ungewumpft. Ich hab gerade jemanden sterben sehen hier. Jürgen. Wo ist Pedro? Ach Gott, ich bin angerufen. Er ist gestorben. Weiß ich nicht, wo ist Pedro. Was hat er denn da in seinen Taschen? Pedro? Ich schaue mich nicht an. Oh, hi. Grüße. Wer bist du? Ich bin Crispy. Hey, wir kennen uns doch. Na ja, wir sind Gustav. Ich gucke mich mal ein bisschen Kohle, dafür, dass du so nett warst. Du bist Gustav? Ich gucke mich mal ein bisschen Kohle, dafür, dass du so nett warst. Kohle? Was ist das? Na Kohle. Das ist Körgels. Gehst du hin? Gehst du hin? Wer ist Fakus? Was? Wer ist Fakus? Fakus? Fakus. Kenn ich nicht, wo ist das? Fakus. Ach so. Vagos. Ach so. Wo ist Fakus? Wer ist Fakus? Wer ist Fakus? Mal verstehe ich das Leben einfach nicht. Warum? Weil man Dinge bekommt, dafür, dass man sie kaputt macht. Nein, wir bekommen Kohle, weil wir aufgepasst haben. Ja? Auf wen? Auf die Frau Wobbles. Ja, ja. Waren sie in Gefahr? Cool. Ich wollte schon immer mal in Gefahr sein. War was für dich. Oh, dankeschön. Oh, da kommt jemand. Auto wird gleich in Luft gesprengt. Welches? Ah, 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 ah. Wer ist das? Oh. Das ist Kroll. Ich muss doch eigentlich das Ding los. Ein Sack Zwiebeln. Wo hin musst du? Ähm, zu 5010. Da wird gleich ein Auto in Luft gesprengt. Und ich soll das filmen. Wir kommen mit, aber wir haben nicht genug Platz. Ja, ich weiß. Warte, du willst Windisch-Karte in die Luft gesprengen? Ja, da muss der Kroor aussteigen, ne, Pellner. Ach so, der ist gerade neben mir. Der wollte uns abholen. Okay, bis gleich. Wir können ja hier zu tief bei Hase gehen. Ey, Kim, darf ich mitkommen? Nein, wir machen... Malte kurz, Kim. Ja. Mir, dann, wir lassen ein Auto beführen hier. Komm. Wir werden den Reata holen. Komm, los geht's. Wir importieren den Schnell. Kannst du den Reata herbringen? Meine Rate, bitte. Rate. Meine Rate. Mit dem Schnell. Oh. Tschüssi. Tschüssi auch. Und nicht der, oder? Das ist der Exkursiv. Schnell weg, oder? Kennen mich alle, Leute. Ich blickte mich durch. Was? Wo, wo, wie? Okay, einsteigen, Pit. Schnell. Los. Schnell. Oh Gott. Geht. Heuvel, danke schön für den Re-Sub im sechsten Monat. Schon sechs Monate eine Aberfalle ging's da. Gar keine Aberfalle macht freiwillig. Wo wird ein Auto geschottert? Schottert. Weißt du, auf dem Chatpark? Und Wetterf, danke schön für den Prime, die jeden Tag kam. Ich weiß nicht, Kim war schon wo. Pinsel scheint heute sehr ein Stress zu sein. Kann die sein? Ja. Warum? Der hat von dem Telefon geschrien, der kann nicht. Oh Mann, oh Mann. Mich hat der gesagt, ich hube zurück, ja? Und ich so, okay, Mann. Ja, okay, Mann. Ja, voll im Hören. Neben Sitz war das Tampon falsch. Oh, oh. Fand nicht so nah da dran. Oh. Das explodiert gleich da vorne links. Wo ist es? Oh, 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 oh. Ja, oh, Macarini, Macconi, bist du bescheuert? Sind die bescheuert? Ich schieße mal jetzt. Oh, oh. Feige. Das sind die neuen wieder, die Praktikanten. Oh, wag es dir nicht, Petro. Wirklich, dass mich das auffällt. So sieht es nämlich aus. Wag es dir nicht, Petro. Der Macaroni dreht durch. Was ist denn hier los? Weiß nicht. Was hier los ist? Was hier los ist? Die verdammte Bitch dort hinten, ja? Hat mich heute ernassen. Lady, ja, du hast es für nicht verdient. Du bist ein Loser, Macarino. Ich bin der Loser. Ich bin der Loser. Oh, mir spreng das auch so in die Luft. Du bist voll ein Loser. Hey. Ich wage es dir. Hey. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Leck dich an, ich schelte es nicht. Oh, Gott. Es ist crying. Es ist crying. Oh, Gott. Scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. Leck dich an. Es ist noch nicht zu Ende. Oh, Gott. Richtig, es ist noch nicht zu Ende. Das ist der erste gottverpflegte Anfang. Ich mach sie komplett fertig. Ja, lass mal sprechen. Du bist trotzdem gefeuert. Oh Gott. Warum bin ich dann nicht verhaftet? Wenn sie eine Anzeige machen wollen, dann müsste sie ins PD. Ja, natürlich. Anzeige gegen diesen Verlierer. Ja, machen sie den PD dann. Er hat... Er hat... Er hat eben... Er ist krank. Wir brauchen die freiwillige... Freiwillige Feuerwehr von Baker. Dr. Chicken, wir brauchen die freiwillige Feuerwehr in den Start. Okay, wo? Bei 5010. Ihr brennt ein Kanister und ein Auto. 5010? 5010 bei... Alles Touristix. Okay, alles gleich. Ich schick grad hin. Okay. Ja, sollen wir den festnehmen. Glück. War das Auto... Soll ich den disäbeln? Ich disäbel den. War das... Soll ich da ihren Namen noch hin... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Polizei hat gesagt, ich soll den disäbeln. Oh Gott. Was? Oh Gott. Ich schick grad hin. Entschuldigung. Das bringt doch jetzt auch nichts mehr. Loser. Der wollte... Der wollte uns... Warten. Da liegst du! Der Polizei hat aber... Da liegst du! Aber sei exklusiv, ich hab ihn disäbelt. Vor die Plage verteilt hier. Da liegst du, du Lutsche. Ähm. Was ist denn hier schon wieder los? Ich... Weiß nicht. Ich geh meinen Koffer aus dem Auto holen. Okay. Und scheinen will die Polizei nicht... Mach Platz, ich wärme ihn mit meinem Körper. Warte. Warum werden wir denn nicht verhaftet? Ah, klar. Weil sie keine Anzeige machen will. Ist ja nur Sachbeschädigung. Hallo? Ja. Ist nur Sachbeschädigung. Ja. Wir haben jetzt nicht mit unserem Körper... Ja, was anderes, wenn's ein Polizeiauto wäre. Aber... Sachbeschädigung. Genau, ja, ja, ja. Oh du Gott. Mija, hast du Creme dabei? Nee. So ist er von uns oder wäre immer umschlossen? Ich hab aber Nase zu Nase gemacht. Oh, ich bin ein bisschen verschnupft leider. Oh Gott, ich Creme, nein. Okay. Gold, du Gold. Kespie, warum hast du den gehauen? Ich hab dir nicht gehauen. Kim, warum hast du den gehauen? Ach Gott, Kroll, warum soll das? Kroll, warum machst du das? Was hab ich gemacht? Ich weiß nicht. Ich bin unter Drogen wohl noch. Ach Gott, Gustav, warum? Gustav, warum? Au. Macaroni. Der Kroll hat dich voll von hinten geboxt. Ach Gott, Kroll, du bist so krank. Ach Gott, Kroll, du bist so krank. Wieso? Ich weiß nicht. Der meinte irgendwas mit, du hast deine Mama beleidigt und die Auto in Luft gesprengt. Hm. Warte, das ist deine Mutter? Das ist doch krank. Und Macaroni, warum wurde das jetzt gekreut? Wünschte das, wenn meine Mutter. Weil die Person Ego-Probleme hat. Ego-Probleme? Jojo. Ich hab auch Ego-Probleme. So ein Zufall. Falt deinen Kopf, schnell okay? Okay, okay. Ich zähle jetzt bis vier. Eins. Eins. Drei. Gibt's besser? Falt die Richtung. Falt die Richtung. Du bist zurück. Schau mal nach einem. Nein. Ich glaub, nein, nochmal andersrum. Ach, dein Auto. So. Wieso? Ja, ich glaub so passt, oder? Nein, das war alles dein. Ich mach das, Mann. Ich kann's das nicht. Lass mich das passen. Ist das so richtig? Ja, das war's. Ja, wie jetzt? Warte mal, jetzt schielt er. Entschuldigung. Okay. Jetzt scheint in Ordnung zu sein. Hm. Das Baker kommt. Ist das jetzt in Ordnung? Ja. Ich hab's. Ich hab's. Hey, what are you doing there? What are you doing there? Heiologe. Heiologe suchen immer nach Hain. Hier gibt's kein Hai. Schwarzwasser. Äh, äh. Die sind im Meer. Ja, aber hier ist ein Teil des Meeres. Und als Heiologe möchte ich natürlich schauen, was für Haie es hier gibt. Du hast voll eine Kartoffel. Das versteh ich nun nicht. Du mit deinen Haikunde. Komm. Die Feuerwehr kommen jetzt gar nicht. Ich versteh das nun gar nicht. Die Feuerwehr kommen jetzt gar nicht. Tschüss. Oh mein, die Polizei hat dir nicht wahr, will das? Ich weiß nicht. Das Auto bänd. Ist denn schon ein Wind. Oh, das Auto bänd. Ähm. Soll ich dir sagen, wer verraten hat, warum die hier sind? Hm. Glaubst du, der kann mich abschleppen? Hm, hm. Ich weiß das nicht, Kim, du Arsch. Ich habe nix, ich habe gesagt, ich habe mich versprochen. Du kannst jetzt einfach abhauen, ja? Ja, aber kann ich. Warum verraten die jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Die verraten die dich nicht. Halt Mohl. Gelber. Halt Mohl. So eine Schmerz. Du hast denn nur den Abschlepper, ja. Hm, den hab ich mir eben vom Julikon geklaut. Mal betauschen, ich krieg dein Auto und du kriegst einen Abschlepper. Ja? Okay, du kriegst das Weiße und ich krieg den, ja. Okay. Okay. Schlüssel steckt. Komm, Mila, komm schnell! Mila, komm schnell! Was? Komm schnell! Schnell! Im Auto hier! Im Abschlepper! Ja? Steig ein! Achso! Hm. Nun gut! Ich glaub ich lass den wieder mit. Ab vorne, das große Auto brennt! Was? Ja, toll, wir sehen uns! Ja, ich bleib dann mit der... Mir wurde ja nur in die Arschbacke geschossen. Ich geh dann halt zurück die fünf Kilometer. Das ist gar kein Problem, Leute. Was machst denn du dort? Na, ich kann nicht hagen. Ich komm dann zum Anwesen. Ist echt nicht gut im Abschleppen, hm? Ne. Will nicht hagen! Versuch's doch mal von hinten! Nein, das andere hinten! Komm, warte! Oh du Gott! Geld nicht! Komm, du kannst das Auto haben, das ist scheiße! Das ist kaputt! Den Lkw? Ja, ich schenke dir den! Für 100 Dollar! Kann ich auch auf Raten zahlen? Ja, okay! Okay, die erste Rate morgen, ja! Okay! Wo fahren die anderen hin? Äh, zum Anwesen meinen sie! Okay! So ein Scheiß-Auto! So ein Schmuck! Ja, Mann! Dankeschön für du bist am 13. Oh mein Gott! Du bist halt nicht mehr im hohen Alter, halt! Maul, Junge! Und Nils, dir Dank für du bist am 56. Ihr seid voll die Ärgerer! Hm, ich glaube, die sind zum Anwesen gefahren! Anwesen! Na, du weißt doch, die Wöhler, Wöhler! Die Wöhler, Wöhler! Wöhler, Wöhler! Warum stellen die eigentlich immer ihre Karren, Wöhlen? Ähm, das ist, um zu potzen! Potzen! Ja! Kennst du Papa Potz? Papa Potz, die Freunde von Aromen! Papa? Papa? Den kenn ich! Du waren mal gute, ähm, Freunde in der Schulzeit! Dankeschön! Aber dann bin ich asozial geworden! Hehehehe! Hehehehe! Ja, schon, Masahiro! Ich hab das Ganze grad nicht verstanden! Der knallt einfach die Karre da und alles weg! Und er wird einfach nicht verhaftet, so! Und andernseits ist man einfach auf dem Gelände, wo man nicht auf sein darf! Und da kommen direkt fünf Bullenwagen angefahren und so! Ich hab das grad nicht verstanden! Ist natürlich auch scheiße von mir, dass wir jetzt wegfahren! Hier ist unser Wohnort! 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 Ich hab um ehrlich zu sein keine Ahnung, was die nur machen wollen! Weiß es auch nicht! Ist der C heute! Tha? Tha! Tha! Ich mag Medium! Medium Rare! Bitte nachts, Wes! Oh Gott! Was denn? Nix! Das wohl! Pass auf! Ich versuch vorsichtig zu sein! Die abfalten nicht um! Ja! Hier bin mein Bestes! Das gab's glaub ich geil! Kai! Du hast vorbeigelaufen! Ja, aber hier ist auch echt eng! Wir sind wie ne Kackwurst! Ja! Pack dich von links auf die Weasel! Geh links einfach! Ja genau! Das macht lustige Geräusche! Bei Möhre! Ich schuf Chrissy mal an! Wo seid denn hier hin, Crispy? Achso! Wir sind hier am Stadtpark und auch dort Chuck! Achso! Ich dachte wir fahren zum nach Hause zu Willa! Achso! Ja wir sind hier noch beim Stadtpark! Und Camilla sollen wir zum Stadtpark fahren? Zum Stadtpark? Ja! Was ist da? Na da ist Crispy und die anderen! Hi! Okay, bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bye-bye! Bye! Boah! Jetzt wieder mit der Kari rausfahren! Oh! Fortnite ist schon ne Versuchung! Ja, aber ich will ja... Nee! Wir bleiben in RP! Vielleicht kommt noch irgendwas oder so! Ich will ja RP spielen! Ich bin halt kein Magier! Ich kann halt nicht einfach irgendwas erschaffen! Ein bisschen traurig bin ich! Gurt! Gurt! Pass auf! Nee! Ist jetzt nicht, Mann! Mal außen rum! Alles gut! Wir haben noch einen Wake! Aber der ist versperrt! Roger! Oh Gott! Pass auf! Roger! Mach hier grad nen Kunstweg, Mann! Was meinst du? Caro! So ein Smiley... Das wird ein Schwein oder so! Schwein! Ich seh schon! Sieht ein bisschen aus wie du, Kötis! Ganz schön! Schweini! Schweini! Oh, du hast das denn so! Ja, oui! Ja, oui! Was denn? Nix! Ich bin nicht so! Ich bin eine schlechte Fahrerin! Boah, was will der jetzt? Halten oder fahren! Halten oder fahren! Entscheide ich, Junge! Fahr doch! Rüber! Fahr weiter! Man geistert erstmal nicht mehr! Wir haben ja... Wir haben ja... Wir haben ja... Guus Guus Sack und so! Und Voli Naidi! Gut! Wir haben ja... Wir haben ja... Was sagen! Was sagen! Wer wurde ich immer so? Ja, ich werde heute wohl noch so gemacht! Ich wollte grad sagen, dass ich früher auch so genannt wurde... Aber da ist wirklich alles! Was? Ja, beruhig dich. Du darfst das nicht so zu Herzen nehmen, wenn eine kleine Julian kommt, nicht beleidigt. Wenn man die Augen zumacht und die zuhört, klingt das so, als würde man ein Fenster putzen. Wenn ich war. Doch. Die sind irgendwo hier im Park. Dann schauen wir mal, dann schauen wir mal. Jo, bist du verrückt? Kannst du mit dem Mariante hier reinfahren? Mach das nicht. Woanders? Du kannst nicht mehr über die Brücke. Warte. Du hasse ich. Aber hier ist kein Brücke. Nein, da vorne sind die nur. Wo? Nach links bei der Truck. Warte. Oh Gott. Du machst die Umwelt kaputt, ne? Ah ah. Du bist quasi Mörder. Ah ne, das stimmt so nicht. Eigentlich war die Umwelt hier schon kaputt. Man hat nur eine neue Umwelt dahin gemacht. Das stimmt nicht. Aber sie ist trotzdem kaputt. Oh Gott. Ja, aber es fährt der auch so. Der hat auch auf dem Rad. Der hat einen Sorano. Opfer. Ja. Kötis, wie kriegt man den wieder vom Haken? Den Wagen. Den Wagen. Weiß nicht. Kann Doktor Chuck, ich guck. Hallo Kötis. Hallo? Ja? Wer ist? Oh Gott. Lass den Profi ran. Ne, selbst keine Ahnung, wenn ich den Hebel immer ziehen muss. Du hast drei Jahre Ausbildung, Mann. Ja, gute Frage. Weißt du, welche Ebene du drücken musst um hochzufahren oder zu fahren? Nö, ich drücke ein. Ja, Kau. Wow, 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 wow. Warum? Ja, weiß nicht. Also, das Ding ist doch hoch, lass das doch, mein Gott. Wir kriegen das schon hin, Kim. Oh Gott, du machst es doch schlimmer. Dann musst du das machen. Aber absetzen das so hin. Ich weiß nicht. Ihr macht das schon, Männer. Ach Gott, du machst das. Oh Gott, ich habe eine Idee. Ach, scheiß drauf. Keine Ahnung, was die da machen. Sie hat wohl eingehakt. Ja, so war es gedacht. Ja, was machen sie halt, oh Gott, Chuck? Ich sitze hier, weil ich hier gerne sitze und weil die Leute kommen und fragen, was ich hier mache. Halt mal. Okay. Nein, es war nur Spaß. Mein Handicap die ganze Zeit. Und, haben Sie schon jemanden geimpft? Nein. Why? Ich habe sie doch geimpft. Ich habe sie auch geimpft, vor Monaten schon. Ja, war heute niemand. Morgen ist, glaube ich, wieder ein guter Tag. Freitag ist immer gut. Na ja, wir müssen noch mal schauen, ob er jetzt das Lager hinten auch schließen könnte. Oh, denn ein Baker? Nein, nein, in der Praxis. Bei Ihnen oder am anderen? Bei mir. Ja, bei mir. Dann merke ich, gucken gehen. Ja. Gerade kamen diese Macaroni und hat auf so ein Tang-Dings geschossen und dann ist ein Auto explodiert. Dann habe ich die freiwillige Feuerwehr vom Baker rufen. Naja, die waren heute schon fleißig unterwegs. Das freut mich sehr. Ein paar Feuer, die werden meine Frau löschen. Ich glaube Cody. Achso, die könnten wir auch hierher holen, wenn der weiße Wagen dann explodiert. Eigentlich schon, ne? Ja. Ja. Vielleicht können die auch helfen. Wusstest du sie haben? Ich meine gerade nicht aufstehen. Ich glaube, die kommen nicht mehr. Achso, ist schon spät. Na gut. Ich gehe mal kurz da rüber. Hau rein, Alter. Ganz schön ruhig, ne? Wenn man ganz ruhig ist, dann hört man die Gehen zücken. Die Grillen? Gilden. Die Gilden? Ja. Welche Gangs zirpen denn? Die Gilden. Die Gilden zirpen. Wer grillt? Gilden. Gilden? Ja. Wer sind denn die Gilden? Na, Gilden zirpen. Oh Gott. Manometer, ey. Ach, die Grillen. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Ja, aber wer grillt? Gilden zirpen. Ja, die Gilden zirpen. Du meinst die, wie heißt die nochmal anders? Räuscheike. Hui. Ach komm, ey. Na, die heißen doch Räuscheiken. Ja. Was macht Nelda? Na gut. Fahren wir. Darf ich mal ruhig mitfahren? Ach so. Wir haben nun zwei Sitze. Okay, dann. Müssen wir mit ihrem Auto fahren. Ja, genau. Okay. Komm, Miha. Wohin fahren wir aber? Nur kurz, weil Dr. Chuck geht zur Apotheke. Hi. Aber können sie bei den anderen kurz vorbeifahren? Welchen anderen? Dann kriegst du dich, sag kurz Bescheid. Ach so, ja. Crispy, komm. Komm, Crispy. Fangen wir zu Dr. Chuck seinen Krankenhaus zu fallen. Haben die die Karre jetzt abbekommen? Nee. Hey. Für immer und ein paar vereint. Ich hab versucht auf den Haken zu schießen, aber hat nichts gebracht. So viel Comics geguckt. Ja. Schmuck und Mutter. Wir haben gehört in die Karre. Ach, das ist Mike Müller. Dr. Baumann. Nein, der hat immer so schnell geredet. Also, Dr. Chuck, der Typ, der ihm das Logo gemacht hat, der hat aber auch nur paint, ne? Der was gemacht hat? Ach so. Na, das da oben. Ja, das ist doch gut so. Das sieht aus, als können wir hier Baukästen kaufen. Clean und simple. Okay. Jawoy. Ich brauche dich. Legolas, ich brauche dich jetzt. Sandro wurde entführt. Okay, wir kommen sofort. Sandro wurde entführt. Oh Gott. Oh oh. Kira? Ja. Hm. Nee, ist abgeschossen. Okay, okay, okay. Ja gut, dann werden sie es beobachten. Wir müssen sofort zum Park zurück. Der Sandro wurde entführt. Okay. Dann geh ich wieder raus. Dann geh ich wieder raus. Und wir fahren mit Dr. Chuck. Dr. Chuck, kommen sie an für mit. Wir müssen zu Willa. Ja, fahr du besser. Du kannst schneller fahren. Okay. Neil. Neil. Gott. Wir haben das Taxi-Taxi angegriffen. Oh nein. Oh Gott. Was ist denn mit dem Auto? Warum ist denn das langsam? Tempomat vielleicht noch drin? Ach so, was ist denn ein Tempomat hier? Oh Gott, was habe ich gemacht? Oh Gott, was habe ich gemacht? Oh. Stock auf die 290. Bube. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was war all das? Ich spiel grad Fortnite in Handy. Okay. Oh Gott. 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 Okay, den habe ich. Den hab ich. Lass uns mal über. Oh Gott. Lass uns den Biggie trinken. Pass auf, da kommt, pusht einer von links. Oh, warte. Oh, der sieht mich nicht. Ja, Swipe ihn weg. Ja, Chris, wir rufe den Kimmer. Mach Pistole. Down, down! Mach den Loser-Dance! Geh raus! Ja, wir sind ja gleich da. Aber gute Pistole war das. So viel Glück muss man erst mal haben. Na los, halt noch! Wir brauchen nur ne Karre! Ist doch kein Problem, Mann! Was weißt du? Ich hab keine Ahnung, Jörg kommt jetzt hierher. Kai, wir haben Dr. Chuck mitgenommen. Ballers? Oh, scheiße! Von dem Ballers? Ja, Mann! Kai! Einer muss kümmern dürfen! Alter, wie siehst du denn? Jetzt hab ich Flashbacks! Jetzt wird richtig geknallt! Na, endlich! Endlich bist du zum Bewusstsein gekommen! Ja, das ist ein Auto! Ja, das ist Jörg und... Hang in die Höhe! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Gut! Alle Strapped, Mann! Ja! Wie hast du ne Strapped dabei? Oh, was? Ja! Okay, Infos, Mann! Wo ist der? Von der Straße! Äh, unten... Also, wir wissen nicht viel mehr, außer, dass man unten mal im Dings ist, ne? Ja, die sind... Richtung Bafen, denke ich. Das war eine sehr große Gruppe Ballers. Also, jetzt sind wir ungefähr auf der Menge von ihnen, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen weniger, ne? Wir haben wieder mal alle zusammen getrommelt. Die sind höchst beleidigt, weil wir wollen die, die sehr haben auffliegen lassen vor der DOA, ne? Die DOA hat die vorhin komplett hochgenommen, wegen uns. Ja, ich... Ja, also, wir starten dort, äh... Dann kamen die mit drei SUVs... Hallo, Bobby! Haben Sandro die Waffe an den Kopf gehalten... Haben gesagt, steig ein, steig ein, halt die Fresse, steig ein! Ja, das war's. Ja, okay. Ja, Curtis, Mann! Du bist der Shot-Call! Ähm... Wo, wo waren das denn? Wo sind denn die hingefahren? Ja, die sind Richtung Hafen gefahren. Oh, wer ruft mich denn an? Hallo, Luke? Echt? Ja... Achso, sie haben ihn gefunden, ihnen geht's gut, ja. Scheiße, Mann! Ach, Mann! Mann, ich war ein paar Borla abknallen! Da wollte man jetzt einmal nicht nur ein bisschen Zeit lassen können, ja! Ey, mal so richtig, verdammt, ey! Ja, Mann, ey! Warum machen wir nicht Rachebeschuss? Genau, drive in! Einfach direkt, einfach so direkt antworten, oder? Ja, Mann! Wo geht's? Gute Idee, Mila! Dr. Chuck, haben Sie ne Knarre? Äh... Nein, nein, ich... Los, Dr. Chuck, pack die Pumpe aus! Äh, Doc, brauchst du nen Praktikanten? Wo landen wir? Breakwater Bay? Mhm! Ach, noch ne Karre! Wir brauchen ganz viele Karren, Mann! Die... sonst knallen uns alle aus einem... Besten... Vier... Ach, Quack! Also, also, hört mal zu! Äh... Die haben ihn gefunden? Ja, wir... Direkt Racheakt jetzt! Oh, ja, ja, ja... Wollt ihr die jetzt suchen? Macht die Autos voll! Na, die... Ich fahr zum Hafen! Ich fahr zum Hafen! Na, ich... ich fahr... Ich fahr... Na, du... Ne, 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 ihr seid jetzt schon voll! Na, dann fahr ich bei mir! Ja, dann fahr... Ich kann dich nicht allein lassen, Alexi! Das geht ja nicht! Wollt ihr mich verarschen, Alter! Das ist euer Scheiß-Boss! Ja, korrekt! Aber Alexi will jetzt schon mal irgendwie zu ihm hinfahren direkt, oder nicht? Ich fang jetzt zu den Ballern! 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 Okay, komm mit! Ja, willst du fahren? Jawoy! Hast du da vorne so'n Knopf, dass der Körper rum hinten auf geht? Ich bin mir mehr als nur sicher, dass Sandro dich schon wieder die ganze Zeit genervt haben wird! Die werden schon wieder mit den Nerven am Ende sein, die Ballern! Ja, und? Ja, ja, natürlich! Ein, ne, die findet! Ruf da an! Von New York hat keiner! Sind die doch egal! Lass einfach zu den Ballern! Wir machen das so, wie die das machen! Ja! Das wollen die doch! Genau! Mila, pack dein Strabot! Jo, habt ihr eure Waffen? Ja, natürlich! Alles klar, Mann! Wo fahrt ihr, dass wir uns zu... Ja, wir fahren jetzt leider nicht! Jetzt gibt's Rache! Damit ich mich nachladen kann! No! Quick! Kann man schon mal in Stimmung bringen! Ja! Ja! Ja, wir müssen uns heil rauchen! Heil rauchen! Ja! Dann kriegen wir weniger Strafe! Warte mal! Oh, das tut jetzt, ne? Einfach! Moment! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bring man schon mal in Stimmung! Da ist ja, ähm, wir will mit dem Vollmagazin da rein, Mann! Ja, normal! Jetzt gibt's richtig ab hier! Okay, Mann! Lass mich mal kippen! Lass mich mal ziehen, Mann! Lass mich mal ziehen, ja! Mila, ich zieh jetzt einfach dieses kokainhaltige Passte aus deinem Bauchnabel, okay? Ja, ich geb mir jetzt auch mal ein Leinchen hier, meine Scheiße! Hey Mann! Ich bin jetzt so auf mein Bauchnabel! Hallo, wir haben keine Zeit! Okay, mach! Let's go, Mann! Ich bin voll Drupel! Oh! Oh! Jetzt geht's richtig ab, motherfucker! Oh! Oh, Taxi, Taxi! Nein! Warte! Schuss, Schuss! Schuss, Schuss! Schuss, Schuss! So ein Gerät an meine Maske! Technologie, Mann! Fortschritt! Okay! Los, ab jetzt! Und wenn die nicht da sind, dann fahren wir rum! Dann suchen wir die! Wo sind die anderen denn jetzt hin? Die beiden hinter uns! Wir sind weg! Ach, scheiße! Wir schaffen das wieder allein! 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 Okay, wir kommen, aber taktisch durch die Waschstraße, Mann! Damit rechnet jetzt keiner! Oh! 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 Den haben wir es gegeben, ey! Das schaut gut, Mann! Krass, Alter! Wie sind so heftige Gangster, Alte? Ja, heiliger Scheiß! Ja! alles cool ist alles gut ja fahrt jetzt hier noch mal durch mann wir haben hinter uns wirklich okay warte mal wo waren jetzt die ganzen kopf wegen uns da oben auf der autobahn was das ist noch eine runde ziehen okay man aber das ist jetzt aber diesmal von langen weiter ja 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 ihr müsst ihr müsst sie werden voll auf mich achten man ja wir müssen aufpassen da kannst du durch gott damit geschossen ja perfekt jetzt kommen wir noch mal okay das war scheiße nein die sind die sind im haus noch eine runde die sind im haus mann oder auf den dächern und dann kriegen wir die fratze voll ja es reicht man das war eine ansage ja mann oh gott ich darf diese maske nicht aufziehen was ist denn die kopf mann die macht die abziehen und dann noch vorbeifahren ich habe doch gar keine woher links weg geschossen ja was geht denn hier ab wenn ich frage warum unser auto so durchlöchert ist wir haben ihr eigenes auto gestellt auch geiler hin roi da sind die da sind die da vor uns sind die die anderen beiden fuß das sind die das sind die baule also ich bin meine die wenn du ready bist direkt vor uns die oh gott wir können so gut jetzt auf die ja dann bist du sicher dass sie das ja jetzt auf die kopf scheiß auf die kopf oh oh splitter nein oh gott bleib sitzen wir steigen jetzt aus scheiße die haben roi getroffen bist du verletzt steigen ja die haben mich getroffen scheiße stell die maske ab genau wir steigen jetzt aus und legen uns einfach hinter die karte ok mhm ok aua die haben einfach auf uns geschossen die schweine aua die haben auf uns geschossen aua 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 was sind das so verrückt aua aua hallo ich brauche einen Arzt da war so eine karte der hat uns geschossen nein woa kann man immer mediziner rufen schnell wir halten lila bindeln aus oh gepärrt im medizinkopfer ich kann uns helfen aua naja wo bist du getroffen ein paar ja will ich hin die haben einfach auf uns geschossen die schweine also das haben wir auch gesehen so also es kann ich weiß nicht was passiert ist mina wo bist du getroffen wo das doch der schulter doch doch kusch aus dem baker kusch sollte ich die glasplitte einfach so rausziehen ich kenne einen versteckt sollte man sonst blutet das noch mehr genau dann warten wir bei ihnen auf den arzt ja doch das ist der polnisch und mir aber bist du getroffen ich helfe ihnen einmal ihre jacke auszuziehen getroffen ich habe glasplitte im gesicht bekommen weil die haben das ganz guckt euch mal das auto an das ist nicht mein auto wir haben da drüben noch eine berüstete person auf der straße ich bin nicht so schwer verliebt wenn ich mal bei dir jetzt mal weinbleiben sagen wir was ich machen soll dann kann ich ihnen vielleicht ein bisschen helfen ich bin ja eigentlich 90 für die ich sterben nein stirb nicht aber ich sehe gut nein ich meine schuhen macht rückverband wir müssen so oder so nicht für die mein gott kommt das boot von meinem kopf nicht aus deiner schulter aber ich habe gut im gesicht ja das kopf dahinter ich muss desinfizieren du hast aber kein steckschuss das nur streifschutz hier ich tue druckverband ich mache jetzt zu wangen kreis sollte für eine was ist denn passiert wir sind da vorne vorbeigefahren wo die ganze polizei standen dann ist so eine sohn so ein erster wie vorbeigefahren da waren alle mit lila bandana saßen drin dann sind wir einfach nur links abgebogen zurück gefahren waren hinter den und dann haben die auf einmal voll angefangen auf und auf das auto hier zu schießen einfach so die haben auch auf uns geschossen und dann und dann wollte das auto hier jetzt hier hin lenken ja und dann ist irgendwas schlimm dann wurde crispy getroffen ist auf dem auto raus und wo ja auch und wir sind voll gegen die mauer da vorne liegt auf jeden fall noch eine bewusse besonnen die sich gerade doch chakram hat ja ja grüße sie hallo mir da willst du vom pvx behandelt werden ich mache das schon also gut dann können wir abgütteln ok ich habe druckverband um du willst nicht noch dankeschön wo ist der pinsel wenn man im bruch der muss die verbreche einschweren ich habe ein bisschen angst wegen dem auto hinter uns meinst du es explodiert ich weiß nicht das macht mit pfeif geräusche das war klar da hat fahrer und beifahrer rausgeschossen werden wir haben richtig viel schutz hinten ging alles so schnell ich dachte doch ich dachte dr was haben sie gesehen was abgegangen ist haben sie mir näher ich habe nur die schüsse gehört wir werden fast gestorben tut ihr hier kuscheln oder ging es euch ich habe mir noch druckverband dran gemacht sehr gut ich habe gar was war das denn aber ich habe noch aua ja chris wie warum haben die auf euch geschossen weiß ich auch nicht man so wie falls mit roi zur praxis ihr könnt ihr dann auch kommen ich glaube wir müssen mit der polizeimeld oder so passt doch weg auf wieso müsst ihr mit ich glaube nicht ich weiß es nicht ich habe mich auch gehen lassen aber wir müssen noch eine aussage machen ich habe genau gesehen dass die lila banana getragen haben ich habe nicht gesehen ich auch nicht ich habe das gesehen als sie an uns vorbeigefallen sind wo die ganze polizei autos waren gut zum glück nur mein abgetroffen krasses aiming bro meibach dank für die primes ab im 15 und dr flamme dank für die den prime zehnten und gaben für die prime neunzehnten ich habe angst ja peiner warum haben die auf mich geschossen was waren die bestimmt stimmt oder sie waren es ich weiß nicht die andere fenster schreiben doch leider nicht reingucken was mir mit wie heißen die karen die die gefahren sind ich habe die ganze zeit rohkotte im kopf aber das ist ein anderes auto also sei der wahnsinnig bist du bescheuert natürlich hat die auf uns gehalten nebis also mir und ich saß nur hinten wir haben gar nichts getan wer hat dann geschossen ich weiß nicht aber das war ja dein auto war es auf uns geschossen das ist nicht mein auto ja aber du saßt ja in dem auto ja wir saßen nur hinten drin wir wussten ja nicht dass er einfach auf uns geschossen wird ey aber ihr habt auf uns geschossen nee ey wie bist du auf opiumzigarre kann sein aber eigentlich nicht keiner hat geschossen ich erkläre dir das unsere jungs rufen uns vorhin an und eine schwarze karre haben vorhin bei uns gedreiften ja dann haben wir die karre halt gesucht dann haben wir die schwarze karre da an dem stadtpark gefunden und dann seid ihr uns hinterher gefahren und dann haben wir schüsse gehört und dann hat es auch bei uns eingeschlagen im auto also ihr habt schon auf uns geschossen ihr seid schon wilde opiate chillt mal chillt mal ruhig was nicht du ja also wer ich habe nicht geschossen ja aber wer hat geschossen das weiß ich nicht gut danke das ging alles ich schwöre innerhalb von zwei sekunden ist die karre einfach gegenüber eingefahren du weißt doch du weißt doch du weißt doch wer bei dir im auto saß ja klar weiß ich wer drin saß aber ich weiß nicht ob wir die geschossen haben ja wer wer saß mit drin nein das stell dir vor wir saßen im auto dann würde ich deinen Namen jetzt auch nicht sagen genau ihr saßt im auto mir und ich saßen hinten ja richtig und wer ist aus vorne das sage ich dir nicht wieso nicht stell dir vor wir würden im auto sitzen das war chrisby und roy ich weiß nicht ich weiß nicht hat die polizei hat die polizei kurz mit uns gehört die polizei das ist so eine dicke lüge dass du nochmal anrufst das war ein schwarzes auto was geschossen hat und deshalb haben die auf uns geschossen weil die dachten wir werden das obwohl wir gar nicht da waren waren ja hier im park okay habe ich sie mit sonst auch irgendwas was sie uns vielleicht sagen möchten nö nö ja 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 ich kann mir helfen mein pulli auch wieder anzuziehen ich kann mich ein ja bis dann schau schau komm wir gehen zu roy ja der ist am anwesen der hat mich gerade gerufen wie ist denn da hinkommen äh dr chuck hat ihn hingebracht dann musst du ein taxi rufen taxi nee hier vorne ist doch ein ding eine garage okay ist das euer auto nee das von roy das kannst du es abschöpfen von roy ja von roy alles klar wir holen das dann ab wenn es der brede holt okay perfekt habt ihr eine telefonnummer für mich ja moment warte kurz warte 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 klar chaos alter ist mal wieder halt los in der bude junge ja schieß los 401 401 229 229 229 229 229 ja alles klar dann sag ich schon mal vielen dank für das abstellen schön ja kein Problem bis dann yo crispy der OG hat mich angerufen was wollte er wie der hat gefragt warum wir auf die geschossen haben ich hab gesagt wir haben nicht geschossen da meinte der so ja aber bei uns ist schwarze Karre vorbeigefangen driveby gemacht hab ich gesagt wir waren das nicht ja ja dr chack soll ich euch irgendwo abholen wir ja wenn sie wollen dann mal abonation abonation bis bald bis gleich warte meine rata ist noch hier wo ist der im parklof kai dann warten wir kurz mit crispy dr chack kommt und dann laufen wir zum rater und ich hab zu dem gesagt wir haben nicht geschossen er meinte doch da war vorher ein auto und schwarz das hat driveby gemacht dort wir können echt nicht mit waffen umgehen doch ich glaub ich hab sogar ein bisschen getroffen wir sind grad noch mit dem leben davon gekommen ja man ich war absolut high ich auch man ich hab euch schlecht gesehen ich war so nervös ich hab sogar meine waffe aus dem fenster geworfen mir war auch alles verschwommen aber jemand hat mir einen neuen gegeben und ich so hm ok ach warum nicht aua meine ganze fratze kaputt ne hab ich nicht gemacht lassen ich bin ja auch nicht mit der intention da reingegangen irgendjemanden zu treffen einfach nur rumschuten was du siehst immer noch gut aus sag ich du hast ja auf dem server kein crosshair alter das ist da musst du genau drauf achten wo die kugel landen au au aber wie gehts ango weiß jemand ne keine ahnung au wills willst du dass ich auf dich schieße Nein. Nimm die knallere Gange. Alter, Mikey, ich bin jetzt voll im Gefeilt und so. Jetzt kannst du nicht schießen. Hey, hey, hey. Nein, nein, hey, hey. Okay, okay. Hey, wir beruhigen uns. Scheiß Ball. Scheiß noch baskeln, du. Ich bin kein Baller. Ball. Ich bin kein Baller. Schieß doch voll. Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich hab noch nie auf jemanden geschossen. Pussy. Selber, Arschloch. Hi. Tja, hast du das gesehen? Baller, 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 Baller. Ich bin noch einer. Was ist denn das für einer? Hey, Crispy, ich bin in den Regen. Crispy, Crispy. Ich dachte, die ganze Zeit schon crime. Nur halt crime, crime hier auf crime, auf Sektorcrime. Ich kam noch nicht dazu, irgendwas großartig zu machen. Voll in Schwälder geschossen. Willst du dir mal anrufen, den OG? Willst du mal dem meckern? Nö, kein Bock. Ist das ein Klub? Ja, für eine sind die. Ja, Crispy, komm. Ich komm sofort. Oh, da kommt einer für den. Ja, du hast ja meine Nummer. Ciao, ciao. Fuck are you, Napa Skullend. War das eine Borla? Ja, das war eine von deiner Gang. Die fahren nur mit Schäden-Borla's for life? Gustav, ja. Ja, wir sehen uns, mein... Dr. Schatz, können Sie uns am Stadtpark rauswerfen? Wir haben wohl den Reater von Mila, Alter. Ach so, ja gut, da hättet ihr auch zu Fuß gehen können, oder? Wir wurden, wir sind faul. Wir wurden angeschossen, okay? Na ja, natürlich. Ja, unterwegs kam ich jetzt noch in zwei Schießereien vorbei. Echt, jetzt wo? Ja, Richtung Vespucci. Wir fahren zu Willa, okay, Crispy? Pass ich da mit rein? Nee, das Zweisitzer. Kann Dr. Chuck dich hinfahren zu Willa? Ja. Okay. Oh, sehr gut. Ist der halt wirklich an uns vorbeigefahren? Er hat geschrieben, boah, das ist live. Ja, dem will ich mal seine Mutter reden. Ey, ich meinte halt nicht böse. Locker. Aua. Ich ruf ihn jetzt an, nochmal. Ja, fack dich, Leroy. Wie? Du wolltest uns zölten. Ihr habt auf uns geschossen. Nein, ihr habt auf uns geschossen. Das ist so eine dicke Lüge. Das ist keine dicke Lüge. Kollege, Kollege, euer Auto war vorher bei uns in der Hut. Das stimmt überhaupt nicht. Bist du dir sehr, sehr sicher? Ich bin mir sehr sicher. Also meine Kollegen meinten, das war das Auto. Ja, aber du weißt schon, das Meer ist schwarze Auto. Das gibt nur Sandus, ne? Ja, das ist natürlich richtig ausrechtlich. Ja, ja, stimmt. Ein Niedrangerdach. Auch mit den gleichen Einschränkern. Ihr wolltet uns umbringen, Schweine. Du wolltest uns umbringen, aber umgeschossen beschweigen. Mila will mit deiner Mama quatschen und dich meckerlassen. Alles klar. Soll sie kommen? Ja. Meine Mama ist gerade da. Seine Mama ist gerade da, Mila. Ja, sie soll jetzt kommen und soll mit meiner Mama reden. Dann will ich die mal reden. Na, jetzt geht nicht. Jetzt müssen wir im Krankenhaus wie neulich. Ja. Wir nicht. Zum Glück. Aber ich komme die Tage rum. Da steht ihr auf der Matte. Ab. Dann stehen wir da auf der Matte. War das jetzt so ein Watch-and-Back-Ding, oder was? Genau. Wenn ihr nie ein RKB seht, denkt immer an einen Drive-Buy. Ich habe gedacht, wir werden so. Ja, aber wir sind ja so, aber wir scheißen einfach für uns. Wie? Alles klar. Wir sind noch im Scheiß, du, Alter. Alles klar, wir sehen uns. Wir sehen uns, lieber. Wir sehen uns. Wir haben jetzt Krieg mit denen. Wir müssen erst mal in die Grott und zahlen, wie bei Wounded. Bei dem Wax-Ding. Auch keine Kritik. Haskell war ohne Spaß für mich, auch. Ist auch dumm, was ich jetzt gemacht hätte. Egal. Egal, Alter. Aua. Du bist schuld, dass geschossen wurde. Warum ich? Gib mir einen Biggie. Mir geht's nicht so gut. Oh ja, warte. Komm her. Mann, oh Mann. Okay, mach A. 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 Weiter A. 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 Und kein Geld wieder. Das ist mir. Trance Leeroy. Das hurts. Raymond, danke schön für den Wism 32. Und Kuma, danke für den Prime 32. France Leeroy. Und Skabo, danke für den Prime 19. Wenn ich es nur nicht vorgelesen hatte. Da machen wir noch mal einen Drive-Buy. Volle Möhre, oder? Mhm. Aber ich will aufsteigen. Was? Zu einer besseren Waffe als diese hier. Ja, okay. Was ist denn das? Ja, besorgen wir dir. Was? Damit hast du geschossen? Ja. Was wolltest du, Hühner verjagen? Mann, woher haben wir die damals gegeben? Was ist denn das für eine Mädchenknarre? Ach komm. Du brauchst so eine hier. Ja, woher haben wir die gegeben? Kein Wunder, dass wir die nicht verletzt haben. Ja. Mit deiner Erbsenkanone. Eigentlich war ich voll da auf, ich sag dir. Aber die Kugeln fliegen halt nur zwei Meter. Hast du da so ein Bändchen am Abzug dran? Ja. Du weißt schon, dass wir uns ausziehen müssen, ne? Ja. In der Grotte trägt man keinen Khamotten. Mann. Wenn die, wo wir da sind. Ja. Da ist der Billy drin. Nenn den immer Bobby. Der mag das nicht. Okay. Sieht mich hier aus. Kai. Gold. Oh, sieh das geil ist mit den Lichtern. Ja, ich wollte die Billy mal zeigen. Das ist mein Zeitungsbad. Hey Chris, wie geht's? Also du hast grad ne Vorwärtsrolle gemacht. Ohne Waffe, krass. Ja, du hast mal den Motherfuckern das gezeigt oder nicht? Nein, Mann. Ich hab mich ja zu mies erwischt. Aber die waren auch mies getroffen. Die haben mich angerufen. Ja, scheiß Dings von denen. Ja, okay. Und? Aber warum hat er dich angerufen? Na, weil ich den nur kenne. Wegen dem Medizinerkram. Dr. Chuck und ich sind doch da einmal hingefahren. In jede Community. Ja, hat der Wurstler, dass du das warst? Ja, die sind an uns vorbeigefahren in Dubsa und haben gehalten. Und haben Chris, wie Mila und mich auf dem Boden liegen sehen. Okay, Mann. Er hat gefragt, warum wir auf die geschossen haben. Ich hab gesagt, wir haben nicht geschossen. Ich hab geschossen. Ich hab einfach den Spieß umgedreht. Ja, Mann. Ja, jetzt ist den Spieß drin. Kwanferkel. Ja, Mila braucht unbedingt ne neue Knarre. Der hat immer noch die, die du der damals geschenkt hast. Zeig mir, Mila. Guck mal, was du der gegeben hast, Roy. Guck dir erst mal an. Der hat halt große Hände. Hallo, wer ist da? Grüß dich, Kurt. Das ist Theo von den Ballers. Ja. Schau mal, Mann. Warum schießt ihr auf uns, ihr Panner? Hör mal zu, Mann. Wenn ich rede, bist du mal ruhig, Mann. Was? Du bist die Säcke durch die Hunde gefahren. Was? Warte mal, warte mal, warte mal. Wie redest du hier am Handy? Bist du dumm oder so? Das ist ein sehr großes Problem. Du blabber mich nicht voll. Ich steck dir meine Faust im Mund, wenn ich will. Ein gutes Verhältnis. Er foder ich nur 5% fahre, du Idiot. Als du schnell weg bist. Was ist denn das für ein Idiot? Ich muss kurz was erledigen. Ich melde mich gleich, ja? Ja, ich bin jetzt nicht mehr da wahrscheinlich. Aber leg dir mal auch was für den Lampen. Aber das ist ein Business. Das steckt. Das sind 100.000, 150.000 Dollar. Auf jeden Fall. Das ist richtig Geld, was hier steht. Gewinn. Ich rede hier von Gewinn. Ja, lass uns was Geiles überlegen. Entweder Verkaufsshow oder wir drehen einen geilen Clip. Ich muss los. Wir hören uns. Bye-bye. Der Mechano will mir eine Handschall machen. Der Satz dabei. Bis dann. Woher ist der Weeper? Ich habe nicht gehört. Raymond war so von den Ballers. Dann sagte ich so stillsam, wenn er redet. Dann habe ich ja gehört, was ich gesagt habe. Nein, guck. Zündung. Aber das ist keine gute Zündung mit denen. Warum? Weil es Wichser sind. Scheiß auf die. Wir haben eine Macht, die die nicht besessen. Sind hartnäckig. Die auch, glaube ich. Aber auf eine andere Form. Außerdem haben wir Baron Roy. Ich habe mies gesprüht vorhin die ganze Zeit. Geht es dir gut? Was? Ja. Wurde es nun getroffen. Schulter, klar, doch. Wo ist das denn eine Kette? Nee. Ich habe schon Dr. Chuck gesagt, deine Schulter muss mittlerweile aussehen wie ein Schweizer Käse. Ich brauche mal so ein Stahlgelenk. Was ist denn jetzt mit Sandro? Geht es dem gut? Keine Ahnung. Ja, der ist wohl irgendwie mit einer Rockerin irgendwie voll auf Drogen unterwegs oder so. Ja, wie? Ich dachte, der wird dann führt. Was war denn das dann gerade? Was haben die gemacht? Ich dachte, wir machen Rache, weil der entführt wurde. Jörg hat ihn angerufen und meinte irgendwie, der ist mit so einer Stinke-Rockerin voll auf Drogen unterwegs. Und er sucht die jetzt alleine. Jo, bist du Drof oder was? Bist du ein Drupi? Oua. Oua. Sandro, Mann, wir haben den... Wir fangen voll den Krieg an und erst mal eine Stinke-Rockerin unterwegs. Ja, Mann. Oh, ein Rai. Ich geh rein, ja? Gehst du schon rein? Ja, ey, wir haben gerade diesen Weltkrieg angezettelt mit denen, Mann. Als ihr das gehört habt, dass sie hier füß haben, sind instant zwei Autos voll, Mann, vorbeigefahren. Dreimal, piff, paff, paff. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Jo, piff, the magic dragon, Alter. Ja, Mann, wir haben den... Für Sandro... Und jetzt bist du hier voll auf Drogen, Mann. Wir wollten den scheiß Arsch retten. Wir haben... Ja, wir haben... Selbst Curtis hat den... Ey, Curtis... Nee, Crispy ist bei mir. Welchen Crispy-Kumpel? Kroll? Kroll? Kim? Jo, wo ist Kim, Crispy? Oh, stimmt. Er hat mich weggedrückt eben, das habe ich schon versucht. Warte, welche Rocker haben die? Oh Gott, schon wieder shooten. Braucht man nicht so, Männer. Jo, die? Geht's doch gar nicht mehr. Schreiter. Wir hatten doch eine Kutte von dem. Mija, du musst im Westen-Fügel schlafen, okay? Hast du gehört? Was? Im Westen-Fügel, Westen. Ich weiß nicht, wo Westen ist. Ich hab meinen Kompass verloren. Na, da. Da kannst du schlafen. Bei dem blauen Tor. Gardine. Kann ich von hierhin da rein? Karo, unsere Türen sind immer offen. Das ist gleich, ne? Ja. Boah. Er hat eine Sterbe heute. Um blicken hier Eis im Wasser. Was war die krasse Vorwärtsrolle gemacht? Da war Schokoladen-Eis im Wasser. Wir gehen fest davon aus, dass wir dich nicht mehr trümmert haben. Ja, komm, klar, Mann. Und wir sind in der Grotte-Fix. Ja, Kim wurde wohl irgendwie entführt, ausgeraubt und hat ein Messer abbekommen. Ja, von den Mayans. Mayans? Dann hab ich gesagt. Ja, ist aber nicht so krass wie eine Kugel. Ich und Roy haben uns eine gefangen und er hat aufgelegt. Wo ist er jetzt? Im Krankenhaus. Ich glaube, im Schlachthaus. Ich glaube, die sind richtig sauer jetzt, ne? Mir doch egal. Na, was haben die Mayans jetzt mit uns? Warum legen sie sich dann alle mit uns auf einmal an? Roy, die wollen unseren Tod. Die sind so mächtig. Die wollen anders runtergehen. Jetzt nehm ich mal eine Taschenlampe hier aus dem Arsch. Und dann mal bam, bam. Oh. Ja, manchmal hüpfen hier die Fische rüber in den Whirlpool. Ja, ja. Die kommen von den Teich und dann kommen die hier unten auf der anderen Seite. Das ist so wie die Lachse. Die Lachse springen dann auch mal so hoch zu ihren Leichbecken und so was. Ja, ja, genau, genau. Wir ziehen in den Krieg für Sandro und dann sind die nicht mal dabei. Ja, das ist ein Missverständnis, Mann. Machen wir auch nicht. Also waren das nicht die Bauer, dass die ihn empführt haben? Ja, doch. Ja, scheiße Jimmy. Jetzt haben wir was gut bei ihm und alles ist cool. Scheiß drauf. Wir haben überlebt. Er kann lang sterben und nicht. Aber das fühlt sich gut an. Hallo? Ja? Ähm, ja, kann man so sagen. Ja, so mal mehr, mal weniger. Ja, Kim doch auch. Okay. Kommt jetzt jemand her? Ich hab keine Ahnung. Munition. Ja. Warte da, wenn ich meinen Guck hab. Schütz dich. Ich häng ein bisschen ab, Mann. Mir lagere Schokoladen neigst im Wasser. Goll. Vielleicht sind die alle neidisch. Vielleicht hat sich das endlich ungesprochen, dass wir jetzt hier wohnen. Jao. Jao. Ich hab grad einen Anruf bekommen. Ah. Stefanos, ja, irgendwie Prospekt bei den Rockern, meint der gerade. Ja. Und die haben Kim und Kroll eingesackt. Und Kroll hat da wohl ganz schön viele Sachen von uns gedroppt. Ich weiß nicht, ob wir ihnen vertrauen können. Oh Gott. Der meinte, Kim und Crispy sind die rechte und linke Hand von Rye und sowas. Und er meinte, wir müssen aufpassen, was wir ihnen anvertrauen. Aber Kim, ach Mann. Ach, Kroll. Warum? Warum macht er den Stefano? Ja. Und Stefano warnt uns jetzt. Der hat doch gesagt, er macht das nicht für Roy, sondern weil Crispy und Kims Namen gefeind sind. Und der mag uns ein bisschen. Wasch doch. Also müssen wir auch Krieg gegen die Rocker machen. Und er durfte irgendwie nicht alles mithören, weil er Prospekt ist. Aber welche meinst du? Ist das der Start oder nicht oben? Ich glaube oben. Er hätte nur Rocker gesagt. Ich weiß jetzt nicht, welche Rocker. Ja komm Roy, pack ihm den Schwanz aus. Fahr da hin. Nee, heute nicht mehr, Mann. Nein? Nee, nee. Ich fühl mich irgendwie krank. Ich wurde ja auch gerade angeschossen. Ja, stimmt. Ja Mann, dann viel Spaß. Ich geh mich jetzt auch holen, ein, zwei Tage. Ich kann's voll auf den Pace. Pace. Scheiße, Chris, was machen wir? Ach so, braucht ihr noch irgendwas vorher? Waffen? Warst du Munition noch? Oh, ey. Oh, Billy. Crispy? Ja? Billy hat meine Glock. Okay. Die holst du dir. Alles klar. Die holen wir an und sag ihm Bescheid. Die holen wir. Ich schreib dem Billy in der SMS, der ist nicht erreichbar. Oh, Kreuruf dann. Oh, der soll herkommen, dann bleib ich noch. Hallo? Ich bin gehalten, die Drogenhose ja. Mir. Wie, was ist passiert? Wo seid ihr denn jetzt? Wo bist du? Mirapap ist so. Okay. Ähm, ja. Ja, wie, ich und Curtis, wenn wir kurz vorbeikommen zu dir, dann kannst du nicht am Telefon, das ist so, weißt du, wer weiß der denn? Ich komm auch noch mit. Na, schau. Komm, Schlangen, zusammen im Teil noch. Okay, ich bring dir die Hose mit, Call. Bis dann. Ciao, ciao. Er ist bei seinem Haus. Der wird wohl gefoltert und das war der Lost MC, meinte er. Der Lost hätte Kim abgestochen. Der Bernd? Bernd, Bernd, Bernd. Nee, ich will keine 50er. Wann, was ist denn jetzt hier? Hallo? Hallo? Was ist denn mit dem Telefon los, ja? Oh, was hat gerade geklingelt bei mir? Ja, bei mir klingelt es auch gerade. Ah, jetzt habe ich mein Handy auch noch verloren. Ey, was ist hier los? Ich fühle mich doch gar nicht gut, ey. Oh, das ist ein Auto irgendwo. Kann nicht auflegen. Yo, Crispy, hast du nur Munition? Äh, Munition nicht, nee. Scheiße. Ich habe noch neun Schuss. Oh, warte, ich habe was. Die Block ist genau wie Pist, ist nur der Skin. Danke. Ah, jetzt. Jo, hallo? Hallo? Ja, we. Ach, du musst die Heißleer schießen, Sturkoll. Scheiß auf Kroll, was ist mit Kim? Ja, man, äh, ja, wir klären das erstmal unter uns, Mann, und dann melde ich mich nochmal. Ja, weiß. Ich, was? Ja, aber wer, also später noch Zeit? Ist der Geldautomaten? Es gibt Ozzis vom Kartell und so, das habe ich mal Ozzis gesehen. Ach, die wissen, die wissen was von den Geldautomaten, Crispy. Was? Und Tartgans. Nein, Mann, wir haben was für Geldautomaten. Ich weiß nicht, was du meinst, ja. Ja, ich melde. Alter, bist du auch drauf? Was ist denn los mit denen allen? Das Drogensüchtige. Ja, scheiß Junkies. Ey, nehmt mal einen Automan und holt mich mal hier vorne am Tor ab. Ich muss die Lichter noch mitnehmen. Okay. Komm, fang mit meinen, Crispy. Unser Kartenhaus bricht irgendwie zusammen. Ja. Bloß, geh auf. Och, Mann. Ja, wie war meine Karre auf? Hast du die aufgebrochen? Nein, die war offen. Ich schwöre. Also, zum Parken jetzt? Ja, voll. Okay. Ich geb das mal in den Navier. Na, ich weiß, da wurde Parken. Wir parken, oder? Nicht stattdessen. Wenn das kein Fall ist, ne. Wo bist denn du? Ja, melde dich dann bei Crispy, ja? Bitte, wegen der Waffe. Ah, super, danke. Und wer weiß jetzt was mit Geldautomaten? Nix, Mann. Was für Geldautomaten, Jo? Ja, deswegen. Ich hab nur so getan, als ob wir das machen. Und da steht so. Das war der dreifache Roy, Mann. Ja, Fünfkopf. Ah, nee. Das war noch kein Fünfkopf. Ja, aber Bernd hat auch gesagt, dass Kroll alles verraten hat. Na, das Problem ist, wenn Stefano... Ich hab's doch getan, als ob ich das natürlich wusste. Wo fährst du hin? Mirror Park. Ach so, oh mein Gott. Ähm... Ja, keine Ahnung, Jo. Ähm... Zu verwirrt, um darüber nachzudenken. Die Karre ist so geil. Ich hab lange gebraucht, um mich in sie zu verlieben. Aber... Es ist passiert. Und ich möchte auch so ein Auto fachen. Da ist er. Die langen Hose. Ohne Hose. Was ist denn hier? Scheiße, die haben Kim komplett nackt gemacht, ey. Verdammte Scheiße, Kim. Oder? Ja, warte, ich leg mal auf, ja. Hallo. Hallo, Teku. Vielen Dank. Kim, haben sie komplett das Geld geklaut und das Essen und seine ganzen Rucksäcke. Warum stellst du nicht direkt freiwillig so an die Wand? Was? Genau. Ist schon besser, Mann. Hast doch nichts Blödes gemacht, oder? Ich bei denen? Ja. Nein, Stefano ist bei denen. Oh nein, wir wollten doch Stefano wieder bei uns aufnehmen. Der Speicher lecker, ey. Die haben mich einfach eingesackt mit Kim zusammen. Die wollten irgendwelche Infos über dich haben, wie du zusammenarbeitest. Wo das ganze Geld steckt. Wo du Geld machst. Ja, wo ich das wissen. Ja, die Lost. Hast du denen das verraten? Nein, ich weiß doch nichts. Was soll ich denen denn sagen? Aber sie haben Kim sich geschnappt. Erst haben sie Kim abgestochen, dann in die Wüste gefahren und den Kadaver rausgeschmissen. Dann sind sie zurückgekommen, meinten, wer weiß was. Sag ich, Kim. Dann sind sie in die Wüste gefahren, haben Kim wieder ausgebuddelt und hier hingebracht. Jetzt ist er irgendwo beim Bildbox. Den geht's gar nicht gut. Ja, der hat mich angerufen. Oh, grüß dich, du bist heute der Boss. Ja, wir haben da so ein paar Informationen. Kroll, kroll, kroll. Das gefällt mir gar nicht. Ach so, und was ist das? Ja, sei ehrlich. Was hast du ihnen alles gesteckt, hm? Ich weiß doch nichts. Was soll ich ihnen denn stecken? Die wollten doch über Maccarino alles Mögliche wissen. Ich weiß doch nicht, was der macht. Ich hab gesagt, dass er bei euch irgendwas im Garten verbuddelt. Ich hab mir irgendwas ausgedacht. Und mit wem die Zusammenarbeit weiß ich doch auch nicht. Ich hab da aber andere Infos. Ach, welche? Dass du so einen Namen gedroppt hast. Welchen Namen denn? Ich muss kurz mich einmischen. Grüß, wie wer hat dir das gesagt? Ja, du weißt doch wer. War das S oder? Ja, ja, ja. Das ist fucking eine Aussage von Mr. S. Wer ist der S? Das spielt jetzt keine Rolle, Cole, warte. Du weißt, dass der ein riesengroßer Lügner ist und eigentlich Kim hier die Plaudertasche ist. Okay, wir haben sie richtig auseinandergenommen. Aber die letzten Tage habe ich mich ganz, ganz gut mit Big S verstanden. Vielleicht ist das nur eine Fassade. Ich weiß nicht, man. Big S ist nicht so dumm, wie wir denken, man. Das ist so ein Ding. Das ist ein verrücktes Schwein. Wir haben mich gefoltert. Aber was weißt du, Cole? Was machen wir und so eigentlich? Ja, ich denke, ich weiß, Cole. Was weiß ich? Ihr seid die ganze Zeit in der Grotte und besprüht die Wände. Das habe ich Ihnen erzählt. Das ist es, man. Cole kann nichts wissen. Was weißt du, du blöder Wichser? Ich weiß doch gar nichts. Kein Plan wird, was wir machen. Nimm deinen scheiß Flossen hoch. Ich verpasse dir so ein Ding, ne? Warum? Was weißt du? Ja, gar nichts weiß ich. Ich weiß, dass es hier mit Taxi-Taxi-Rum-Leuten rumhängt. Ich habe keine Ahnung. Was weißt du noch? Cole, Mann, ich will keine Fehler machen. Alter, das sag ich mir. Sag das. Ich weiß doch nicht. Das ist das Gleiche wie eben. Ich kann nichts sagen, weil ich nichts weiß. Okay, dann machen wir es auf die harte Tour. Und was hast du dir denn gesagt? Ich bin nochmal in die Toilette. Ich habe gesagt, dass ich nichts weiß. Cole, guck jetzt genau hin. Wir machen es jetzt auf die harte Tour. dass Macarino irgendwelche Löcher bei euch buddelt. Cole. Ja? Guck jetzt hin. Wir machen es auf die harte Tour. Wenn du nicht sprechen willst, dann verklaube ich dein Haus. Das haben dich schon komplett so nicht gekloppt. Also da geht nicht wirklich mehr. Fester. Oh, da fällt das Ikea-Geschirr runter. Wofür du so lange gebettet hast. Das war's mit dem Solarpanel. Los, Cole. Spuck's aus, du mieser Wichser. Ey, ja, okay, Mann. Ey, lass mal das Haus. Chill, chill. Ey, da stecken Erinnerungen drin. Das ist mein Alter. Okay. Leute, ich schwör's euch, ich weiß doch nichts. Ich hab nichts gesagt. Ja, deswegen. Aber das mir nicht gefällt, dass du ihnen einfach irgendwelche Sachen erzählst, die du dir ausdenkst. Jetzt denken die, wir haben was mit Macarino am Kuchen. Die wollten mich abstechen und in den Kopf schießt und so ein Quatsch. Hm. Irgendwas muss ich denen noch geben. Ich hab gesagt, dass Macarino da im Garten immer rumhängt und Löcher buddelt, vielleicht Maulwürfe sammelt oder was auch immer. Okay. Und was hast du noch mitbekommen? Was hat Kim erzählt? Kim weiß ich nicht. Der war in Ammanraum. Ich war in der Toilette. Ah. Und dann haben sie mich... Ja, der Fahno hat mich hier gequält. Aber Kim haben die aneinander gequält. Der Chef hat dich... Der Fahno hat dich gequält, also. Ja, und der Blonde. Und so ein Typ mit einer... Ja, so einen Igelhelm. Igelhelm, ja. Na gut, ich glaub dir, Kroll. Aber auch nur, weil wir öfter in dem Bett zusammen lagen. Was ist jetzt für allen droppen? Okay, wir sind jetzt okay, mann, wir müssen ins Krankenhaus. Ja. Ja, ich wüsste es da. Billbox. Schlachthaus. Schlauhe. Guck mal, da fährt ein Bus, vielleicht kommt man da hier lang. Ach, schade, dass wir Bus fahren können. Okay, mann, Kroll. Du hast die Wahrheit gesagt. Ja, natürlich. Ich hab' aber nicht mal ne Kerl. Ich hab' grad schon viele Leute geschossen. Kim, was hast du getan? Ich dachte, wir sind cool mit denen. Ja, Kroll, aber bei dir und Lost, hast du noch mal ne andere Ges... äh... Spannung. Die wollen nur meinen Helm. Kann ich mit? Betraue dem nicht. Ja? Oder? Keine Ahnung. Da bin noch ne Angekarren, falls ich gleich abhauen muss. Na, Chris, wie, äh, ja. Stell dir mal an. Warum musst du abhauen? Na, aber schon spät ist. Ach, fuck you, Alter. Ich muss mich an gewisse Zeiten halten. Willst du doch nur Boba-Dicka-Bing-Bat-Ding. Für die Neidele-Boba-Ding. Ja, genau, Mann. Nee. Ja, doch. Nee. Doch. Nee. Ich schwör' nicht. Nee. Ja, wir müssen jetzt kurz dort's Pillbox mitkennen. Ja, ja. Und danach kann mir... Will ich... Ja, können wir... Genau, du wolltest gerade auch schon abhauen. Ja, ich bin auch voll schon Fiktionale. Ich bin schon voll im Urlaubsmodus. Wo stehen da so viele Kangen? Oh, Gott. Scheiße, die Balllasser. Oh, oh, oh. Ey, wenn die Leute das machen... Fahr, 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 fahr. Ich hab gar... Ich hab gar... Ich hab gesagt, ich will die wegballern oder so. Ja, ey, Kim... Kim, weiß nicht. Warte mal, ich ruf den Mann. Ja. Er versteckt sich irgendwo, meinte er. Ich hab ihn nicht verfolgt. Ja, wo bist du? Ja, wo bist du? 70, 20. Alles klar, beim Klamottenladen bekommen. Alter, Kroll. Ja. Du hast doch mit Kim geredet. Der hat doch gesagt, dass er beim Klamottenladen ist und wen abholen. Er meinte, dass er bei deinem Schlachthaus wäre da. Alter. Kroll. Leo, danke für den Klamotten. Darf ich dir in der Karre hier ne Kugel verpassen? Da glaub ich nicht so angenehm. Ja, ich hab mir da sitzen, kein Problem. Warum? Was? Ich war verwirrt. Alter. Oh Gott. Alter. Der hat sich, der hat sich einen Schuss gelöst, Mann. Mit Flashbacks. Ja, das war knapp. Alter. So, Boss, was sollen wir jetzt mit dem machen, Mann? Der will Kim tot sehen, wahrscheinlich. Ja, ja. Was sagt er, mein Konzeri? Also, ich würde Kroll abknallen. Wer ist dein Konzeri? Wer denn? Ja, das bist du. Wir haben doch Rollen getauscht. Ach so, stimmt, Mann. Ja, keiner. Ich weiß es nicht, Mann. Ich kann auch nicht klar denken. Und Bernd hat gesagt, Mann, Kim war nur ein Kollateralschaden. Die wollten eigentlich nur Kroll. Hm, verstehe. Und das zwischen Kroll und dem Lost was ist, das wissen wir ja. Ja, das wissen wir ja. Alter, Kroll, du hast Kim in die Scheiße gezogen. Du bist kaum... Kim war mit mir in der Karre. Die haben hier mit eingepackt. Hallo, Pinsa. Was wollen die denn jetzt schon wieder? Ach, Mann. Ich hatte... Warte, wir werden gerade angehalten von deinen Kollegen. Okay. Oder ist das dringendisch? Der Fahrer steigt neben deinem Auto auf dem Bürgersteig. Ich muss dir einfach gleich was erzählen, aber ich gehe jetzt erstmal auf Kroll. Du sollst das aussteigen, sagt er. Ich kann auch nicht gleich hören. Motor aussteigen, Kares. Motor aus, aussteigen. Sie müssen lauter sprechen. So, und jetzt treten Sie bitte auf den Bürgersteig. Krei. Ich habe nicht festgenommen, das kommt gleich noch. Ei, ei, ei. Sie müssen sich doch nicht aufregen. Ne, Sie haben gesagt, ich soll auf den Bürgersteig treten. Na gut, okay. Das ist wortwörtlich. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Was habe ich gemacht? Ich wollte einfach mal fragen, warum sie so fix unterwegs sind. Na, weil ich so einen Stinker im Auto habe, der stinkt. Ich wollte am Ziel ankommen. So, haben Sie das Fenster aufgemacht, dass dann noch möglichst viel Luft durchkommt? Das hat nichts gebracht. Ah, scheiße. Und jetzt? Jetzt schmeiße ich den hier raus und ging ja schlafen. Ich muss nur mit dem Prinz telefonieren. Sie können doch die Hände runternehmen, das zu umdrehen. Ja, ja, dann Hände knallen, ne. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Heute wird, glaube ich, genug geballert. Wie, warum ist genug geballert, Mann? Wollt das Sie noch? Ach, gab eine Menge. Die sind übrigens zum Pairbox und wollen da rumschießen, haben die gerade gesagt. Ja, ja, bestimmt. Das ist kein Scherz, Mann. Das ist echt kein Scherz. Ja, gut, dann lass ich sie fahren und wir fahren da mal hin. Außerdem mach ich ganz schnell. Das sieht nur so aus wegen der Lackierung. Ja, ja, welcher Lackierung? Na, meine Lackierung. Wegen den Haiflossen da hinten. Die weiß oder was? Nehmen Sie doch jetzt die Hände runter und drehen Sie sich runter. Ja, ja, dann Hände knallen, ich kenne euch so. Ach, dann hören Sie das anders. Ich wurde heute schon mal angeschossen. Guten Abend. Moins. Grüße. Haben Sie einen Führerschein für mich? Natürlich. Ja. Wollen Sie ihn sehen? Ja, aber ganz langsam. Ganz langsam, aber. Ja. Ja, bitteschön. Guten Abend, Herr Kursch. Ich bin PD91 Northgate. Hinter Ihnen steht mein Kollege PD87 Springheim. Northgate? Gehen Sie mit Eastgate verwandt? Äh. Nee, aber ich sag mal, Seele schon. Also wenn wir auf Streife gehen, dann wird das eine Chaos-Streife. Ach du Scheiße. Aber ist leider länger nicht mehr passiert. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Oh, pass auf, Drive-By, Drive-By. Haha, du wurdest festgenommen, haha. Ein Schnauzer-Wixer. Also, einfach mit Wurden, scheiße. Das ist ein hässlicher Vogel gewesen. Ja, haben Sie schon Akten irgendwie? Oder? Beamtenbeleidigung. Ach Mensch. Und vor vier Monaten. Ja, gut. Das ist ja Kavalierskirchen. Ich weiß nicht. Das fehlt nicht. Einmal ist keinmal, sag ich immer. Ja, wurde ich letzt festgenommen, weil ich auf dem Grundstück war, wo ich nicht drauf sein sollte. Ja, passiert. Man verläuft sich immer. Und, boah, vielleicht ein, ah, und, und Körperverletzung. Ich habe meinen Chef zusammengeschlagen. Ja, gut, ne. Aus dem Trailbox damals. Was? Das war auch schon drei Monate. Ich wünsche, das würde ich mir trauen, aber ja. Wie, Sie wollen den Money verkörpern? Nein, als ob. Warum sollte ich? Das wird die letzte Tag dann sein, ja. Eben. Man ist mein Freund. Ja, nee. Ich rede eher von Hackeby. Kenn ich nicht. Hackeby. Ich prüfe aber kurz ihre Personalien, bevor wir das versorgen. Mach doch. Ich kann die Hände wirklich runternehmen. Mhm. Das ist auch besser für die Finger. Das Blut fließt da nicht so raus. Und irgendwann kribbeln die. Ja, stimmt nicht. Ich bin ein Doktor aus dem Räker. Ja, aber. Ich habe innere Medizin studiert. Okay. Ich habe schon mal eine Galle entfernt, nur mit Legostein. Mit Legostein? Taro. Und wie aufgeschnitten? War der schon offen? War schon offen. Ah ja, gut, dann. So, Sie kriegen Ihren Führerschein wieder. Also, ich weiß nicht mehr, was wir genau hier gegeben haben, ne? Ich wünsche Ihnen eine schöne Fahrt, hassen Sie nicht mehr so. Ach klar, ich schreibe nicht. Und wenn, dann machen Sie keinen Weg, bitte, ne? Ja, dass wir nicht mehr Arbeit haben. Ich danke Ihnen. Machen wir keinen weg. Wir gehen jetzt vor Loss verkaufen, ne? Ja, das ging gut. Ja, auf der anderen Straßenseite, ne? Ja. Willi hat eben noch angerufen. Wegen der Waffe wahrscheinlich. Ja, aber da gab es Probleme. Schatz, guck mal. Gott, ich wurde vom Loss ausgeraubt. Ach Gott. Hm. Der Loss hat mich ausgeraubt. Die hat meine Tasche geklaut. Das ganze Essen, was ich hatte von Groll, alles weg. Ja, komm, gehen wir doch mal auf den Parkplatz, Mann. Ach Gott. Ach Gott. Fuck, ich hab Geld versteckt. 20 Riesen, dann haben sie mir auch geklaut. Ach Gott. Kim. Ja. Was ist denn passiert? Wo ist denn die Knappe raus? Doch, wir sind hier im Dunkeln, man, die Ballers suchen uns. Genau. Okay. Du hast, äh, du hast, äh, du hast mich angerufen und meinte, dass Handel wurde entführt. Aber ich wollte doch Groll kurz beim Loss abliefern, also, weil ich Stefano gesucht haben. Und er meinte, der wäre in der Nähe vom Casino, vom Deinen Casino. Wir sind da hingefahren, ähm, da waren plötzlich ganz viele Leute auf dem Parkplatz vom Loss. Ähm, da haben sie uns da weggerammt, ganze Zeit. Dann sind wir ausgestiegen, haben sie was mit Waffen bedroht, haben die Grollen mitgenommen. Mich haben sie dann irgendwie in einen Loss-Van eingesteckt, mich so im Staudamm gefahren. Irgend so ein Typ namens Klinge. Ja. Ja. Auf mich wurde geschossen heute. Und? Das waren die Ballers. Die wollen meinen Tod. Hast du zurückgeschossen? Hm, ja, klar. Okay. Hast du einen erwischt? Weiß nicht. Ah. Okay. Was hast du? Kallis? Ja. Ähm, was ist? Na, da unten steht ein Auto. Oh. Ich glaube, es fangst die Taxi. Und du nicht. Ich dachte heute, ich dachte heute schon wieder, das ist mein letzter Tag im Biddy. Ja, du denkst ziemlich häufig darüber nach, ne? Ja. Ja, dann, du weißt doch, hör doch auf dein Herz. Wie schlägt, wie es weint. Wenn du dich schon seit Tagen, schon seit Wochen damit rumquältst, ob du da bleiben willst und nicht, dann, oder lass dir zumindest mal Urlaub geben, dann weißt du, wie es ist. Ja. Ich weiß aber, was passiert, wenn ich mir Urlaub nehme. Ja. Du bist innerhalb von einer Stunde im Ammonation, dann ziehst du mit mir um die Häuser. Ja. Und dann knallst du. Genau das. Ja. Aber wo ist das Leben in Los Santos einfach? Es gibt immer nur von einer Extreme in die andere Extreme. Ich glaube, man kann mich nicht mehr lange retten. Keines. Wer kann ich nicht mehr retten? Ich bin kurz davor, die Kollegen zu knüppeln. Ich gehe mit dem Schlagschau gar nicht mehr vor die Tür. Ja, aber dann tust du es doch einfach mal. Ich habe gerade irgendwas von einer HGB gehört. Wer ist das? Macht die Ming Tutorials in Wienet? Ein HGB? Jo, ich wollte gerade lange halten. Der will seinen Chef mal verkaufen. Da habe ich gesagt, wenn du ein Moneyhaus kriegst, dann meint er eine HGB. Ja. Den habe ich schon geboxt, den Money. Weißt du was? Vorhin war ich am Alice Touristics und da war der Macaroni und der hat auf so ein Laster-Dinges geschossen. Dann ist ein Auto explodiert und der Luke war auch da und so ein anderer. Und die haben den nicht mal festgenommen. Da frage ich mich, was mit der Polizei ist. Ja. Was passiert? Ich weiß nicht, was passieren. Probleme sich haben... Die haben den nicht mal festgenommen. Da kann ich dir nichts sagen zu keinem Bahn. Was weiß ich. Deine Kollegen sind scheiße. Ja. Ich gucke es mir noch ein bisschen an. Ich gucke es mir noch ein bisschen an. Ich gucke es mir noch ein bisschen an, weil ich jetzt erst seit kurzem diese Speed-Unit habe. Ja, Speed-Unit. Ich will mich um Events kümmern. Deine Speed-Unit ist kacke, Junge. Boah. Die haben ja nicht mal damit was gemacht, richtig. Das ist das Einzige, was ich sehe immer. Ein Fluchtfahrzeug und 30 Autos sind da her. Ja, das sehe ich halt auch. Du kannst kündigen, dann kommst du ins Vaker und dann führe ich dich in die Welt ein. In die Welt der Schatten. Und dann können wir losziehen und Sachen verbreiten. Observe, motherfucker. Irgendwann fehlt nicht mehr viel Geld. Ich dann ist es so weit. Ich schwöre es dir. Ich empfange dich mit offenen Armen an diesem Tag. Gut. Du willst schon missmachen, du machst Penze. Ich kriege das hin. Okay, sag Bescheid, ich besorge dir eine Glock. Ja, ich brauche eine Glock. Ja, ich besorge dir eine. Oh, eine AK. Okay. Okay, bis dann. Alles kein Problem, bis dann. Wo wollen wir denn jetzt? Dass du dir irgendwelche scheiß Automat in Luft sprengst. Check dich, Kim. Ich habe dir vertroht, Digga. Ach Gott, Digga, sag doch nicht so. Ich habe dir vertroht. Lösch meine Nummer. Lösch meine Bilder. Okay, okay. Mach, ich lösche deine Nummer jetzt. Ich habe dir vertroht, Digga. Guck drauf, ich lösche die jetzt. Ah, wo es gehört ist, da. Das war Kefka hoch. Ich meine... Ah. Ist gelöscht. Ist nur da. Ist weg. Weil du gesagt hast, dass wir Geldautomaten gesprengt haben. Halt Maul. Ah. Halt Mohl. Ach Gott. Nein. Ihr Schweinepriester jetzt soll. Ach Gott. Du hast noch erzählt, die Wurstel vom Geld waren. Ich habe da nur irgendwas gelabert. Ach Gott. Ich bin sauer. War mein Privates. Das war lois. Ich habe meine Brille geklaut. Meine Brille. Ach Gott, wie der Schneider. Hallo Yoshi. Oh, ich glaube, der Pinsel macht nicht mehr lang im PD. Alles klar, Mann. Ja, wir glauben euch. Ja, Hauptsache, ihr seid gesund, Mann. Ja, Mann. Ja, die sagen, holen wir uns wieder. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, natürlich werden wir uns nie wiederholen. Boah, ich dachte schon. Okay. Okay, Mann. Okay, nach Hause. Ja. Ja, dann fahr die mal. Soll ich Kim und Krömmel nehmen? Und, Crispy? Ja. Und du? Ich werde meinen Weg schon finden. Jawohl, lass dich nicht abknallen, Mann. Wir sind jetzt im... Und wie wurde die da abgeknallt? Ich habe Gott so bei mir. Wir wurden überhaupt nicht abgeknallt. Wir haben abgeknallt. Doch, Mann. Mich haben die voll erwischt. Mich auch, ey. Ich wurde auch abgeknallt. Ja, von den Borlers. Von den Borlers. Das ist angegriffen worden. Weißt du was davon? Nee. Ja, komm, wir treffen uns bei der Grotte. Bis gleich. Ihr habt denen eine Karre hier? Nee. Was für ein Tag, Mann. Was für ein Tag? Ging ruhig an müssen können. Haben wir uns jetzt die Borlers an uns angegriffen? Die haben Sandro hinführt und dann haben wir Drive hin gemacht bei denen. Ah. Sandro hinführt. Ja, das habe ich mitbekommen, dass das Sandro hinführt worden ist. Haltemol. Ach Gott, ist das für eine Lebensgeschichte. Was heute passiert, das gehört, das ist keine Ahnung. Das Leben ist so hart. Du hast keine Ahnung. Ich habe ein eigenheim. Ich habe fünf Autos. Mein Leben fährt. Haltemol. 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 Du Moses. So musst du drüften. Wer ist denn Mann? Ja, Mann. BAM. Das ist ein Trick. Ach Gott, das schöne Licht. Ich habe es gesehen. Das Licht war ein Gat. Das Auto. Scheiße. Ich bin reich. Ich war immer reich. Das Geld ist weg. Jetzt reiß es nicht mal zusammen, Kim. oder ausgeraumt war ich gar nicht so betrogen dass uns schon mal verraten immer weil du mich im vollen vernünftigen also ich verrate nur wenn er gut als deal war auch kein guter deal mir nix angeboten abgestochen so wenn ich gehe rein sagt mannes mann wenn ein schuss überlebt und das zum thema wir pflanzen an alter beide pflanzen im arsch der chat funktioniert mal was ein wunder Hi Keiner guten Daumen ist so So, Roy geht da jetzt auch auf Leine Quatsch ja nur kurz in der Gruppe, ne Pinsel geht wahrscheinlich open Ach, brauche ich gar nicht nachgucken Lohnt sich da nicht So an alle, die noch da sind und nicht schlafen Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht Lasst euch nicht anquatschen, bleibt gesund Und ich hoffe, ich konnte euch unterhalten Wenigstens ein bisschen Ich küss euch alle, danke schön für den Support Danke für alles Jedes Mal aufs Neue, gute Nacht Bis später Bis später, bis später, bis später Tschüss Bis dann bis committed Tschüss Bis hier Bis dann bis dann bis dann. Bis dann bis dann G deep Vielen Dank.